John Grogan, Marley und ich, unser Leben mit dem frechsten Hund der Welt. Wir waren jung, wir waren verliebt, wir genossen die erste wunderbare Zeit der Ehe, wenn man glaubt, dass im Leben alles möglich ist. Die Welt gehörte uns. Und so kam es, dass meine Frau und ich an einem Januarabend im Jahr 1991 nach 15-monatiger Ehe hastig zusammen zu Abend aßen und dann losfuhren, um auf eine vielversprechende Anzeige in der Palm Beach Post zu antworten. Die Palm Beach Post war unsere Lokalzeitung und außerdem zur Hälfte für unser Familieneinkommen verantwortlich. Wir arbeiteten beide als Journalisten. Jenny schrieb Kolumnen für die Palm Beach Post und ich arbeitete als Reporter für das lokale Konkurrenzblatt, den Sun Sentinel von Südflorida. der seine Büros eine Stunde südlich in Fort Lauderdale hatte. Jeden Morgen warfen wir als erstes einen Blick in die Zeitung, um zu sehen, wie unsere Artikel platziert worden waren und wie sie sich gegen die Konkurrenz ausnahmen. Mit Hingabe kreisten wir ein, unterstrichen und schnitten aus. An diesem Morgen jedoch steckte Jenny ihre Nase in die Kleinanzeigen. Als ich näher trat, sah ich, dass sie fieberhaft etwas unter der Rubrik »Haustiere, Hunde« einkreiste. »Oh«, sagte ich mit meiner frischgebackener Ehemann und daher sehr sanft und freundlich Stimme, »gibt es da etwas, was ich wissen sollte?« Sie antwortete nicht. »Jan?« »Jan?« »Die Pflanze«, sagte sie endlich mit einem Hauch von Verzweiflung in der Stimme. »Die Pflanze?«, fragte ich. »Die blöde Pflanze«, präzisierte sie. »Die, die wir umgebracht haben.« Ich wollte nicht darauf herumreiten, aber fürs Protokoll. Es handelte sich um eine Pflanze, die ich gekauft und die sie um die Ecke gebracht hatte. Ich hatte sie eines Abends damit überrascht. Eine schöne, große, tiefen Bach hier mit cremefarbenem Muster auf den grünen Blättern. »Gibt es einen besonderen Anlass?«, hatte sie gefragt. Aber es gab keinen. Ich hatte sie ihr einfach nur geschenkt, um ihr zu sagen, »Verdammt, ist es nicht fantastisch, verheiratet zu sein.« Sie hatte sich über meine Geste und die Pflanze gefreut und sich bedankt, indem sie mir die Arme um den Hals legte und mich küsste. Und dann hatte sie sofort damit angefangen, mein Geschenk mit erstaunlicher Kaltblütigkeit zu töten. Natürlich nicht absichtlich. Eher hat sie das arme Ding zu Tode gepflegt. Jenny hat nicht gerade einen grünen Daumen. Sie ging davon aus, dass alle Lebewesen Wasser brauchen und vergaß dabei, dass sie auch Luft benötigen. Also goss sie die Diefenbach hier täglich reichlich. »Pass auf, dass du sie nicht ertränkst«, riet ich ihr. »Okay«, antwortete sie und füllte eine weitere Gießkanne. Je kränker die Pflanze aussah, desto mehr goss sie sie, bis sie schließlich in eine Art geschmolzenen Klumpen zerfloss. Ich betrachtete ihre Überreste im Blumentopf auf dem Fensterbrett und dachte, »Mann, jemand, der an böse Vorzeichen glaubt, hätte hier jede Menge Material.« Da saß sie also und vollbrachte den unglaublichen logischen Schritt von einer toten Pflanze im Blumentopf zu den Haustier-Anzeigen. »Bring eine Pflanze um und kauf dir einen Welpen.« »Klar, das war logisch.« Ich sah mir die Zeitung, die vor ihr lag, genauer an und entdeckte die Anzeige, die ihr besonderes Interesse geweckt hatte. Sie hatte drei dicke rote Kreuze daneben gemalt. Der Text lautete, »Reinrassige Labrador-Welpen, hellbraun, nur in gute Hände.« »Also«, fing ich an, »kannst du mir diese Labrador-Pflanzengeschichte noch mal erklären?« »Weißt du«, sagte sie und sah auf, »ich habe mich so bemüht. Und was ist passiert? Ich kann noch nicht einmal eine dämliche Topfpflanze am Leben erhalten. Ich meine, was muss man da schon tun? Du brauchst das verdammte Ding doch nur zu gießen.« Dann kam sie auf den Punkt. »Wenn ich schon keine Topfpflanze versorgen kann, wie soll ich dann jemals ein Baby versorgen können?« Sie sah mich an, als würde sie gleich anfangen zu weinen. Die Babysache, wie ich es nannte, war schon ein fester Bestandteil von Jennys Leben geworden und wurde von Tag zu Tag schlimmer. Als wir uns das erste Mal bei einer kleinen Zeitung in Michigan begegnet waren, war sie erst ein paar Monate vom College weg und das Erwachsensein schien noch eine ferne, unbestimmte Größe. Für uns beide war es der erste feste Job nach der Schule gewesen. Wir aßen jede Menge Pizza, tranken viel Bier und verschwendeten keinen Gedanken an die Möglichkeit, dass unsere Jugend eines Tages vorbei sein könnte und wir einmal etwas anderes als junge, alleinstehende, unmäßige Pizza- und Bierkonsumenten sein würden. Aber die Jahre vergingen. Wir hatten gerade angefangen, miteinander auszugehen, als verschiedene Jobangebote und ein einjähriges Fortbildungsprogramm in meinem Fall uns in unterschiedliche Richtungen im östlichen Teil von Amerika zogen. Zuerst waren wir nur eine Stunde Fahrzeit voneinander entfernt, dann waren es drei Stunden, dann acht und am Ende vierundzwanzig. Als wir schließlich beide in Südflorida landeten und das Ganze amtlich wurde, war Jennifers dreißig. Ihre Freundinnen hatten Babys. Ihr Körper sandte ihr seltsame Signale. Die einst auf ewig offen stehende Tür der Fortpflanzung schien sich langsam zu schließen. Ich lehnte mich von hinten über sie, umarmte sie und drückte ihr einen Kuss aufs Haar. Schon in Ordnung, sagte ich. Aber ich musste zugeben, dass ihre Bedenken nicht ganz aus der Luft gegriffen waren. Keiner von uns hatte jemals wirklich für etwas sorgen müssen. Klar, wir waren beide mit Haustieren aufgewachsen, doch die zählten nicht wirklich. Wir hatten ja immer gewusst, dass sich unsere Eltern um sie kümmern würden. Wir wollten beide eines Tages Kinder. Aber war einer von uns dieser Aufgabe wirklich gewachsen? Kinder waren so, so unheimlich. Sie waren hilflos und verletzlich und sahen aus, als würden sie sofort zerbrechen, wenn man sie fallen ließ. Dann hälte sich Jennys Miene plötzlich auf. Ich dachte, ein Hund wäre vielleicht gut zum Üben, sagte sie. Als wir in der Dunkelheit in Richtung Nordwesten zur Stadt hinaus fuhren, wo die Vororte von West Palm Beach in ausgedehnte Ländereien übergehen, dachte ich noch einmal über unseren Entschluss nach, einen Hund anzuschaffen. Es war eine riesige Verantwortung, besonders für zwei Menschen mit Vollzeitjob. Und doch wussten wir, worauf wir uns einließen. Als wir miteinander ausgegangen waren, lange bevor der Gedanke an Kinder aufgetaucht war, verbrachten wir Stunden damit, über unsere Haustiere zu diskutieren. Wie sehr wir sie vermissten und wie sehr wir uns wünschten, eines Tages, wenn wir ein eigenes Haus hatten und Ruhe in unser Leben eingekehrt war, wieder einen Hund zu haben. Jetzt war es soweit. Wir wohnten zusammen an einem Ort, den wir so schnell nicht wieder verlassen wollten. Und wir konnten ein Haus unser eigen nennen. Es war ein perfektes kleines Häuschen auf einem kleinen, eingezäunten Grundstück, das genau die richtige Größe für einen Hund hatte. Und die Umgebung war ebenfalls genau richtig. Ein unkonventionelles, städtisches Wohngebiet, eineinhalb Blocks vom Intercoastal Waterway entfernt, einem Binnenwasserweg, der von New Jersey bis Texas verläuft und unser Viertel West Palm Beach von der edlen Wohngegend in Palm Beach trennte. Am Fuße unserer Straße, der Churchill Road, lag ein lang gestreckter Park mit asphaltierten Wegen, der sich über Kilometer am Ufer entlang erstreckte. Ein idealer Ort zum Joggen, Radfahren und Inlineskaten. Und natürlich vor allem, um mit einem Hund spazieren zu gehen. Langsam, Dingo, sonst fahren wir noch dran vorbei. Es muss hier ganz in der Nähe sein. Wie Jenny vorausgesagt hatte, erfassten unsere Scheinwerfer bald einen Briefkasten mit der Adresse, nach der wir suchten. Ich bog in einen Schotterweg ein, der in einen großen, eingezäunten Hof mündete. Vor dem Haus stand ein Brunnen und dahinter war eine kleine Scheune zu sehen. An der Tür begrüßte uns eine Frau mittleren Alters namens Laurie. Neben ihr stand ein großer, friedlicher, hellbrauner Labrador. Das ist Lilly, die stolze Mama, sagte Laurie, nachdem wir uns vorgestellt hatten. Wir sahen, dass Lillys Bauch fünf Wochen nach der Geburt noch angeschwollen war und knieten uns beide hin. Sie begrüßte uns freundlich. Sie war genau das, was wir uns unter einem Labrador vorstellten. Gutmütig, liebenswert, sanft und atemberaubend schön. Wo ist der Vater? Fragte ich. Och, sagte die Frau und zögerte den Bruchteil einer Sekunde. Sammy Boy, er ist irgendwo draußen unterwegs. Dann fügte sie schnell hinzu. Sicher wollen Sie jetzt unbedingt die Welten sehen. Sie führte uns durch die Küche in einen Raum, der in einer Art Säuglingsstation umfunktioniert worden war. Der Boden war mit Zeitungen ausgelegt und in einer Ecke stand eine niedrige Schachtel mit alten Handtüchern. Doch all das nahmen wir nur am Rande wahr. Kein Wunder, wo doch vor uns neun kleine gelbe Welpen übereinander stolperten, während sie sich fiepend drängten, um diese fremden Leute zu begutachten. Jenny schnappte nach Luft. Meine Güte, sagte sie. Nee, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas Reizendes gesehen. Wir setzten uns auf den Boden und ließen die Welpen auf uns herumklettern, während Lilly freundlich dazwischen herumlief, mit dem Schwanz wedelte und jeden ihrer Sprösslinge mit der Schnauze anstupste, um zu sehen, ob auch alles in Ordnung war. Ich hatte mit Jenny ausgemacht, dass wir uns die Welpen nur ansehen, ein paar Fragen stellen und dann noch einmal darüber nachdenken würden, ob wir uns auch wirklich einen Hund anschaffen wollten. Das ist die erste Anzeige, auf die wir uns melden, hatte ich gesagt. Lass uns nichts überstürzen. Aber nach 30 Sekunden war mir klar, dass ich die Schlacht verloren hatte. Es stand außer Zweifel, dass vor Morgengrauen einer dieser Welpen uns gehören würde. Der Wurf bestand aus fünf Weibchen, die bis auf eines alle bereits vergeben waren, und vier Männchen. Laurie verlangte 400 Dollar für das letzte Weibchen und 375 Dollar für die Rüden. Einer der Rüden schien besonders verliebt in uns zu sein. Er war der Verspielteste von allen, rannte auf uns zu, purzelte auf unseren Schoß und kletterte an unseren Pullovern bis zum Gesicht hinauf, um uns abzuschlabbern. Er nagte mit erstaunlich scharfen Babyzähnen an unseren Fingern und tapste in schiefen Kreisen auf riesigen, lohfarbenen Pfoten um uns herum, die für den Rest seines Körpers viel zu groß waren. Den da können Sie für 350 Dollar haben, sagte Laurie. Ich hob ihn mit einer Hand hoch und sah ihm ins Gesicht. Er blickte mich mit herzerweichenden, braunen Augen an und knabberte dann an meiner Nase. Ich ließ ihn in Jennys Arm plumpsen, wo er das Gleiche mit ihr tat. Sieht aus, als würde er uns mögen, sagte ich. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Wir stellten Laurie einen Scheck über 350 Dollar aus und sie meinte, wir könnten in drei Wochen wiederkommen und unser Sonderangebot mitnehmen. Er wäre dann acht Wochen alt und entwöhnt. Wir dankten ihr, streichelten Lilly noch einmal und verabschiedeten uns. Als wir das Auto erreichten, hörten wir ein Geräusch. Es kam vom Wald her. Irgendetwas brach durchs Gehölz und schnaufte dabei sehr laut. Es klang wie aus einem Horrorstreifen. Und es kam näher. Wir erstarrten und versuchten, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Das Geräusch wurde lauter. Dann plötzlich brach das Ding wie ein Blitz auf die Lichtung hinaus und stürzte auf uns zu. Ein hellbraunes Etwas. Ein sehr großes hellbraunes Etwas. Es galoppierte, ohne anzuhalten, an uns vorbei. Ja, sogar scheinbar ohne uns zu bemerken. Und wir sahen, dass es ein großer Labrador war. Aber er hatte nichts mit der süßen Lilly gemein, mit der wir gerade im Haus geschmust hatten. Dieses Tier war tropfnass und bis zum Bauch voller Schlamm und Zweige. Die Zunge hing ihm wild an einer Seite aus dem Maul und Schaum flog von seinen Läfzen, als er an uns vorbeiraste. Dann verschwand es mit dem Getöse einer durchgehenden Büffelherde hinter dem Haus. Jenny stieß einen kleinen Schrei aus. »Ich glaube, wir haben gerade den Papa kennengelernt«, sagte ich mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Unsere erste Amtshandlung als frisch gebackene Hundebesitzer war ein Streit. Er begann auf der Heimfahrt von der Hundezüchterin und flackerte die ganze folgende Woche immer wieder auf. Wir konnten uns nicht einigen, wie wir unser Sonderangebot taufen sollten. Jenny lehnte meine Vorschläge kategorisch ab und ich die ihren. Während wir uns so stritten, wanderte Jenny gedankenlos zur Stereoanlage und drückte die Play-Taste. »Das war eine ihrer fiesen Kriegsstrategien. Wenn du zu verlieren drohst, dann lass deinen Gegner einfach auf dem Trocknen sitzen.« Aus den Lautsprechern tönte Bob Marley und das hatte sofort eine beruhigende Wirkung auf uns beide. Wir hatten den jamaikanischen Sänger erst entdeckt, als wir von Michigan nach Südflorida gezogen waren. In der Weißbrodi-Dülle des oberen Mittelwestens hatten wir eine strenge Bob Seeger- und John-Cougar-Mellencamp-Diät genossen. Aber hier in Südflorida, diesem pulsierenden Schmelztiegel, war Bob Marleys Musik auch noch ein Jahrzehnt nach seinem Tod überall zu hören. Wir hörten sie im Autoradio, wenn wir den Biscayne-Boulevard hinunterfuhren. Wir hörten sie, wenn wir in Little Havanna Kaffee tranken und in den düsteren Etablissements der Einwandererviertel westlich von Fort Lauderdale gegrilltes Hühnchen aßen. Wir hatten sie gehört, als wir zum ersten Mal Muscheln auf dem Bahamian Goombay Festival in Miami gegessen und als wir in Key West Kunst aus Haiti gekauft hatten. Und jetzt schallte unser Lieblingslied aus den Lautsprechern. Es war unser Lieblingslied, weil es so furchtbar schön war und weil es so deutlich zu uns sprach. Marleys Stimme füllte den Raum aus und wiederholte immer wieder Und im selben Moment, genau gleichzeitig, so, als hätten wir das wochenlang geübt, schrien wir beide Marley! Das ist es, rief ich. Das ist unser Name. Jenny lächelte. Ein gutes Zeichen. Ich probierte es sofort aus. Marley, hierher! Befalle ich. Marley, bleib! Guter Hund, Marley! Hey, ich glaube, das funktioniert, sagte ich dann. Jenny stimmte mir zu. Unser Streit war beigelegt. Wir hatten einen Namen für unseren Welpen. Marley. Rogans Majestic Marley of Churchill. Während wir die Tage zählten, bis wir Marley nach Hause holen konnten, begann ich mit reichlich Verspätung, Fachliteratur über Labradors zu wälzen. Ich sage mit reichlich Verspätung, weil einem in jedem Buch, das ich las, derselbe eindringliche Rat gegeben wurde, Bevor man sich einen Hund kauft, sollte man sich eingehend über die Rasse informieren, damit man auch weiß, worauf man sich einlässt. Dumm gelaufen. Betreten musste ich zugeben, dass Jenny und ich uns so gut wie gar nicht informiert hatten, bevor wir uns für einen Labrador entschieden hatten. Ein einziges Kriterium war für unsere Entscheidung für die Rasse ausschlaggebend gewesen, die Ausstrahlung. Oft hatten wir Labradors mit ihren Besitzern auf dem Radweg am Ufer bewundert. Große, tapsige, verspielte Burschen, die eine Lebensfreude versprühten, wie man sie auf dieser Welt nicht oft zu sehen bekommt. Als ich jetzt Literatur zum Thema Labradors durcharbeitete, war ich erleichtert zu erfahren, dass unsere Wahl, wie willkürlich sie auch gewesen war, nicht vollkommen abwegig zu sein schien. Die Bücher waren voll des Lobes über das liebenswerte, ausgeglichene Wesen des Labradors, seine Kinderliebe, seinen Sanftmut und seinen Eifer. Wegen ihrer Intelligenz und Ausdauer wurden diese Hunde oft im Rettungsdienst und als Blindenhunde eingesetzt. All das klang vielversprechend für einen Hund, der in einen Haushalt kommen sollte, in dem es früher oder später wahrscheinlich auch Kinder geben würde. Ein Buch schwärmte, der Labrador ist bekannt für seine Klugheit, seine Menschenliebe, Geschicklichkeit und endlose Ausdauer bei jedweder Aufgabe. Ein anderes Buch pries die große Treue dieser Rasse. All diese Qualitäten hatten den Labrador von einem reinen Jagdhund, der wegen seines Geschicks beim Aufstöbern von abgeschossenen Fasanen und Enten in eiskalten Gewässern vor allem bei der Vogeljagd eingesetzt wurde, zum beliebtesten Haustier Amerikas gemacht. Ganz zufällig waren wir also auf eine Rasse gestoßen, von der Amerika gar nicht genug bekommen konnte. Wir hatten uns für einen sicheren Gewinner entschieden. Und doch waren die Bücher voll von ominösen Warnhinweisen. Labradors waren als Arbeitshunde gezüchtet worden und hatten meistens unerschöpfliche Energie. Sie waren sehr gesellig und sollten nicht zu lange alleingelassen werden. Sie konnten stur und schwer erziehbar sein. Sie brauchten täglich reichlich Auslauf, sonst konnten sie zerstörerische Züge entwickeln. Manche Exemplare waren sehr leicht erregbar und auch für erfahrene Hundebesitzer schwer unter Kontrolle zu halten. Sie genossen eine scheinbar unendliche Welpenphase, die bis zu drei Jahre oder sogar noch länger dauern konnte. Diese lange überschäumende Jugendzeit erforderte vom Besitzer zusätzliche Geduld. Sie waren kräftig und man hatte sie über die Jahrhunderte hinweg auf Schmerz und Empfindlichkeit gezüchtet. Eine Qualität, die ihnen zugute kommt, wenn sie den Fischern im Nordatlantik halfen und in das eisige Wasser tauchten. In einem normalen Haushalt jedoch konnte genau diese Eigenschaft aus einem Labrador einen Elefanten im Porzellanladen machen. Diese großen, starken, breitschultrigen Tiere waren sich ihrer eigenen Stärke nicht immer bewusst. Und dann las ich einen Satz, der mir Angst machte. Die Eltern sind mit die besten Indikatoren für das Temperament, das ihr Welpe einmal entwickeln wird. Ein erstaunlich großer Teil des Benehmens ist erblich bedingt. Ich hatte wieder dieses schäumende, vor Dreck strotzende Ungetüm vor Augen, das an jenem Abend aus dem Wald gerast gekommen war, als wir unseren Welpen aussuchten. Großer Gott, dachte ich, und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, das Marley das Gemüt seiner Mutter geerbt hatte. Abgesehen von individuellem Erbgut haben alle reinrassigen Labradors gewisse vorhersagbare Charaktereigenschaften gemeinsam. Der American Kennel Club setzt die Standards, welche Qualitäten ein Labrador besitzen sollte. In den Standards des Clubs heißt es, Das wahre Labrador-Temperament ist genauso ein Merkmal dieser Rasse wie der sogenannte Otterschwanz. Idealerweise ist er freundlich, von offenem, lenkbarem Wesen, er will gefallen und ist weder gegen Menschen noch gegen andere Tiere aggressiv. Der Labrador ist sehr liebenswert. Seine sanfte Art, seine Klugheit und seine Anpassungsfähigkeit machen ihn zu einem idealen Hund. Ein idealer Hund. Ein größeres Lob konnte man wohl kaum aussprechen. Je mehr ich las, umso wohler fühlte ich mich mit unserer Entscheidung. Nicht einmal die Warnungen konnten mich besonders schrecken. Eine Woche bevor wir unseren Hund nach Hause holen sollten, rief Jennys Schwester Susan aus Boston an. Sie, ihr Mann und die zwei Kinder planten, in der folgenden Woche nach Disneyland zu fahren. Ob Jenny nicht auch mitkommen und ein paar Tage mit ihnen verbringen wollte. Als vernarrte Tante, die jede Gelegenheit wahrnahm, ihre Nichte und ihren Neffen zu sehen, wollte Jenny unbedingt fahren. Doch sie war hin und her gerissen. Dann bin ich nicht hier, wenn der kleine Marley nach Hause kommt, sagte sie. Du fährst, entschied ich. Ich hole den Hund ab und gewöhne ihn hier ein. Wir erwarten dich dann, wenn du zurückkommst. Ich versuchte gleichgültig zu klingen, aber in Wahrheit war ich überglücklich bei dem Gedanken, den kleinen Welpen ein paar Tage ganz für mich alleine zu haben, um eine starke Beziehung unter Männern aufzubauen. Eine Woche später brach Jenny nach Orlando auf, eine Fahrt von dreieinhalb Stunden. An diesem Abend, einem Freitag, fuhr ich nach der Arbeit zum Hof der Züchterin, um unser neues Familienmitglied abzuholen. Als Laurie mir unseren Hund herausbrachte, schnappte ich unwillkürlich nach Luft. Der kleine, wuschelige Welpe, den wir vor drei Wochen ausgesucht hatten, hatte seine Größe mehr als verdoppelt. Er kam auf mich zugestürzt und rannte mit dem Kopf voran gegen meine Knöchel, ließ sich dann zu einem Fellhaufen zusammenfallen und rollte auf den Rücken, die Pfoten in die Höhe, eine Geste, von der ich nur hoffen konnte, dass sie Unterwerfung bedeutete. Laurie muss meinen Schock gespürt haben. Er ist ganz schön gewachsen, nicht wahr? sagte sie fröhlich. Sie sollten mal sehen, wie er das Welpenfutter wegputzt. Ich beugte mich hinunter, kraulte ihm den Bauch und sagte, kannst du mit nach Hause, Marley? Es war das erste Mal, dass ich seinen Namen benutzte und es fühlte sich richtig an. Als wir zu Hause ankamen, führte ich ihn hinein und löste seine Leine. Er fing sofort an, herumzuschnüffeln und hörte erst auf, als er jeden Winkel erkundet hatte. Dann setzte er sich auf die Hinterbeine und sah mich mit schiefgelegtem Kopf an, als wollte er sagen, nicht schlecht hier, aber wo sind meine Geschwister? Die Realität seines neuen Lebens ging ihm erst auf, als es Zeit zum Schlafen gehen war. Bevor ich ihn abgeholt hatte, hatte ich ihm einen Schlafplatz in der kleinen Garage hergerichtet, die an das Haus grenzte. Wir parkten nie darin, sondern nutzten sie als Abstellkammer und Waschraum. Waschmaschine und Trockner standen hier und unser Bügelbrett. Der Raum war trocken und gemütlich und hatte eine Hintertür, die in den umzäunten Garten hinausführte. Mit seinem Betonboden und Wänden war er so gut wie unzerstörbar. »Marley«, sagte ich fröhlich, als ich ihn hineinführte, »das ist dein Zimmer.« Ich hatte Kauspielzeug verstreut und den Boden in der Mitte des Raumes mit alten Zeitungen ausgelegt. Außerdem standen eine Schüssel mit Wasser und ein Körbchen aus einem Karton mit einem alten Bettlaken darin bereit. »Und hier wirst du schlafen«, sagte ich und setzte ihn in das Körbchen. Er war eine solche Umgebung gewohnt, hatte sein Lager aber immer mit seinen Geschwistern geteilt. Jetzt schritt er sein Körbchen ab und sah mich verloren an. Ich startete den ersten Versuch, trat ins Haus zurück und schloss die Tür. Dann blieb ich stehen und lauschte. Zuerst nichts, dann ein leises, kaum hörbares Winseln und dann ein herzzerreißendes Heulen. Es klang, als würde man ihn foltern. Ich öffnete die Tür und sobald er mich sah, war er ruhig. Ich ging hinein und kraulte ihn eine Weile, dann ließ ich ihn wieder allein. Auf der anderen Seite der Tür begann ich zu zählen. Eins, zwei, drei. Er schaffte es sieben Sekunden. Dann fing das Gejaule wieder an. Wir wiederholten diesen Vorgang ein paar Mal, immer mit demselben Ergebnis. Ich dachte daran, dass er zum ersten Mal in seinem Leben allein war, in fremder Umgebung, ohne den Hauch eines hundeähnlichen Duftes um ihn herum. Er vermisste seine Mutter und seine Geschwister. Der arme kleine Kerl, wie würde mir das gefallen? Ich hielt es noch eine weitere halbe Stunde lang aus, dann ging ich zu ihm. Sobald er mich sah, hältte sich sein Gesicht auf und er schlug mit dem Schwanz gegen das Körbchen. Es war, als wollte er sagen, komm schon, spring auch rein, hier ist genug Platz. Stattdessen hob ich ihn mitsamt dem Körbchen hoch und trug ihn ins Schlafzimmer, wo ich es direkt neben unser Bett auf den Boden stellte. Ich legte mich auf den äußersten Rand der Matratze und ließ einen Arm in das Körbchen hängen. Und so, mit meiner Hand auf seiner Flanke, sodass ich spürte, wie sich sein Brustkorb hob und senkte, schliefen wir schließlich beide ein. Die folgenden drei Tage widmete ich mit größter Begeisterung unserem Welpen. Ich legte mich zu ihm auf den Boden und ließ ihn auf mir herumklettern. Ich raufte mit ihm. Wir spielten Tauziehen mit einem alten Handtuch und ich war verwundert, wie stark er schon war. Jede halbe Stunde ließ ich ihn in den Garten hinaus. Wenn ihm mal ein Unglück im Haus passierte, schimpfte ich ihn aus. Wenn er draußen pinkelte, legte ich meine Wange an seine und lobte ihn überschwänglich. Und wenn er einen Haufen in den Garten gesetzt hatte, führte ich mich auf, als hätte er für mich sechs Richtige im Lotto gewonnen. Als Jenny nach Hause kam, warf sie sich ebenfalls mit Begeisterung auf ihn. Es war erstaunlich. Im Laufe der Tage entdeckte ich an meiner Frau eine sanfte, fürsorgliche Seite, die ich bisher nicht gekannt hatte. Sie trug ihn auf dem Arm, streichelte ihn, sie spielte mit ihm, sie war immer um ihn herum. Sie kämmte auf der Suche nach Flöhen und Zecken jedes Haar seines Fells einzeln durch. Und jede Nacht stand sie alle paar Stunden auf, um ihn hinauszulassen. Es war ihr Verdienst, dass er schon nach wenigen Wochen stubenrein wurde. Marley wuchs beängstigend schnell. Wie eine dieser faszinierenden Dschungelpflanzen, die ein Haus in wenigen Stunden überwuchern können, breitete er sich exponentiell in alle Richtungen aus. Jeden Tag war er ein bisschen länger, dicker, größer und schwerer. Als ich ihn abgeholt hatte, hatte er neuneinhalb Kilo gewogen. Nach wenigen Wochen brachte er schon 22 auf die Waage. Seine Pfoten waren enorm, seine Flanken bereits gut bemuskelt und seine Brust beinahe so breit wie ein Bulldozer. Und wie die Bücher es vorausgesagt hatten, wurde sein dünner Welpenschwanz bald so dick und kräftig wie der eines Otters. Was war das für eine Rute! Jeder Gegenstand in unserem Haus, der sich auf Kniehöhe oder darunter befand, wurde von Marleys wildwedelnder Waffe niedergemäht. Er räumte Kaffeetische ab, verteilte Zeitungen über den Boden, stieß gerahmte Fotos von Regalen, schleuderte Bierflaschen und Weingläser durch die Gegend. Er schaffte sogar eine Scheibe in der Fenstertür. Am allermeisten wedelte er, wenn er etwas im Maul hatte. Es war immer dasselbe Spiel. Er packte den nächstliegenden Gegenstand, einen Schuh, ein Kissen oder einen Stift, ganz egal, und rannte damit davon. Eine kleine Stimme in seinem Kopf schien ihm zuzuflüstern. »Lance, schnapp es dir, sabber es voll, lauf!« Manche Gegenstände waren klein genug, um sie ganz ins Maul zu nehmen, und das machte ihm besonders großen Spaß. Er schien dann zu denken, er hätte uns übers Ohr gehauen. Aber Marleys war ein miserabler Pokerspieler. Wenn er etwas ausgefressen hatte, konnte er seine Freude nicht verbergen. Lebhaft war er immer. In solchen Momenten jedoch explodierte er förmlich in einem wahnsinnigen Anfall von Bewegungsdrang, als hätte ihn etwas gebissen. Sein Körper bebte, sein Kopf wackelte hin und her und sein ganzes Hinterteil wiegte sich in einer Art spastischem Tanz. Wir nannten das den Marley-Mambo. »Okay, was ist es diesmal?« fragte ich ihn dann immer, und wenn ich auf ihn zukam, wich er aus, wedelte mit tänzelnden Hüften durchs Zimmer und warf den Kopf wie ein wierendes Fohlen. Er war so überglücklich über seine verbotene Beute, dass er sich kaum halten konnte. Wenn ich ihn endlich in eine Ecke getrieben hatte und ihm das Maul öffnete, verließ ich das Feld nie mit leeren Händen. Irgendetwas hatte er immer aus dem Müll gezogen oder auf dem Boden gefunden oder als er größer wurde, direkt vom Esstisch geklaut. Papiertaschentücher, Kassenzettel, Weinkorken, Lesezeichen, Schachfiguren, Schraubverschlüsse. Unser Hund war wie ein Wertstoffhof. Eines Tages drückte ich seinen Kiefer auseinander, spähte hinein und fand meinen Gehaltszettel an seinem Gaumen kleben. Schon nach wenigen Wochen konnten wir uns nicht mehr daran erinnern, wie das Leben ohne unseren neuen Mitbewohner ausgesehen hatte. Wir hatten schnell zu einer Routine gefunden. Und je wohler wir uns mit unserem neuen Familienmitglied fühlten, desto wohler fühlten wir uns auch beim Thema Nachwuchs. Wenige Wochen, nachdem wir Marley geholt hatten, setzten wir alle Verhütungsmethoden ab. Das bedeutete nicht, dass wir uns dafür entschieden hatten, schwanger zu werden. Für zwei Leute, die ihr Leben der Unentschlossenheit geweiht hatten, wäre das zu viel verlangt gewesen. Jenny verstaute einfach ihre Pillenpackung im Arzneischrank und dachte nicht mehr daran. Einheimische werden Ihnen erzählen, dass es in Südflorida vier Jahreszeiten gibt. Die Unterschiede wären nur fein, geben Sie zu, aber es gibt dennoch vier verschiedene Jahreszeiten. Glauben Sie das nicht. Es gibt nur zwei. Die warme, trockene Jahreszeit und die heiße Feuchte. Ungefähr um die Zeit, als über Nacht die tropische Hitze wiederkam, wachten wir eines Morgens auf und entdeckten, dass unser Welpe kein Welpe mehr war. So schnell wie sich der Winter in einen heißen Sommer verwandelt hatte, war aus Marley ein schlachsiger, junger Hund geworden. Nach fünf Monaten füllte sein Körper nun die vielen Falten seines vormals viel zu großen, hellbraunen Fells aus. Seine riesigen Pfoten wirkten nicht mehr so überdimensioniert. Seine spitzen Babyzähne waren imponierenden Hauern gewichen, die ein Frisbee oder einen nagelneuen Lederschuh mit ein paar schnellen Bissen zerstören konnten. Das Tendre seines Bellens hatte sich in ein einschüchterndes Dröhnen verwandelt. Wenn er auf den Hinterbeinen stand und wie ein russischer Zirkusbär herumtapste, was er oft tat, konnte er mir seine Vorderpfoten auf die Schultern legen und mir in die Augen sehen. Wir waren nicht die einzigen, die die Verwandlung bemerkten. An der Art, wie Fremde ihm aus dem Weg gingen und zurückwichen, wenn er auf sie zukam, merkten wir, dass sie ihn nicht länger als harmlosen Welpen ansahen. In ihren Augen musste man sich nun vor ihm fürchten. Unsere Haustür hatte auf Augenhöhe ein kleines längliches Fenster. Marley liebte Besuch. Und jedes Mal, wenn es an der Tür klingelte, schoss er durchs Haus, machte in der Diele eine Vollbremsung, schlitterte über den Holzboden, schleuderte dabei die kleinen Dielenteppiche durch die Luft und kam erst mit einem lauten Aufprall gegen die Tür zum Stehen. Dann stellte er sich auf die Hinterbeine, bellte laut und sein großer Kopf füllte das ganze Türfenster aus, sodass er demjenigen, der vor der Tür stand, direkt in die Augen sah. Für Marley, der sich als unser Begrüßungspersonal ansah, war das ein fröhliches Ritual. Für Vertreter, Postboten und alle anderen, die ihn nicht kannten, jedoch war es, als wäre Kujo direkt aus dem Stephen King Roman gesprungen und nun stand nur noch eine Holztür zwischen ihnen und der erbarmungslosen Bestie. Viele Fremde traten überstürzt den Rückzug auf die Einfahrt an, wenn sie Marleys kläffende Fratze im Fenster sahen und warteten dort, bis einer von uns zur Tür kam. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Unser Wohnblock diente als Puffer zwischen dem wenig einladenden South Dixie Highway und den noblen Villen unten am Wasser. Der Dixie Highway war die frühere US-1, die an Floridas östlicher Küste entlang führte und als Hauptverbindungsstrecke nach Miami diente, bevor die Interstate gebaut wurde. Sie war fünfspurig, zwei Spuren in jede Richtung, mit einem gemeinsamen Mittelstreifen und gesäumt von leicht heruntergekommenen, unansehnlichen Supermärkten, Tankstellen, Obstständen, Poststationen, Schnellrestaurants und zwielichtigen Motels aus einer längst vergangenen Zeit. An der Kreuzung von Dixie Highway und Churchill Road gab es einen Schnapsladen, einen Rund-um-die-Uhr-Supermarkt, einen Importshop mit dicken Gittern vor den Fenstern und eine Wäscherei, in der die ganze Nacht über Leute waren und oft braune Tüten mit leeren Flaschen hinterließen. Unser Haus stand in der Mitte dieses Blocks, acht Türen von jener Kreuzung entfernt. Das Viertel schien uns ungefährlich, doch man erzählte sich auch so manche Geschichte. Gegenstände, die man im Garten stehen ließ, verschwanden und einmal stahl jemand während einer längeren Kälteperiode unser Brennholz, das sich an der Hauswand aufgestapelt hatte. Eines Sonntags frühstückten wir in unserem Lieblingscafé und saßen dabei an unserem üblichen Tisch am Fenster, als Jenny auf ein Einschussloch in der Fensterscheibe deutete, auf Kopfhöhe und trocken bemerkte, das war letztes Mal noch nicht da. Am beunruhigendsten war, was wir über das Haus schräg gegenüber hörten. Nur wenige Monate vor unserem Einzug war dort ein Mord passiert und nicht irgendein Raubmord, sondern eine scheußlich grausame Geschichte mit einer invaliden Witwe und einer Kettensäge. Die Sache war durch alle Zeitungen gegangen und noch ehe wir einzogen, waren uns alle Einzelheiten bekannt gewesen. Alle Einzelheiten bis auf den Ort des Geschehens. Und jetzt lebten wir also schräg gegenüber vom Tatort. Das Opfer war eine pensionierte Lehrerin namens Ruth Ann Niedermeyer gewesen. Sie hatte allein in dem Haus gewohnt. Nach einer Hüftoperation hatte sie eine Krankenschwester angestellt, eine fatale Entscheidung, wie sich herausstellte. Wie die Polizei später beweisen konnte, hatte die Schwester der alten Dame Schecks gestohlen und ihre Unterschrift gefälscht. Die alte Dame war gebrechlich, aber geistig noch fit gewesen. Und sie hatte die Krankenschwester auf die fehlenden Schecks und die unerklärlichen Abbuchungen auf ihrem Konto angesprochen. Die Schwester geriet in Panik und erschlug die alte Dame. Dann rief sie ihren Freund an, der mit einer Kettensäge anrückte und ihr half, die Leiche in der Badewanne zu zerstückeln. Zusammen packten sie dann die Leichenteile in einen großen Koffer, spülten das Blut der Frau aus der Badewanne und fuhren davon. Mehrere Tage lang blieb das Verschwinden von Mrs. Niedermeyer ein Rätsel, wie uns unsere Nachbarn später erzählten. Das Geheimnis konnte erst gelüftet werden, als ein Mann bei der Polizei anrief und von einem furchtbaren Gestank in seiner Garage berichtete. Die Beamten entdeckten daraufhin den Koffer und seinen grausigen Inhalt. Als die Polizei ihn fragte, wie der Koffer in seine Garage gekommen war, sagte er den Beamten die Wahrheit. Seine Tochter hatte ihn gefragt, ob sie ihn bei ihm unterstellen konnte. Obwohl der grausame Mord an Mrs. Niedermeyer das spektakulärste war, was je in unserem Viertel passiert war, hatte niemand uns gegenüber auch nur ein Wort davon erwähnt, als wir uns anschickten, unser Haus zu kaufen. Weder der Makler noch der Vorbesitzer, weder der Notar noch der Gutachter. In unserer ersten Woche im neuen Haus kamen die Nachbarn mit Keksen und einem Schmorbraten vorbei und erzählten uns alles. Als wir an diesem Abend in unserem Bett lagen, konnten wir gar nicht anders als daran denken, dass nur wenige hundert Meter von unserem Schlafzimmerfenster entfernt eine wehrlose Witwe in Stücke gesägt worden war. Es war ein Unglück, sagten wir uns. Etwas, das uns niemals passieren konnte. Trotzdem konnten wir nicht an dem Haus vorbeigehen oder auch nur aus unserem Fenster schauen, ohne daran zu denken, was dort geschehen war. Irgendwie vermittelte es uns eine gewisse Sicherheit, Marley bei uns zu haben und zu sehen, wie viel Respekt die Leute vor ihm hatten. Er war ein großer, liebenswerter Tollpatsch von einem Hund, dessen Verteidigungsstrategie gegen alle Eindringlinge sicher darin bestanden hätte, sie zu Tode zu lecken. Doch das brauchten die Herumtreiber und Räuber da draußen ja nicht zu wissen. Für sie war er groß, stark und auf unberechenbare Weise verrückt. Das gefiel uns. Als Marley knapp sechs Monate alt war, meldeten wir ihn in einer Hundeschule an. Das war mehr als notwendig. Unser Tierarzt empfahl uns einen Hundeklub im Ort, der jeden Dienstagabend auf dem Parkplatz hinter dem Zeughaus einen Gehorsamkeitsgrundkurs anbot. Er wurde von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Clubs abgehalten, engagierte Amateure, die zweifelsohne ihren eigenen Hunden bereits die höheren Weihen guten Benehmens beigebracht hatten. Der Kurs dauerte acht Stunden und kostete 50 Dollar. Für unsere Begriffe eine lächerliche Summe, wenn man daran dachte, dass Marley den Wert von 50 Dollar in Form von einem Paar Schuhe innerhalb von 30 Sekunden vernichten konnte. Und der Kurs versprach, dass wir nach der Abschlussprüfung mit Lessie der Zweiten nach Hause gehen würden. Bei der Anmeldung trafen wir die Dame, die unseren Kurs leiten würde. Sie war eine strenge, ernsthafte Hundetrainerin, die die Meinung vertrat, dass es keine unerziehbaren Hunde gab, sondern nur inkonsequente, unfähige Besitzer. Die erste Stunde schien ihren Standpunkt zu untermauern. Noch ehe wir aus dem Auto gestiegen waren, entdeckte Marley die anderen Hunde, die mit ihren Besitzern über den Asphalt liefen. Eine Party! Er sprang über uns hinweg aus dem Auto und weg war er, die Leine hinter sich herziehend. Dann schoss er von einem Hund zum nächsten, beschnüffelte sie an allen unziemlichen Stellen, markierte und schleuderte große Sabberflocken durch die Luft. Für Marley war das Ganze ein Fest der Düfte. So viele Geschlechtsteile, so wenig Zeit. Und er nutzte die Gunst der Stunde, wobei er sich immer genau außerhalb meiner Reichweite hielt, während ich hinter ihm herjagte. Immer wenn ich ihn beinahe erwischt hatte, machte er wieder einen Satz nach vorne. Schließlich kam ich nahe genug heran, um mit einem gigantischen Sprung mit beiden Füßen auf seiner Leine zu landen. Das brachte ihn so ruckartig zum Stehen, dass ich im ersten Moment dachte, ich hätte ihm das Genick gebrochen. Er wurde umgerissen, landete auf dem Hinterteil, warf sich herum und sah mich völlig entgeistert an. Inzwischen starrte uns die Hundetrainerin mit einem Blick an, der Vernichtender nicht hätte sein können, wenn ich mir die Kleider vom Leib gerissen und nackt über den Parkplatz getanzt wäre. Bitte begeben Sie sich auf Ihren Platz, sagte sie förmlich. Und als sie sah, wie Jenny und ich gemeinsam versuchten, Marley an seinen Platz zu zerren, fügte sie hinzu, Sie müssen sich entscheiden, wer von Ihnen beiden die Funktion des Trainers übernimmt. Ich setzte zu der Erklärung an, dass wir beide teilnehmen wollten, damit wir beide zu Hause mit ihm üben konnten. Aber sie unterbrach mich. Ein Hund kann nur einem Herrn gehorchen, sagte sie bestimmt. Ich wollte protestieren, doch sie brachte mich mit einem strengen Blick zum Schweigen. Wahrscheinlich schüchterte sie damit auch die Hunde ein. Und ich zog wie ein begossener Pudel mit eingezogenem Schwanz vom Feld und überließ Trainerin Jenny das Kommando. Wahrscheinlich war das ein Fehler. Marley war inzwischen beträchtlich stärker als Jenny. Und das wusste er. Miss Dominatrix hatte gerade zu ihrer Einführungsrede angesetzt, in der sie erklärte, wie wichtig es sei, gegenüber Haustieren eine Führungsposition einzunehmen. Da beschloss Marley, dass der Pudel auf der anderen Seite der Klasse einen näheren Blick wert war. Mit Jenny an der Leine stürzte er los. Alle anderen Hunde saßen brav neben ihren Herrchen und Frauchen, hielten gebührend Abstand voneinander und warteten auf weitere Befehle. Jenny kämpfte verzweifelt um festen Halt unter den Füßen, um Marley zu stoppen. Doch er galoppierte unbeeindruckt weiter und zog sie, versessen aufs Pudelschnüffeln, quer über den Parkplatz. Meine Frau hatte erstaunliche Ähnlichkeit mit einer Wasserskiläuferin, die von einem Motorboot gezogen wird. Alle starrten sie an. Einige kicherten. Ich hielt mir die Augen zu. Marley war kein Freund von langwierigen Höflichkeiten. Er rannte die Pudeldame um und klemmte sofort seine Nase zwischen ihre Beine. Das war wohl die Art und Weise, wie ein Hund fragt, »Hi, bist du öfter hier?« Nachdem Marley den Pudel ausführlich untersucht hatte, gelang es Jenny endlich, ihn an seinen Platz zurückzuziehen. Miss Dominatrix gab mit ruhiger Stimme bekannt, »Dies, meine Damen und Herren, ist ein hervorragendes Beispiel für einen Hund, dem man gestattet hat zu denken, er sei das Alphatier seines Rudels. Im Moment hat er das Sagen.« Wie, um das zu bestätigen, begann Marley wie wild seinen Schwanz zu jagen, drehte sich dabei um die eigene Achse, schnappte in die Luft und wickelte die Leine so um Jennys Knöchel, bis sie sich nicht mehr rühren konnte. Ich litt mit Jenny und war trotzdem froh, dass ich nicht an ihrer Stelle war. Die Trainerin begann mit den Lektionen Sitz und Platz. Jenny befahl Marley mit strenger Stimme, »Sitz!« Und Marley sprang auf und legte ihr die Pfoten auf die Schultern. Sie drückte seinen Hinterteil auf den Boden, und er rollte sich herum, damit sie ihn am Bauch kraulen konnte. Sie versuchte, ihn an seinen Platz zu ziehen, und er schnappte sich die Leine mit den Zähnen und schüttelte den Kopf wild hin und her, als würde er mit einer Python kämpfen. Ich konnte es nicht mit ansehen. Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich, wie Jenny Beuchlings auf dem Boden lag. Marley stand über ihr und hechelte fröhlich, Später erklärte sie mir, sie hätte ihm zeigen wollen, wie man das Kommando Platz korrekt ausführt. Als die Stunde zu Ende war und Jenny mit Marley zu mir kam, fing Miss Dominatrix uns ab. »Sie müssen dieses Tier wirklich unter Kontrolle bringen,« sagte sie spöttisch. »Oh, vielen Dank für diesen wertvollen Rat, und dabei hatten wir uns eigentlich nur angemeldet, damit die anderen Teilnehmer etwas zu lachen haben.« Keiner von uns sagte ein Wort. »Wir gingen nur niedergeschlagen zu unserem Auto und fuhren schweigend nach Hause.« Nur Marleys lautes Hecheln war zu hören, als er versuchte, sich von der Aufregung seiner ersten Erfahrung mit einer Hundeschule zu erholen. Schließlich sagte ich, »Eines ist sicher. Er geht gern zur Schule.« Eine Woche später waren Marley und ich wieder dort, diesmal ohne Jenny. Als ich angedeutet hatte, dass ich wahrscheinlich noch am ehesten Marleys Vorstellung von einem Alphatier entsprach, hatte sie ihren vorläufigen Titel als Frauchen und Befehlshaberin mit Freuden aufgegeben und geschworen, sich nie wieder in der Öffentlichkeit blicken zu lassen. Bevor wir das Haus verließen, schubste ich Marley auf den Rücken, stellte mich über ihn und knurrte mit meiner einschüchternsten Stimme, »Ich bin der Boss.« »Du bist nicht der Boss. Ich bin der Boss.« »Verstanden, Alpha-Hund?« Er schlug mit dem Schwanz auf den Boden und versuchte, meine Handgelenke anzuknabbern. Diesmal stand der Befehl bei Fuß auf dem Plan. Eine Lektion, die mir besonders wichtig war. Ich war es leid, auf jedem Spaziergang, bei jedem Schritt mit Marley zu kämpfen. Er hatte Jenny schon einmal zu Boden gerissen, als er einer Katze hinterherjagen wollte. Dabei hatte sie sich die Knie aufgeschlagen. Es war höchste Zeit, dass er lernte, anständig an unserer Seite zu laufen. Ich zerrte ihn an allen anderen Hunden vorbei an unseren Platz. Miss Dominatrix gab jedem von uns eine kurze Kette mit je einem Ring an beiden Enden. Das wären spezielle Halsbänder, erklärte sie uns, mit denen wir unsere Hunde dazu bringen würden, brav bei Fuß zu gehen. Das Halsband war genial einfach konstruiert. Wenn sich der Hund gut benahm und an der Seite seines Herrchens blieb, sodass die Leine Spiel hatte, dann hing ihm die Kette einfach nur locker um den Hals. Wenn er jedoch einen Satz nach vorne machte oder zur Seite zerrte, dann zog sich die Kette wie eine Schlinge zu und brachte den Hund so dazu, zu gehorchen. Unsere Trainerin versprach, dass die Hunde schnell lernen würden, dass ihnen bei Ungehorsam die Luft knapp wurde. Nicht ganz fair, aber eine tolle Erfindung, dachte ich. Ich wollte die Kette über Marleys Kopf ziehen, aber er war schneller und schnappte mit den Zähnen danach. Ich zwang ihm die Kiefer auseinander, um das Halsband herauszuziehen. Wieder schnappte er danach. Alle anderen Hunde hatten bereits ihre Halsbänder um. Alle warteten. Ich packte Marleys Schnauze mit einer Hand und versuchte mit der anderen, ihm die Kette überzuwerfen. Er sprang wieder zurück und wandte sich, um sein Maul wieder freizubekommen und diese geheimnisvolle silberne Schlange erneut anzugreifen. Endlich schaffte ich es, ihm die Kette über den Kopf zu ziehen. Er ließ sich zu Boden fallen, schnappte wild um sich, streckte die Pfoten in die Luft und warf den Kopf hin und her, bis es ihm wieder gelang, die Kette zwischen die Zähne zu bekommen. Ich sah die Trainerin an. Er mag die Kette, sagte ich. Wie befohlen ließ ich Marle aufstehen und nahm ihm die Kette aus dem Maul. Dann drückte ich ihm wie befohlen das Hinterteil auf den Boden und stellte mich neben ihn, mein linkes Bein an seiner rechten Schulter. Wenn die Trainerin bis drei gezählt hatte, sollte ich dem Befehl Marley bei Fuß geben und einen Schritt mit dem linken, auf keinen Fall mit dem rechten, Fuß machen. Wenn er vom Kurs abwich, würden ihn kleine Korrekturen in Form von einem festen, kurzen Ziehen an der Leine wieder in die richtige Position bringen. Miss Dominatrix gab das Kommando. Eins, zwei. Marley zitterte vor Erregung. Das glänzende Ding um seinen Hals brachte ihn auf Hochtouren. Drei. Marley, bei Fuß, befahl ich. Sobald ich den ersten Schritt machte, startete er durch wie ein Kampfflugzeug vom Flugzeugträger. Ich zog ihn fest an der Leine zurück und er gab ein furchtbares Husten des Japsen von sich, als ich die Kette um seinen Hals enger zog. Er sprang kurz zurück. Doch sobald sich die Kette wieder lockerte, hatte er das Würgen schon wieder vergessen. Der winzige Teil seines Gehirns, der dafür zuständig war, aus Erfahrung zu lernen, hatte mit dieser Episode längst abgeschlossen. Wieder sprang er nach vorne. Ich zog an der Leine und er japste wieder. So arbeiteten wir uns langsam über den ganzen Parkplatz vor. Marley zerrte nach vorne, ich zerrte ihn zurück. Jedes Mal ein wenig heftiger. Er hustete und hechelte. Ich ächzte und schwitzte. Halten Sie den Hund zurück, rief die Trainerin. Ich versuchte es mit aller Kraft, aber die Botschaft kam einfach nicht bei Marley an und ich hatte Angst, er würde sie strangulieren, ehe er das Prinzip verstanden hatte. Inzwischen liefen die anderen Hunde schon brav an der Seite ihrer Herrchen und Frauchen und reagierten bereits auf feine Hilfen, genau wie die Trainerin es vorausgesagt hatte. Verdammt nochmal, Marley, zischte ich. Unsere Familienehre steht auf dem Spiel. Die Trainerin befahl den Teilnehmern, sich in einer Reihe aufzustellen und es noch einmal zu versuchen. Und wieder taumelte Marley wie betrunken über den Parkplatz, die Augen weit aufgerissen und nach Luft ringend. Am anderen Ende des Parkplatzes nannte uns die Trainerin ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Kommen Sie, sagte sie ungeduldig. Ich zeig's Ihnen. Ich gab ihr die Leine und sie zerrte Marley erfolgreich in die Startposition. Als sie ihm den Befehl zum Hinsetzen gab, zog sie fest am Halsband. Tatsächlich sank er auf seine Hinterbeine und sah konzentriert zu ihr auf. Verdammt! Mit einem Ruck an der Leine setzte sich Miss Dominatrix in Bewegung. Doch fast augenblicklich jagte Marley los, als würde er den führenden Schlitten in einem Hunderennen ziehen. Die Trainerin nahm ihn hart zurück und brachte ihn damit aus dem Gleichgewicht. Er stolperte, keuchte und machte dann einen weiteren Satz nach vorne. Es sah aus, als würde er ihr den Arm ausreißen. Eigentlich hätte es mir peinlich sein sollen, aber irgendwie empfand ich eine gewisse Genugtuung. Sie hatte kein bisschen mehr Erfolg als ich. Meine Klassenkameraden kicherten und ich strahlte vor perversem Stolz. Schaut her, mein Hund benimmt sich bei jedem so daneben, nicht nur bei mir. Jetzt, wo nicht ich, sondern jemand anders sich lächerlich machte, musste ich zugeben, dass die Szene ziemlich witzig war. Als die beiden endlich das andere Ende des Parkplatzes erreicht hatten und zu uns zurückgetaumelt kamen, kochte Miss Dominatrix verständlicherweise vor Wut. Marley war außer sich vor Freude. Die Trainerin zog wütend an der Leine und Marley mit Schaum vor dem Maul sprang noch wilder vorwärts. Ganz offensichtlich machte ihm dieses neue Tauziehen-Spiel Spaß, zu dem ihn diese fremde Dame aufforderte. Als er mich sah, trat er aufs Gaspedal. Mit einem beinahe übernatürlichen Adrenalinstoß warf er sich in meine Richtung und zwang Miss Dominatrix so zu einem ordentlichen Spurt, wenn sie nicht den Boden unter den Füßen verlieren wollte. Marley hielt erst an, als er sich voller Begeisterung auf mich warf. Miss Dominatrix sah mich mit einem vernichtenden Blick an. Es war klar, dass ich eine Grenze überschritten hatte und dass es kein Zurück mehr gab. Marley hatte alles, was sie über Hunde und Disziplin gesagt hatte, lächerlich gemacht. Er hatte sie in aller Öffentlichkeit blamiert. Sie gab mir die Leine zurück und wandte sich wieder an die übrigen Teilnehmer, als hätte diese unglückliche kleine Episode niemals stattgefunden. Okay, Leute, auf drei! Als die Stunde vorbei war, bat sie mich noch einen Moment zu bleiben. Ich wartete mit Marley, während sie geduldig Fragen von anderen Teilnehmern beantwortete. Als der Letzte gegangen war, warnte sie sich an mich und sagte in erstaunlich versöhnlichem Ton, ich glaube, ihr Hund ist noch ein bisschen zu jung für strukturierten Gehorsamsunterricht. Ja, er ist wirklich nicht einfach, nicht wahr? sagte ich und fühlte mich wie ihr Bündnispartner, jetzt, wo wir dieselbe peinliche Erfahrung gemacht hatten. Er ist einfach noch nicht so weit, sagte sie. Er muss erst noch ein wenig erwachsen werden. Langsam ahnte ich, was sie mir damit sagen wollte. Wollen sie etwa sagen, er stört die anderen Hunde, dass sie er ist einfach zu leicht erregbar, uns aus dem Kurs werfen? Sie können in sechs bis acht Monaten gerne wiederkommen. Sie werfen uns also raus? Ich zahle Ihnen gerne Ihre Kursgebühren zurück. Sie werfen uns raus? Ja, sagte sie endlich. Ich werfe Sie raus. Als ob er sie verstanden hätte, hob Marley das Bein und verfehlte den Schuh seiner geliebten Trainerin nur um wenige Zentimeter. Manchmal muss man erst wütend werden, ehe man etwas ernsthaft angeht. Miss Dominatrix hatte mich wütend gemacht. Ich besaß einen wunderschönen, reinrassigen Labrador. Ein stolzes Exemplar jener Rasse, die berühmt war für ihre Fähigkeit, Blinde zu führen, Katastrophenopfer zu retten, mit Jägern zu arbeiten und Fische aus schäumenden Wellen zu fangen. Und all das mit Gelassenheit und Klugheit. Wie konnte sie es wagen, ihn nach nur zwei Unterrichtsstunden aus dem Kurs zu werfen? Auch wenn er etwas lebhafter war, er meinte es doch nur gut. Ich würde dieser unerträglichen, aufgeblasenen Person beweisen, dass Grogans Majestic Marley of Churchill kein Versager war. Wir würden uns in Westminster wiedersehen. Schon am nächsten Morgen nahm ich Marley mit in unseren Garten. Niemand schmeißt die Grogan-Jungs aus dem Kurs, erklärte ich ihm. Unerziehbar? Wir werden ja sehen, wer hier unerziehbar ist, habe ich recht? Er sprang auf und ab. Wir schaffen das, Marley, oder? Er wedelte mit dem Schwanz. Ich kann dich nicht hören. Schaffen wir das? Er bellte. Das klingt schon besser. An die Arbeit. Wir fingen mit dem Kommando Sitz an. Ich hatte das seit seinem frühen Welpenalter mit ihm geübt. Und er war schon ganz gut darin. Ich baute mich vor ihm auf und starrte ihn an, wie nur Alphatiere es tun. Dann befahl ich ihm mit ruhiger, aber fester Stimme, sich hinzusetzen. Er setzte sich hin. Ich lobte ihn. Wir wiederholten diese Übung einige Male. Dann gingen wir zu dem Befehl Platz über. Aber... Auch das hatte ich schon mit ihm geübt. Er starrte mich aufmerksam an, reckte in freudiger Erwartung meines Befehls den Kopf vor. Ich hob langsam die Hand und behielt sie oben, während er auf den Befehl wartete. Dann deutete ich in einer scharfen Bewegung auf den Boden, schnippte gleichzeitig mit den Fingern und sagte Platz. Marley fiel in sich zusammen und landete mit einem Plumps auf dem Boden. Er hätte sich vermutlich nicht vehementer auf den Boden geworfen, wenn hinter ihm eine Granate hochgegangen wäre. Jenny, die mit ihrem Kaffee auf der Veranda saß, hatte uns zugesehen und rief Bravo! Nachdem wir auch diese Übung ein paar Mal wiederholt hatten, beschloss ich, die nächste Herausforderung anzugehen, auf Kommando herkommen. Das war schwierig für Marley. Das Problem war nicht das Kommen. Er konnte einfach nicht auf seinem Platz warten, bis wir ihn riefen. Unser konzentrationsschwacher Hund war so ängstlich darauf bedacht, nicht von unserer Seite zu weichen, dass er nicht still sitzen konnte, wenn wir uns von ihm entfernten. Ich befahl ihm, sich vor mich hinzusetzen und sah ihm in die Augen. Als wir uns so anstarrten, hob ich meine Handfläche und hielt sie vor mich wie ein Schülerlotse seine Kelle. Bleib, sagte ich und machte einen Schritt zurück. Er erstarrte, sah mich ängstlich an und wartete auf das kleinste Zeichen, das er mir folgen durfte. Als ich vier Schritte gegangen war, hielt er es nicht länger aus. Er sprang los und stürzte sich auf mich. Ich ermahnte ihn und versuchte es noch einmal und noch einmal und noch einmal. Jedes Mal ließ er mich ein wenig weiter fortgehen, ehe er losstürzte. Schließlich stand ich ungefähr zehn Meter von ihm entfernt, die Hand vor mir ausgestreckt. Ich wartete. Er saß wie angewachsen auf seinem Platz und bebte vor Erwartung am ganzen Körper. Ich konnte sehen, wie seine Nervosität wuchs. Er glich einem Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Aber er hielt durch. Ich zählte bis zehn. Er rührte sich nicht. Sein Blick war starr auf mich gerichtet, seine Muskeln angespannt. Okay. Genug der Quälerei, dachte ich. Ich ließ meine Hand fallen und rief, Male, hierher! Als er nach vorne schoss, ging ich in die Hocke und klatschte in die Hände, um ihn anzufeuern. Ich dachte, er würde einfach nur wie wild durch den Garten jagen. Doch er kam direkt auf mich zu. Perfekt, dachte ich. Na los, Junge, rief ich. Komm her! Und er kam. Er raste direkt auf mich zu. Langsam, Junge, rief ich. Er raste weiter auf mich zu. Langsam! Er hatte diesen leeren, verrückten Ausdruck im Gesicht. Und in dem Augenblick vor dem Zusammenprall wurde mir klar, dass der Lotse die Brücke verlassen hatte. Er glich einer Büffelherde. Ich hatte gerade noch Zeit für einen letzten Befehl. Stopp! brüllte ich. Bumm! Er rammte mich mit unverminderter Geschwindigkeit und warf mich zu Boden. Ich schlug hart auf. Als ich meine Augen ein paar Sekunden später wieder öffnete, stand er über mir, Brust an Brust, und leckte mir wild das Gesicht ab. Wie war ich, Boss? schien er zu fragen. Eigentlich hatte er nur genau meine Anweisung befolgt. Schließlich hatte ich nichts davon gesagt, dass er stehen bleiben sollte, wenn er bei mir ankam. Auftrag ausgeführt, stöhnte ich. Jenny hatte uns vom Küchenfenster aus beobachtet und rief, ich muss los. Wenn ihr zwei da draußen fertig seid, vergiss nicht, die Fenster zuzumachen. Es soll heute Nachmittag regnen. Ich gab meinem Rugbyhund einen kleinen Imbiss, dann duschte ich und ging zur Arbeit. Als ich am Abend nach Hause kam, wartete Jenny an der Haustür auf mich und ich konnte sehen, dass sie sauer war. Schau mal in die Garage, sagte sie. Als ich die Tür öffnete, sah ich zuerst Marley, der zerknirscht auf dem Boden lag. Ich bemerkte auf den ersten Blick, dass etwas mit seiner Schnauze und seinen Pfoten nicht stimmte. Sie waren dunkelbraun, voll angetrocknetem Blut. Dann sah ich mich weiter um und mir stockte der Atem. Die Garage, unser unzerstörbarer Bunker, war ein einziges Chaos. Der Teppich war zerfetzt, die Farbe von den Betonwänden gekratzt und das Bügelbrett umgeworfen. Sein Bezug hing in Fetzen herunter. Auch die Tür, in der ich nun stand, hatte es übel erwischt. Sie sah aus, als hätte man sie mit einem Häcksler bearbeitet. Im Umkreis von zwei Metern lagen Holzsplitter auf dem Boden. Marley hatte sich durch die halbe Tür gefressen. Am unteren Ende klaffte ein Loch. An der Wand klebte Blut, wo Marley sich Schnauze und Pfoten wund gerieben hatte. Verdammt, murmelte ich, mehr erschrocken als ärgerlich. Unwillkürlich musste ich an die arme Mrs. Niedermeier und den Kettensägenmord gegenüber denken. Ich hatte das Gefühl, mitten am Tatort zu stehen. Hinter mir hörte ich Jennys Stimme. Als ich heute Mittag zum Essen nach Hause kam, war noch alles in Ordnung, sagte sie. Aber es hat schon nach Regen ausgesehen. Nachdem sie wieder zur Arbeit gefahren war, war ein furchtbares Gewitter mit Regen, Blitz und Donner, der einem durch Mark und Bein ging losgebrochen. Als sie ein paar Stunden später nach Hause gekommen war, hatte sie Marley inmitten dieses Massakers gefunden, das er bei seinem verzweifelten Fluchtversuch veranstaltet hatte. Er war vollkommen panisch gewesen, mit Schaum vor dem Maul. Sein Anblick war so herzergreifend gewesen, dass sie es nicht über sich gebracht hatte, mit ihm zu schimpfen. Außerdem war der Vorfall ja bereits vorbei gewesen. Er hätte keine Ahnung gehabt, wofür sie ihn bestrafte. Trotzdem war sie so erschüttert über die Zerstörung unseres neuen Hauses, an dem wir so hart gearbeitet hatten, dass sie nicht fähig gewesen war, sich um Marley zu kümmern oder aufzuräumen. Warte nur, bis Herrchen nach Hause kommt, hatte sie ihm gedroht und die Tür zugeschlagen. Beim Abendessen versuchten wir, den Vorfall nüchtern zu betrachten. Was war passiert? Wir konnten es uns nur so erklären, Marley, allein und schrecklich verängstigt wegen des Gewitters, hatte beschlossen, dass seine größte Überlebenschance darin lag, sich durch die Tür ins Haus zu graben. Wahrscheinlich hörte er dabei auf irgendeinen uralten Instinkt, den er von seinem Urahn, dem Wolf, geerbt hatte. Er hatte dieses Ziel mit verzweifeltem Eifer und solcher Effizienz verfolgt, wie ich es ohne die Zuhilfenahme von schweren Maschinen nie für möglich gehalten hätte. Nach dem Abwasch gingen Jenny und ich zu Marley in die Garage. Er war wieder ganz der Alte, schnappte sich ein Spielzeug und sprang um uns herum, um uns zum Tauziehen zu animieren. Ich hielt ihn fest, während Jenny ihm mit einem Schwamm das Blut aus dem Fell wusch. Dann sah er schwanzwedelnd zu, wie wir das von ihm verursachte Chaos aufräumten. Wir warfen die Teppichfetzen und den kaputten Bügelbrettbezug weg, kehrten die Reste unserer Tür zusammen, wischten das Blut von den Wänden und stellten eine Einkaufsliste für den Baumarkt zusammen. Im Laufe von Marleys Leben würde ich noch viele solche Listen schreiben. Marley war außer sich vor Glück, dass wir bei ihm waren und ihm bei seinen Umbaumaßnahmen zur Hand gingen. Brauchst dich gar nicht so darüber zu freuen, schimpfte ich und brachte ihn für die Nacht ins Haus. Jeder Hund braucht einen guten Tierarzt, einen gut ausgebildeten Fachmann, der ihn gesund und kräftig erhält und gegen Krankheiten schützt. Auch jeder frischgebackene Hundebesitzer braucht so jemanden, vor allem wegen der guten Ratschläge, Rückversicherungen und unentgeltlichen Beratung, mit der Tierärzte den größten Teil ihrer Zeit verbringen. Wir brauchten mehrere Anläufe, um den richtigen Tierarzt zu finden. Sein Name war Jay Buten. Alle nannten ihn Dr. Jay und er war jung, intelligent, auf der Höhe der Zeit und überaus freundlich. Dr. Jay konnte Hunde verstehen, wie gute Mechaniker ihre Autos, nämlich intuitiv. Er liebte Tiere, hatte aber gleichzeitig eine gesunde Einstellung dazu, welchen Stellenwert sie im Leben eines Menschen einnehmen sollten. In den ersten Monaten hatten wir praktisch eine Standleitung zu ihm und fragten ihn wegen jeder Kleinigkeit. An diesem Nachmittag standen Jenny und ich mit Marley im Behandlungszimmer und diskutierten über Marleys zunehmende neurotische Gewitterangst. Wir hatten gehofft, die Verwüstungsaktion in der Garage sei eine einmalige Sache gewesen, aber wie sich herausstellen sollte, war es nur der Anfang einer lebenslangen Phobie. Obwohl Labradors doch eigentlich den Ruf genossen, hervorragende Jagdhunde zu sein, erschrak unser Hund bei jedem Geräusch, das lauter war als ein knallender Sektkorken, zu Tode. Feuerwerkskörper, Fehlzündungen und Schüsse jagten ihm schreckliche Angst ein. Donner war das Allerschlimmste. Schon die ersten Anzeichen eines nahenden Gewitters führten bei Marley zur Kernschmelze. Wenn wir zu Hause waren, drängte er sich haltlos, zitternd und sabbernd an uns und sah sich mit zurückgelegten Ohren und eingezogenem Schwanz nervös um. War er allein, schlug seine Angst in Zerstörungswut um und er machte alles platt, was zwischen ihm und der vermeintlichen Rettung lag. Eines Tages kam Jenny nach Hause, als sich draußen ein Gewitter zusammenbraute und fand Marley mit vor Angst geweiteten Augen auf der Waschmaschine stehen vor, wo er nervös herumtänzelte. Wie er dort hinaufgekommen war und was er sich davon versprochen hatte, fanden wir nie heraus. Menschen spielten schließlich auch manchmal verrückt. Warum sollte es bei Hunden anders sein? Dr. J drückte mir ein Gläschen mit gelben Tabletten in die Hand und sagte, die können Sie bedenkenlos anwenden. Es handelte sich um ein Beruhigungsmittel, das, wie er sich ausdrückte, Marley die größte Angst nehmen würde. Die Strategie dabei war, dass Marley mit Hilfe des Beruhigungsmittels ruhiger mit einem Gewitter fertig werden und so einsehen könnte, dass es sich dabei nur um harmlosen Krach handelte. Angst vor Donner war nichts Ungewöhnliches für einen Hund, versicherte er uns, vor allem in Florida, wo in den heißen Sommermonaten beinahe jeden Nachmittag dicke Gewitterwolken über die Halbinsel rollten. Marley beschnüffelte das Glas in meiner Hand. Offensichtlich konnte er es kaum erwarten, seine Drogenkarriere zu beginnen. Dr. J. kraulte Marleys Hals und druckste herum, als wollte er noch etwas Wichtiges sagen. Und sie sollten langsam ernsthaft darüber nachdenken, ihn kastrieren zu lassen, meinte er schließlich. Kastrieren lassen? Wiederholte ich ungläubig, sie meinen. Ich sah auf Marleys imponierende Hoden hinunter, die zwischen seinen Hinterbeinen hin und her schwangen. Sie waren beinahe grotesk groß. Dr. J. sah ebenfalls hinunter und nickte. Ich muss wohl gesäufzt haben, vielleicht habe ich mir sogar selbst an die entsprechende Stelle gegriffen, denn er fügte hinzu, es ist ganz schmerzlos und er wird danach wesentlich entspannter sein. Dr. J. wusste, was für eine Herausforderung Marley für uns darstellte. Er war so etwas wie unser Kummerkasten. Er wusste von der katastrophalen Episode in der Hundeschule, von Marleys dummen Streichen, seiner Zerstörungswut, seiner Hyperaktivität. Und in letzter Zeit hatte Marley mit seinen sieben Monaten angefangen, alles zu bespringen, was sich bewegte, einschließlich unserer Gäste. Das wird einfach nur diese ganze nervöse sexuelle Energie beseitigen und einen glücklicheren, ruhigeren Hund aus ihm machen, sagte er. Er versprach, dass der Eingriff Marleys sonnige Ausgelassenheit nicht dämpfen würde. Großer Gott, ich weiß nicht, antwortete ich, das ist so, so endgültig. Jenny dagegen hatte keinerlei solche Einwände, dann schneiden wir die Dinger eben ab, sagte sie nur. Aber dann können wir nicht mehr mit ihm züchten, warf ich ein. Wollen wir denn seine Linie nicht fortführen? Ich hatte die beeindruckenden Zuchtprämien vor Augen. Wieder schien Dr. J sich seine Worte genau zu überlegen. Ich glaube, Sie sollten das realistisch sehen, sagte er. Marley ist ein toller Familienhund, aber ich bezweifle, dass er die nötigen Kriterien für einen Zuchtrüden erfüllen würde. Er versuchte, so diplomatisch wie möglich zu sein, aber sein Gesichtsausdruck verriet ihn. Auf seiner Stirn stand in großen Lettern, guter Mann, um der kommenden Generationen wählen müssen wir diesen genetischen Fehlgriff unter allen Umständen isolieren. Ich sagte, wir würden es uns überlegen. Dann gingen wir mit unserem neuen Drogenvorrat nach Hause. Am nächsten Morgen vereinbarte ich einen Termin, um Marley kastrieren zu lassen. Unser Leben wurde immer mehr von Arbeit bestimmt. Die Arbeit bei der Zeitung, die Arbeit am Haus, im Garten und dann noch der Vollzeitjob, Marley zu erziehen. In vielem war er wie ein Kind und er beanspruchte die gleiche Aufmerksamkeit und Zeit wie ein Kind. So bekamen wir eine Ahnung davon, was für eine Verantwortung uns erwartete, sollten wir jemals eine Familie haben. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Denn wenn wir auch nicht viel vom Elternsein verstanden, so wussten wir doch, dass wir unsere Kinder nicht einfach mit einer Schüssel Wasser in die Garage sperren konnten, wenn wir morgens aus dem Haus mussten. Wir waren noch nicht einmal zwei Jahre verheiratet und fühlten doch schon die Last der Verantwortung eines erwachsenen, verheirateten Lebens. Wir mussten da raus. Wir brauchten Urlaub. Nur wir zwei, weit weg von all den täglichen Verpflichtungen. Eines Abends überraschte ich Jenny mit zwei Tickets nach Irland. Wir würden drei Wochen weg sein. Keine feste Reiseroute, keine Besichtigungstouren, keine Sehenswürdigkeiten. Nur ein Mietauto, eine Landkarte und ein Bed-and-Breakfast-Führer. Schon das Gefühl, die Tickets in der Hand zu haben, nahm uns eine Zentner Last von den Schultern. Zuerst jedoch mussten wir uns noch um ein paar Dinge kümmern, in erster Linie um Marley. Eine Hundepension schied von vorne herein aus. Er war zu jung, zu verrückt, zu wild, um 23 Stunden am Tag in einem Zwinger eingesperrt zu sein. Wie Dr. J. es vorausgesagt hatte, hatte die Kastration Marleys ausgelassenes Wesen nicht im geringsten beeinflusst. Genauso wenig seine unendliche Energie und seine Verrücktheiten. Außer, dass er kein Interesse mehr daran zeigte, leblose Gegenstände zu besteigen, war er ganz der Alte. Er war viel zu wild und zu unberechenbar, wenn er in Panik geriet, um ihn bei Freunden abzugeben. Oder bei Feinden. Wir brauchten einen Hundesitter, der bei uns im Haus wohnte. Natürlich konnte das nicht einfach irgendjemand sein, denn Marley stellte einiges an Herausforderungen dar. Wir brauchten jemanden, der verantwortungsvoll, verlässlich, sehr geduldig und stark genug war, um gute 30 Kilo durchgehenden Labrador zu halten. Wir machten eine Liste mit den Namen aller Freunde, Nachbarn und Kollegen, die uns einfielen und strichen dann einen nach dem anderen aus. Partytyp fällt weg, zu zerstreut fällt weg, hasst Hundesabber fällt auch weg, zu schüchtern, um auf einen Dackel aufzupassen, geschweige denn auf einen Labrador fällt weg, allergisch fällt weg, nicht bereit, Hundedreck wegzuräumen fällt weg. Schließlich stand nur noch ein einziger Name auf der Liste. Kathy arbeitete in meinem Büro und war Single und ungebunden. Sie war im ländlichen Mittelwesten aufgewachsen, liebte Tiere und träumte davon, eines Tages ihre Wohnung gegen ein Haus mit Garten einzutauschen. Sie war sportlich und ging gerne spazieren. Zugegeben, sie war schüchtern und hatte ein sanftes Wesen, was es ihr wahrscheinlich schwer machen würde, unserem Alpha-Mali ihren Willen aufzuzwingen. Ansonsten jedoch war sie perfekt. Und das Beste war, dass sie zustimmte. Ich schrieb ihr eine Liste mit Anweisungen, die nicht sorgfältiger und ausgefeilter hätte sein können, wenn wir ihr ein schwer krankes Kind anvertraut hätten. Irland war genauso, wie wir es uns erträumt hatten. Wunderschön, ländlich, entspannend. Das Wetter war die meiste Zeit herrlich sonnig, was die Einheimischen zu großer Sorge wegen einer drohenden Dürre bewog. Wie wir es uns vorgenommen hatten, planten wir überhaupt nichts und buchten keine einzige Rundfahrt. Wir ließen uns einfach treiben, fuhren an der Küste entlang, machten Halt, um einzukaufen oder zu wandern oder ein Guinness zu trinken oder einfach nur aufs Meer hinauszuschauen. Wir hielten an, um mit Bauern zu plaudern, die gerade ihr Heu einholten oder um uns gegenseitig mit Schafen auf der Straße zu fotografieren. Wenn wir an einer interessanten Wegkreuzung vorbeikamen, bogen wir ab. Wir konnten uns gar nicht verfahren, weil wir ja kein festes Ziel hatten. All unsere Pflichten und Verantwortungen zu Hause waren in weite Ferne gerückt. Jeden Abend suchten wir uns eine Übernachtungsmöglichkeit. Es waren immer Zimmer, die von Privatleuten angeboten wurden, freundlichen Witwen, die uns verhätschelten, uns Tee servierten, unsere Betten machten und uns die immer gleiche Frage zu stellen schienen, wollen sie nicht bald eine Familie gründen? Und dann ließen sie uns in unserem Zimmer allein, nicht ohne uns vorher ein wissendes, seltsam, hintergründiges Lächeln zuzuwerfen, bevor sie die Tür hinter sich schlossen. Als wir wieder zu Hause ankamen, schoss Marley aus dem Haus, um uns zu begrüßen. Kathy stand in der Tür, sie sah müde und abgespannt aus. Sie hatte den leeren Blick eines erschöpften Soldaten nach einer besonders verlustreichen Schlacht. Ihre Tasche stand fertig gepackt auf der vorderen Veranda. Sie hielt ihre Autoschlüssel schon in der Hand, als könne sie es gar nicht erwarten, zu entkommen. Ein paar Tage später rief mich Jenny im Büro an. Sie war gerade bei ihrem Gynäkologen Dr. Sherman gewesen. Irischer Segen, sagte sie. Während die Schwangerschaft voranschritt, machte auch Marleys Training Fortschritte. Ich arbeitete jeden Tag mit ihm und unterhielt unsere Freunde damit, dass ich Platz rief und Marley sich auf den Boden fallen ließ, alle Viere von sich gestreckt. Er kam verlässlich auf Kommando, außer irgendetwas lenkte seine Aufmerksamkeit ab, etwas wie ein anderer Hund, eine Katze, ein Eichhörnchen, ein Schmetterling, der Postbote oder ein fliegender Löwenzahnsamen. Er setzte sich auf Kommando hin, außer er verspürte den starken Drang zu stehen, und lief verlässlich bei Fuß, außer er sah etwas so verführerisches, dass er bereit war, sich dafür zu strangulieren. Andere Hunde, Katzen, Eichhörnchen etc. siehe oben. Er machte Fortschritte, aber deswegen verwandelte er sich keineswegs in einen ruhigen, wohlerzogenen Hund. Wenn ich mich über ihn stellte und ihm strenge Befehle gab, gehorchte er, manchmal sogar ganz eifrig. Aber im Grunde war und blieb er einfach unverbesserlich. Er entwickelte einen unstehlbaren Appetit auf Mangos, die massenweise in unserem Garten hinter dem Haus auf den Boden fielen. Sie wogen reichlich einen Pfund und waren so süß, dass einem die Zähne wehtaten. Marley streckte sich mit Vorliebe im Gras aus, nahm einen Mango zwischen seine Vorderpfoten und löste minutiös jedes Gramm Fruchtfleisch von der Schale ab. Er lutschte darauf herum wie auf einem Hustenbonbon und wenn er die Schale wieder ausspuckte, war sie so blank, als hätte man sie in eine Säure getaucht. Manchmal verbrachte er Stunden da draußen, versunken in seinem Mangoparadies. Wie bei jedem anderen, der zu viel Obst isst, hatte Marleys übermäßiger Mango-Konsum Auswirkungen auf seine Verdauung. Bald war unser Garten mit großen, auffällig gefärbten Hundehaufen übersät. Einen Vorteil hatte das. Man musste schon wirklich blind sein, um aus Versehen hineinzutreten. Während der Mango-Ernte waren sie weithin sichtbar wie orangefarbene Verkehrskegel. Natürlich fraß er auch andere Dinge. Und die fanden ebenso ihren Weg hinaus. Jeden Morgen, wenn ich seine Haufen aufsammelte, sah ich das Ergebnis. Hier ein kleiner Plastik-Spielzeug-Soldat, dort ein Gummiband. In einem Haufen fand ich den zerbissenen Verschluss einer Limonadenflasche. In einem anderen die zerkauten Überreste eines Kugelschreibers. Hier ist also mein Kamm gelandet, rief ich eines Morgens aus. Er fraß Handtücher, Badeschwemme, Socken, gebrauchte Taschentücher. Besonders gerne mochte er Geschirrspüllappen. Wenn die am anderen Ende wieder herauskamen, sahen sie auf den orangefarbenen Haufen aus wie kleine blaue Fahnen. Nicht alles war so leicht zu verdauen. Marley kotzte wie ein Bulimie-Kranker. Oft hörten wir aus dem Nebenzimmer ein herzhaftes und wenn wir dann hineingestürmt kamen, fanden wir wieder irgendeinen Gegenstand inmitten eines Haufens halbverdauter Mango und Hundefutter. Umsichtigerweise kotzte Marley niemals auf die Dielen oder auf das Linoleum in der Küche, wenn er es verhindern konnte. Er zielte immer auf den Perser-Teppich. Jenny und ich hatten den verwegenen Gedanken, dass es doch schön wäre, einen Hund zu haben, den man für kurze Zeit auch mal alleine zu Hause lassen könnte, ohne dass er das ganze Haus auseinandernahm. Wir waren es allmählich leid, Marley jedes Mal in die Garage zu sperren, wenn wir weggingen und wie Jenny es so schön ausdrückte, wozu hat man einen Hund, wenn er nicht einmal an die Tür kommen kann, um einen beim Heimkommen zu begrüßen? Es war klar, dass wir ihn niemals alleine zu Hause lassen durften, wenn ein Gewitter im Anzug war. Selbst unter Hundedrogen erwies er sich als äußerst ausdauernd, wenn es darum ging, sich bei Gefahr energisch nach China durchzugraben. Bei schönem Wetter jedoch wollten wir ihn nicht jedes Mal in die Garage sperren müssen, wenn wir kurz mal das Haus verließen. Wir fingen zunächst damit an, ihn kurz allein zu lassen, wenn wir zum Einkaufen fuhren oder bei den Nachbarn vorbeischauten. Manchmal war er guter Dinge und wir fanden das Haus bei unserer Rückkehr unbeschadet vor. An solchen Tagen konnten wir sehen, wie er sich seine schwarze Hundeschnauze an der Scheibe hinter den kleinen Jalousien im Wohnzimmer plattdrückte, während er nach uns Ausschau hielt. An anderen Tagen lief es nicht so gut. Wir sahen schon von Weitem, dass etwas nicht in Ordnung war, weil Marley uns nicht am Fenster erwartete, sondern sich irgendwo versteckte. Als Jenny im sechsten Monat schwanger war, kamen wir eines Tages nach Hause und fanden Marley unter dem Bett, was bei seiner Größe nicht einfach war. Er sah so schuldbewusst aus, als hätte er gerade den Postboten umgebracht. Aus jeder Pore strömte uns Schuldbewusstsein entgegen. Das Haus sah in Ordnung aus, aber wir wussten, dass er ein dunkles Geheimnis hatte, also gingen wir auf der Suche nach den Spuren seiner Missetat von Zimmer zu Zimmer. Dann sah ich, dass der Schutzüberzug einer der Boxen unserer Stereoanlage fehlte. Wir suchten überall danach. Er war spurlos verschwunden. Marley wäre vielleicht ungeschoren davongekommen, hätte ich nicht am nächsten Morgen in einem seiner Hundehaufen untrügliche Beweise gefunden. Noch tagelang fand ich Reste des Überzugs im Garten. Als wir das nächste Mal außer Haus waren, entfernte Marley sorgfältig das Lautsprechergehäuse. Der Lautsprecher war nicht umgeworfen oder anderweitig beschädigt. Es fehlte nur das Gehäuse, als hätte jemand es mit einer Rasierklinge weggeschnitten. Schließlich nahm er sich auch den zweiten Lautsprecher vor. Ein anderes Mal kamen wir nach Hause und stellten fest, dass unser ehemals vierbeiniger Hocker nun dreibeinig war. Doch nirgends war auch nur ein Spahn des fehlenden Beins zu finden. Wir hätten schwören können, dass es in Südflorida niemals schneit. Eines Tages jedoch öffneten wir die Tür zum Wohnzimmer und fanden einen wahren Schneesturm vor. Überall flogen weiße Federn herum. Durch das Gestöber hindurch konnten wir Marley entdecken, der mitten in einer Federwehe vor dem Kamin stand und wild ein riesiges Kissen schüttelte, als hätte er gerade einen Strauß erlegt. Meistens versuchten wir, den Schaden gelassen zu nehmen. Im Leben eines jeden Hundebesitzers gibt es früher oder später den Verlust des einen oder anderen geliebten Erbstückes zu beklagen. Man bekommt schließlich nicht jeden Tag sein erstes Kind. Darum nahmen wir die Gelegenheit sofort wahr, als uns das St. Mary's Hospital von Palm Beach das Angebot machte, gegen Aufpreis ein luxuriöses Gebärzimmer zu mieten. Die Räume glichen teuren Hotelzimmern, groß, hell und mit Holzmöbeln ausgestattet, an den Wänden Blumentapeten, passende Vorhänge, eine große Badewanne und für Papa eine gemütliche Schlafcouch. Statt des üblichen Krankenhausessens konnten die Gäste zwischen verschiedenen Gourmetgerichten wählen. Man konnte sogar eine Flasche Champagner bestellen, aber die mussten die Väter dann meistens alleine austrinken, da man den stillenden Müttern nahelegte, nicht mehr als einen Schluck zum Anstoßen auf das große Ereignis zu trinken. Mann, das ist ja wie in den Ferien, rief ich aus und ließ mich auf die Couch fallen, als wir ein paar Wochen vor Jennys errechneten Termin eine Besichtigungstour machten. Die Suiten waren auf Juppies zugeschnitten und stellten für das Krankenhaus eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle dar. Paare mit Geld erkauften sich hier einen Standard, der über die üblichen Leistungen der Krankenkassen in der Geburtshilfe hinausging. Das war natürlich ein Luxus, aber warum nicht? Als Jennys großer Tag schließlich da war und wir mit unserer gepackten Tasche im Krankenhaus ankamen, sagte man uns, dass es da ein kleines Problem gäbe. Ein Problem? fragte ich. Heute muss ein guter Tag zum Kinderkriegen sein, erklärte die Dame am Empfang fröhlich. Alle Gebärsuiten sind bereits belegt. Belegt? Dies war der wichtigste Tag in unserem Leben. Was war mit dem bequemen Sofa und dem romantischen Dinner mit Champagner? Moment mal, beschwerte ich mich. Wir haben schon vor Wochen reserviert. Tut mir leid, erwiderte die Dame sichtlich ohne besonderes Mitgefühl. Wir haben es leider nicht in der Hand, wann bei den Frauen die Wehen einsetzen. Nach mehreren Telefonaten schickte sie uns einen langen Gang hinunter. Wir gingen durch zahlreiche Glastüren und standen schließlich wieder in einer Geburtsstation, ganz ähnlich der, die wir gerade verlassen hatten, aber mit einem offensichtlichen Unterschied. Die Patienten hier waren eindeutig alles andere als die reichen Jappi-Paare, die wir im Geburtsvorbereitungskurs getroffen hatten. Wir hörten, wie die Schwestern Spanisch mit den Frauen sprachen. Im Gang vor den Zimmern warteten dunkelhäutige Männer und spielten nervös mit ihren Strohhüten. Palm Beach County ist als Spielwiese für die Reichen bekannt. Weit weniger bekannt ist jedoch die Tatsache, dass es dort auch riesige Farmen gibt, die sich über die trockengelegten Sümpfe der Everglades westlich der Stadt erstrecken. Tausende von eingewanderten Arbeitern, die meisten aus Mexiko und Mittelamerika, pilgern jedes Jahr zur Erntezeit nach Südflorida, um dort Paprika, Tomatensalat und Sellerie zu ernten und damit den Wintervorrat an Gemüse für die Ostküste zu sichern. Offenbar hatten wir herausgefunden, wo die Gastarbeiter ihre Babys bekamen. Immer wieder durchschnitt der qualvolle Schrei einer Frau die Luft, gefolgt von furchtbarem Stöhnen und Lauten Mi madre rufen. Es war wie im Horrorkabinett. Die Schwester führte uns in eine kleine Kammer, in der ein Bett, ein Stuhl und eine Reihe elektronischer Monitore standen. Dann reichte sie Jenny ein Hemd. Na, dann kann es ja losgehen, rief Dr. Sherman fröhlich, als er ein paar Minuten später hereinstürmte. Lassen Sie sich von der kargen Einrichtung hier nicht abschrecken, sagte er. Diese Station verfüge über eine hervorragende medizinische Ausstattung und die Schwestern wären bestens ausgebildet. Da arme Frauen meist nicht die Möglichkeit hatten, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, hatten sie oft Risikoschwangerschaften. Wir wären also in den besten Händen, versicherte Dr. Sherman, als er Jennys Fruchtblase sprengte. Dann verschwand er wieder so schnell, wie er gekommen war. Tatsächlich stellten wir fest, dass wir gut aufgehoben waren, als der Vormittag voranschritt und Jenny sich durch schreckliche Wehen kämpfte. Die Schwestern waren erfahrene Hebammen, die eine Atmosphäre von Vertrauen und Wärme verbreiteten. Sie wachten aufmerksam über Jenny, überprüften den Herzschlag des Babys und gaben ihr Anweisungen. Ich stand hilflos daneben und versuchte irgendwie von Nutzen zu sein, aber es war sinnlos. Irgendwann knurrte mich Jenny mit zusammengebissenen Zähnen an. Wenn du mich noch ein einziges Mal fragst, wie es mir geht, reiße ich dir den Kopf ab. Ich muss verletzt ausgesehen haben, denn eine der Schwestern kam auf meine Seite des Bettes, drückte mir mitfühlend die Schulter und sagte, Willkommen bei der Geburt, Dad, das gehört alles dazu. Ich schlich mich aus dem Zimmer und gesellte mich zu den anderen wartenden Männern auf dem Gang. Jeder lehnte an der Wand neben der entsprechenden Tür, während unsere Frauen schrien und stöhnten. Ich kam mir ein wenig lächerlich vor in meinem Poloshirt, den Kaki-Shorts und den Segelschuhen, Aber die Farmarbeiter schienen meinen Aufzug nicht zu bemerken. Bald lächelten und nickten wir uns wissend zu. Sie konnten kein Englisch und ich konnte kein Spanisch, doch das spielte keine Rolle. Wir saßen im selben Boot oder beinahe. An diesem Tag lernte ich, dass Schmerzmittel in Amerika ein Luxus und keine Notwendigkeit sind. Für diejenigen, die es sich leisten konnten oder deren Krankenkasse es bezahlte, wie das bei unserer der Fall war, bot das Krankenhaus Peridualanästhesien an, bei denen das Schmerzmittel direkt ins Rückenmark gespritzt wird. Nachdem Jenny ungefähr vier Stunden in den Wehen gelegen hatte, kam ein Anästhesist, setzte ihr eine lange Nadel an der Wirbelsäule und schloss eine Infusion an. Nach wenigen Minuten war Jenny von der Talie abwärts taub und konnte sich entspannen und ausruhen. Die mexikanischen Frauen nebenan hatten nicht so viel Glück. Sie mussten das Ganze wie früher bis zum Ende durchstehen und ihre Schreie durchschnitten die Luft. Die Stunden vergingen. Jenny presste und ich feuerte sie an. Als es dunkel wurde, trat ich mit einem winzigen, verschnürten Paket in den Gang hinaus. Ich hob meinen neugeborenen Sohn über den Kopf, damit meine neuen Freunde ihn sehen konnten und rief, Es el niño. Die anderen Väter lachten fröhlich und reckten in international verständlicher Geste ihre Daumen nach oben. Anders als bei unserem hitzigen Streit um den Namen für unseren Hund, waren wir uns schnell einig, wie wir unseren ersten Sohn nennen wollten. Als erster Spross der aus dem irischen County Limerick nach Amerika eingewanderten Familie Grogan würde er Patrick heißen. In den Wochen vor dem Geburtstermin hatten Jenny und ich lange strategische Diskussionen darüber geführt, wie wir Marley am besten auf die Ankunft unseres neuen Familienmitglieds vorbereiten könnten. Denn zweifelsohne würde unser Kind ihm seinen Ehrenplatz in unserer Familie streitig machen. Wir wollten ihm das schonend beibringen. Wir hatten Geschichten über Hunde gehört, die schrecklich eifersüchtig auf den Familiennachwuchs reagiert und sich unmöglich benommen hatten. Die Untaten reichten von dem Markieren wertvoller Gegenstände über das Umwerfen von Babybadewannen bis hin zu regelrechten Angriffen und schließlich im Tierheim gelandet waren. Als wir das leerstehende Schlafzimmer in ein Kinderzimmer verwandelten, ließen wir Marley sämtliche Ausstattung gründlich beschnüffeln, einschließlich der Wiege, dem Kinderbett und verschiedenen anderen Utensilien zur Babypflege. Er schnüffelte und sabberte und schlägte so lange, bis seine Neugier gestillt war. In den 36 Stunden, die Jenny sich nach der Geburt im Krankenhaus erholte, fuhr ich regelmäßig nach Hause zu Marley, ausgerüstet mit Meintüchern und allem anderen, das den Geruch unseres Babys an sich trug. Einmal brachte ich sogar eine winzige gebrauchte Windel mit nach Hause, an der Marley so begeistert schnüffelte, dass ich schon Angst hatte, er würde sie durch die Nasenlöcher aufsaugen und teure medizinische Hilfe brauchen. Als ich schließlich Mutter und Kind mit nach Hause brachte, ließ sich Marley nicht weiter stören. Jenny stellte den schlafenden Patrick in seinem Autositz in die Mitte unseres Bettes und folgte mir dann zu Marley in die Garage, um ihn zu begrüßen. Wir feierten ein überschwängliches Wiedersehen. Als Marley nicht mehr verrückt und wild vor Freude, sondern nur noch verzweifelt glücklich war, nahmen wir ihn mit ins Haus. Wir hatten vor, einfach zur Tagesordnung überzugehen und ihm das Baby gar nicht ausdrücklich zu zeigen. Wir würden immer in seiner Nähe bleiben und ihn die Anwesenheit des Neuankömmlings allmählich selbst entdecken lassen. Marley folgte Jenny ins Schlafzimmer und vergrub seine Nase tief in ihrer Tasche, während sie auspackte. Er hatte ganz offensichtlich keine Ahnung, dass da ein lebendiges Wesen auf unserem Bett saß. Dann bewegte sich Patrick und stieß einen leisen, vogelartigen Ton aus. Marleys Ohren schossen nach vorn und er erstarrte. Was war das? Patrick fiepte noch einmal und Marley hob eine Pfote in die Luft, wie ein Jagdhund auf Vogeljagd. Mein Gott, er stand auf unser Baby an, wie ein Jagdhund auf seine Beute. In diesem Moment kam mir das Federkissen in den Sinn, dass er so wild geschüttelt hatte. Er war doch wohl nicht so beschränkt, unser Baby mit einem Fasan zu verwechseln. Und dann sprang er. Es war kein Töte-den-Feind-Sprung, keine gebleckten Zähne, kein Knurren, aber es war auch kein Hallo kleiner Willkommen-Daheim-Sprung. Er prallte so hart mit der Brust gegen die Matratze, dass das ganze Bett über den Boden rutschte. Patrick war inzwischen hellwach und machte große Augen. Marley prallte zurück und sprang wieder vor. Diesmal berührte er mit der Schnauze beinahe die Zehen unseres Babys. Jenny stürzte auf das Baby zu. Ich stürzte auf den Hund zu und zog ihn mit beiden Händen am Nackenfell zurück. Marley war außer sich und zerrte verzweifelt, um an dieses kleine Geschöpf heranzukommen, das sich da klammheimlich eingeschlichen hatte. Er stellte sich auf die Hinterbeine und ich zog ihn am Halsband zurück. Ich kam mir vor wie Lone Ranger mit Silver. Na, sagte ich, das hat ja toll geklappt. Jenny befreite Patrick aus dem Autositz und ich klemmte Marley zwischen meine Knie und hielt ihn mit beiden Händen fest. Sogar Jenny konnte erkennen, dass Marley es nicht böse meinte. Er hechelte mit seinem typischen trotteligen Grinsen, seine Augen leuchteten und er wedelte mit dem Schwanz. Während ich ihn festhielt, kam sie langsam näher und ließ ihn zuerst die Zehen unseres Babys beschnüffeln, dann die Füße, schließlich die Oberschenkel. Als Marley an die Windel kam, schien er einen anderen Bewusstseinszustand zu erreichen, eine Art Pampers Nirvana. Er war im Paradies angekommen. Der Hund war vollkommen euphorisch. Eine falsche Bewegung, Marley und dein letztes Stündlein hat geschlagen, warnte Jenny und das meinte sie ernst. Wenn er auch nur das kleinste Anzeichen von Aggressivität gegenüber dem Baby gezeigt hätte, wäre es um ihn geschehen gewesen. Doch er hat nichts dergleichen. Wir begriffen bald, dass unser Problem nicht darin bestand, Marley davon abzuhalten, unserem Baby etwas zu leide zu tun. Unser Problem lag darin, ihn vom Windeleimer fernzuhalten. Die Zeit verging und nach einigen Monaten war klar, dass Marley in Patrick seinen neuen besten Freund gefunden hatte. Eines Abends, als ich das Licht im Haus löschen und ins Bett gehen wollte, konnte ich Marley nirgends finden. Schließlich kam ich auf die Idee, im Kinderzimmer zu suchen. Da lag er, am Boden ausgestreckt, neben Patricks wiege. Die beiden schnarchten selig um die Wette. Wenn Patrick in der Nähe war, verwandelte sich unser wilder, ungestümer Hund in ein sanftes Lamm. Er schien verstanden zu haben, dass es sich hier um ein zerbrechliches, schutzloses, kleines Menschenkind handelte. Er bewegte sich in Patricks Nähe ganz vorsichtig, leckte ihm zart das Gesicht und die Ohren. Als Patrick anfing zu krabbeln, lag Marley regungslos auf dem Boden und ließ den Kleinen auf sich herumklettern, an seinen Ohren ziehen, ihm in die Augen drücken und ihm kleine Fäuste voll Fell ausreißen. Es schien ihn alles nicht zu stören. Er lag da wie eine Statue. Er war ein freundlicher Riese neben Patrick und er akzeptierte seine Zurückstufung in der Familienhierarchie mit gutmütiger Resignation. Jenny und ich entwickelten bald eine Routine. Nachts stand sie alle paar Stunden auf, um ihn zu stillen und ich übernahm die 6 Uhr Mahlzeit, damit sie länger schlafen konnte. Noch im Halbschlaf nahm ich ihn dann aus seiner Wiege, wickelte ihn und machte ihm sein Fläschchen warm. Dann kam die Belohnung. Ich setzte mich mit ihm auf die Veranda und er nuckelte an der Flasche, den kleinen warmen Körper an meinen Bauch geschmiegt. Manchmal ließ ich mein Gesicht auf seinen Kopf sinken und schlummerte ein, während er genüsslich weitertrank. Manchmal hörte ich auch Radio und sah zu, wie der Himmel in der Morgendämmerung allmählich von dunkelrot in pink und schließlich in blau überging. Wenn Patrick satt war und ich einen ordentlichen Rülpser aus ihm herausbekommen hatte, zog ich uns beide an, pfiff nach Marley und wir machten einen Morgenspaziergang zum Wasser hinunter. Wir fanden, dass das Elternsein gut zu uns passte. Wir gewöhnten uns an den Tagesablauf, freuten uns über kleine Dinge und fanden uns zähneknirschend mit dem einen oder anderen Rückschlag ab. Uns war klar, dass auch die schlechten Tage bald zu lieben Erinnerungen werden würden. Wir hatten alles, was wir uns nur wünschen konnten. Wir hatten unser wundervolles Baby. Wir hatten unseren tollpatschigen Hund. Wir hatten unser kleines Haus am Wasser und natürlich hatten wir einander. In diesem November beförderte mich mein Verlag zum Kolumnisten. Eine begehrte Stellung. So bekam ich dreimal wöchentlich die Möglichkeit, mich auf Seite 1 über ein beliebiges Thema auszulassen. Das Leben war schön. Als Patrick neun Monate alt war, brachte Jenny das Thema auf, wann wir über ein zweites Kind nachdenken wollten. Puh, ich weiß nicht, antwortete ich. Wir hatten immer mehrere Kinder gewollt, aber über den Zeitplan hatte ich noch nicht konkret nachgedacht. All das gleich noch einmal durchmachen? Darüber mussten wir genau nachdenken. Wir können ja einfach wieder die Verhütung weglassen und abwarten, was passiert, schlug ich vor. Eine Woche später war Jenny wieder schwanger. Als Patrick ein knappes Jahr alt war, geschah wieder ein Mord in unserer Nachbarschaft. Wie Mrs. Niedermeier war auch dieses Opfer eine alte, alleinstehende Dame. Ihr gehörte das erste Haus, wenn man vom Dixie Highway in die Churchill Road abbog, direkt hinter der Tag und Nacht geöffneten Wäscherei. Ich kannte sie, denn sie hatte mir immer zugewinkt, wenn ich vorbeikam. Das Opfer war zufällig ausgewählt worden und der Täter war ein Fremder, der sich in ihr Haus geschlichen hatte, während sie an einem Samstagnachmittag im Garten ihre Wäsche aufhängte. Als sie zurückkam, fesselte er ihr die Hände mit einem Telefonkabel und legte sie unter eine Matratze. Dann durchsuchte er das ganze Haus nach Geld. Er floh mit seiner Beute, während unsere gebrechliche Nachbarin langsam unter dem Gewicht der Matratze erstickte. Die Polizei verhaftete bald darauf einen Autofahrer, der in der Nähe der Wäscherei gesehen worden war. Als sie seine Taschen leerten, stellte sich heraus, dass er ganze 16 Dollar und etwas Kleingeld erbeutet hatte. Der Preis für ein Menschenleben. Die steigende Kriminalität um uns herum ließ uns Marlies unübersehbare Anwesenheit in unserem Haus noch mehr schätzen. Was spielt es schon für eine Rolle, dass er ein überzeugter Pazifist war und seine aggressivste Angriffsweise eine Schlabberattacke war? Wen interessierte es, dass seine unmittelbare Reaktion auf jeden Fremden darin bestand, einen Tennisball zu holen, in der Hoffnung, einen neuen Spielgefährten gefunden zu haben? Die Eindringlinge mussten das ja nicht erfahren. Wenn ein Fremder klingelte, sperrten wir Marley nicht mehr weg, ehe wir öffneten. Wir versicherten auch nicht mehr, dass er absolut harmlos war. Stattdessen ließen wir nun subtile Warnungen fallen, etwas wie, in letzter Zeit ist er so unberechenbar geworden oder ich weiß nicht, wie lange die Tür noch halten wird, wenn er immer dagegen springt. Wir hatten ein Baby und ein zweites war unterwegs. Wir waren nicht mehr so unbeschwert, wenn es um das Thema Sicherheit ging. Jenny und ich rätselten oft darüber, ob und was Marley wohl tun würde, wenn jemand unser Baby oder uns angreifen würde. Ich war der Meinung, dass er nur wild werden und laut kläffen würde. Jenny setzte mehr Vertrauen in ihn. Sie war überzeugt, dass Marleys unbedingte Loyalität uns und vor allem Patrick gegenüber in einer Krisensituation in einen scharfen Beschützerinstinkt umschlagen würde, der ganz tief in ihm schlummerte. Niemals, widersprach ich. Er würde dem Eindringling die Schnauze zwischen die Beine stecken und sich freuen. Auf jeden Fall waren wir uns aber einig, dass er den Leuten einen Heidenrespekt einflößte. John? John, wach auf! Es war Jenny. Sie schüttelte mich. John, ich glaube, das Baby kommt. Ich stützte mich auf die Ellbogen und rieb mir die Augen. Jenny lag auf der Seite und hatte die Knie hochgezogen. Das Baby macht was? Ich habe starke Wehen, sagte sie. Ich habe die Zeit gestoppt. Wir müssen Dr. Charmin anrufen. Ich war nun hellwach. Das Baby kam. Ich freute mich schrecklich auf die Geburt unseres zweiten Kindes. Wieder ein Junge, wie wir inzwischen durch die Ultraschalluntersuchung wussten. Aber das Timing war falsch, furchtbar falsch. Jenny war erst in der 21. Woche, gerade mal die Hälfte der üblichen 40 Wochen einer Schwangerschaft. Mit 21 Wochen ist ein Kind kaum lebensfähig. Seine Überlebenschancen außerhalb des Mutterleibes sind gering und die Chancen, keine ernsten, lebenslangen gesundheitlichen Schäden davonzutragen, sind noch kleiner. Es hat seine Gründe, warum die Natur es so eingerichtet hat, dass Babys normalerweise neun Monate im Mutterleib bleiben. Mit 21 Wochen stehen ihre Chancen verdammt schlecht. Wahrscheinlich ist es nichts, sagte ich. Aber mein Herz raste, als ich den Notruf der Geburtsstation im Krankenhaus anrief und auf den Anrufbeantworter sprach. Zwei Minuten später rief Dr. Sherman zurück. Er klang müde. Vielleicht sind es nur Blähungen, sagte er. Aber wir sehen lieber nach. Er befahl mir, Jenny sofort ins Krankenhaus zu bringen. Ich rannte durchs Haus, warf einige Sachen zum Übernachten für sie in eine Tasche, bereitete Babyflaschen vor und griff nach der Wickeltasche. Jenny rief ihre Freundin und Kollegin Sandy an, die selbst gerade Mutter geworden war und nur ein paar Häuser weiter wohnte und fragte, ob wir Patrick bei ihr abgeben dürften. Inzwischen war auch Marley aufgewacht und streckte sich gähnend. Eine nächtliche Spritztour? Tut mir leid, Marley, sagte ich zu ihm, als ich ihn in die Garage brachte und sein bitter enttäuschtes Gesicht sah. Du musst die Festung bewachen. Ich hob Patrick aus seinem Bettchen, setzte ihn, ohne ihn zu wecken, in seinen Autositz und schon waren wir unterwegs. Auf der Geburtsstation des St. Mary Krankenhauses gingen die Hebammen schnell ans Werk. Sie zogen Jenny ein Hemd an und schlossen sie an ein Messgerät an, das ihre Wehen und den Herzschlag des Babys anzeigte. Kein Zweifel, die Wehen kamen alle sechs Minuten. Das waren ganz sicher keine Blähungen. Ihr Baby möchte rauskommen, sagte einer der Hebammen. Wir werden alles tun, um das zu einem so frühen Zeitpunkt zu verhindern. Telefonisch gab Dr. Sherman die Anweisung, den Muttermund zu überprüfen. Eine Hebamme fühlte mit einem behandschuten Finger nach. Der Muttermund war einen Zentimeter geöffnet. Sogar ich wusste, dass das nicht gut war. Mit zehn Zentimetern ist er vollständig offen und die Mutter beginnt bei einer normal verlaufenden Geburt zu pressen. Mit jeder schmerzhaften Wehe brachte Jennys Körper sie einen Schritt näher an den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Dr. Sherman ordnete eine Infusion und eine Injektion mit einem Wehenhämmer an. Die Wehen ebten daraufhin ab. Doch zwei Stunden später waren sie mit unverminderter Heftigkeit wieder da, sodass weitere Wehenhämmer notwendig waren. Die nächsten zwölf Tage blieb Jenny im Krankenhaus, unter der genauen Beobachtung von zahlreichen Spezialisten und Monitoren. Ich nahm Urlaub und spielte alleinerziehenden Vater. Eines Abends, als Patrick endlich eingeschlafen war, fiel ich erschöpft auf die Couch. Marley tapste zu mir herüber und legte mir sein Tauziehspielzeug auf den Schoß. Dann sah er mich mit seinen großen braunen Augen an. Oh Marley, sagte ich, ich kann nicht mehr. Er schob seine Schnauze unter das Spielzeug, barf es in die Luft und wartete, dass ich danach greifen würde und er es mir wieder wegschnappen konnte. Tut mir leid, alter Freund, sagte ich, heute nicht. Er zog eine Augenbraue hoch und legte den Kopf schief. Plötzlich lag seine schöne tägliche Routine in Trümmern. Sein Frauchen war auf unerklärliche Weise verschwunden, sein Herrchen war schlecht drauf und nichts war mehr wie früher. Er jaulte kurz auf und ich konnte sehen, wie er versuchte, das alles zu verstehen. Warum hat John keine Lust mehr mit mir zu spielen? Was ist aus den Morgenspaziergängen geworden? Warum gibt es keine Raufereien mehr auf dem Boden? Und wo ist eigentlich Jenny? Sie ist doch nicht mit diesem Dalmatiner aus der Nachbarschaft durchgebrannt, oder? Doch es gab auch Lichtblicke für Marley. Denn zu seiner großen Freude fand ich schnell wieder zu meinem vorehelichen, sprich schlampigen Lebensstil zurück. Kraft meines Amtes als einziger Erwachsener im Haus hob ich die Verordnung zur Führung eines verheirateten Hausstandes auf und führte wieder die einst aufgegebenen Junggesellenregeln ein. Solange Jenny im Krankenhaus war, wurden die T-Shirts zweimal oder sogar dreimal angezogen. Nur auffällige Flecken wurden zwischen den Waschgängen notdürftig beseitigt. Milch durfte direkt aus dem Milchkarton getrunken werden und die Klobrillen blieben hochgeklappt, außer man musste sich mal draufsetzen. Sehr zu Marleys Freude ließ ich die Badezimmertür Tag und Nacht offen. Wir Jungs waren ja schließlich unter uns. Das gab Marley die Möglichkeit, mir ungewohnt nahe zu sein. Von diesem Punkt aus war es nur ein logischer Schritt, ihn direkt aus dem Wasserhahn der Badewanne trinken zu lassen. Jenny wäre entrüstet gewesen. Doch in meinen Augen war das immer noch besser, als ihn aus der Toilette trinken zu lassen. Jetzt, wo die offene Klo-Deckel-Verordnung galt, musste ich Marley schließlich eine sinnvolle Alternative zu diesem attraktiven Porzellanbecken bieten, das ihn ja geradezu dazu einlud, mit der Schnauze darin U-Boot zu spielen. Ich ging dazu, über den Wasserhahn der Badewanne immer ein kleines bisschen laufen zu lassen, wenn ich auf der Toilette war, damit Marley kaltes, frisches Wasser schlabbern konnte. Der Hund hätte sich über eine exakte Nachbildung eines isländischen Wasserfalls nicht mehr freuen können. Er schob seinen Kopf quer unter den Wasserhahn und schlabberte drauf los. Sein Schwanz schlug wild gegen das Waschbecken hinter ihm. Ich kam zu der Überzeugung, dass er in einem früheren Leben ein Kamel gewesen sein musste, denn sein Durst war unstillbar. Schon nach wenigen Tagen wurde mir klar, dass ich ein Badewannenmonster erschaffen hatte. Bald ging Marley auch allein ins Badezimmer, ohne dass ich dort stand, und starrte unglücklich auf den Wasserhahn. Er schleckte jeden Tropfen ab und schnurberte so lange mit seiner Schnauze am Hahn, bis ich es nicht länger aushielt und ihn auftrete. Plötzlich schien das Wasser in seiner Schüssel nicht mehr gut genug für meinen Hund zu sein. Der nächste Schritt auf unserem Weg in die Barbarei kam, als ich duschte. Marley entdeckte, dass er seinen Kopf nur durch den Duschvorhang schieben musste und statt dem Getröpfel aus dem Wasserhahn einen ganzen Wasserfall vorfand. Ich seifte mich gerade ein und plötzlich tauchte sein haariger Kopf auf und er fing an, in den Duschstrahl zu prusten. Erzähl das bloß nicht, Frauchen, warnte ich ihn. Als die Ärzte Jenny schließlich nach Hause entließen, geschah das nur unter den strengsten Auflagen. Wenn sie ein gesundes Baby zur Welt bringen wollte, musste sie im Bett bleiben und sich so ruhig wie möglich verhalten. Sie durfte sich nur bewegen, um auf die Toilette zu gehen. Kein Kochen, keine Windeln wechseln, keine Post hereinholen, nichts heben, was schwerer war als eine Zahnbürste. Einschließlich ihres Baby. Eine Einschränkung, die sie fast wahnsinnig machte. Absolute Bettruhe, keine Kompromisse. Jennys Ärzte hatten die ersten Wehen erfolgreich bekämpft und ihr Ziel war es, diesen Zustand für die nächsten zwölf Wochen zu halten. Dann würde das Baby 35 Wochen alt sein, immer noch ein Winzling, aber vollständig entwickelt und bereit, der Welt hier draußen auf eigene Faust zu begegnen. Das bedeutete aber, dass wir Jenny vollkommen ruhig stellen mussten. Tante Anita, Gott segne sie, zog bei uns ein. Marley war entzückt, eine neue Spielkameradin zu haben. Ziemlich bald hatte er auch Tante Anita soweit, dass sie ihm den Wasserhahn der Badewanne auftrete. Eine Ärztin kam zu uns nach Hause und setzte Jenny einen Katheter am Oberschenkel, den sie mit einer kleinen Pumpe an Jennys Bein verbannt. Von dort aus floss ununterbrochen eine bestimmte Dosis Wehenhämmer in Jennys Blutkreislauf. Als ob das noch nicht genug gewesen wäre, schloss sie Jenny an ein Überwachungsgerät an, das aussah wie ein Folterwerkzeug. Eine übergroße Saugglocke, die an eine Reihe von Kabeln angeschlossen war, die wiederum an einem Telefon endeten. Die Saugglocke war mit einem elastischen Gurt an Jennys Bauch befestigt und zeichnete den Herzschlag des Babys und jede Wehe auf. Die Daten wurden dreimal täglich an eine Krankenschwester gesendet, die auf kleinste Unregelmäßigkeiten achtete. Als Jenny noch einen vollen Monat Bettruhe vor sich hatte, packte Tante Anita ihre Koffer und verabschiedete sich. Sie war so lange geblieben, wie sie konnte, hatte ihren Aufenthalt sogar ein paar Mal verlängert, aber sie hatte einen Ehemann zu Hause, der, wie sie nur halbscherzhaft beteuerte, höchstwahrscheinlich vor dem Fernseher verwahrloste. Wir waren wieder auf uns allein gestellt. Ich tat mein Bestes, um uns über Wasser zu halten, stand bei Tagesanbruch auf, um Patrick zu baden und anzuziehen, fütterte ihn dann mit Hafergrütze und pürierten Karotten und nahm ihn zusammen mit Marley auf einen kurzen Spaziergang mit. Dann brachte ich ihn zu Sandy, ging zur Arbeit und holte ihn abends wieder ab. In der Mittagspause kam ich nach Hause, um Jenny etwas zu essen zu machen und ihr die Post zu bringen. Für sie war das das Highlight des Tages. Warf ein paar Mal einen Stock für Marley und räumte notdürftig das Haus auf, den man die Vernachlässigung langsam ansah. Der Rasen blieb ungemäht, die Wäsche blieb liegen und die Fliegentür der hinteren Veranda blieb kaputt, nachdem Marley sie auf der Jagd nach einem Eichhörnchen in einer Comicreifenszene eingerannt hatte. Als Jenny endlich die 35. Woche erreicht hatte, kam die Ärztin zu uns und sagte, herzlichen Glückwunsch, Mädchen, Sie haben es geschafft. Sie sind wieder frei. Sie entfernte die Infusionspumpe und den Katheter, nahm den Monitor ab und ging dann die schriftlichen Anweisungen von Dr. Sherman durch. Jenny durfte wieder zu ihrem früheren Lebensstil zurückkehren. Keine Einschränkungen, keine Medikamente mehr. Wir durften sogar wieder Sex haben. Das Baby war nun voll lebensfähig. Die Wehen würden ganz natürlich einsetzen. Machen Sie sich eine schöne Zeit, sagte die Ärztin. Sie haben es verdient. Jenny warf Patrick in die Luft, tobte mit Marley durch den Garten und warf sich auf den Haushalt. An diesem Abend feierten wir in einem indischen Restaurant und gingen anschließend ins Theater. Am nächsten Tag setzten wir unsere kleine Party beim Griechen fort. Doch noch ehe das Gyros unseren Tisch erreicht hatte, hatte Jenny schon heftigste Wehen. Sie hatten bereits am Abend vorher angefangen, als Jenny Currylamm gegessen hatte, doch sie hatte sie ignoriert. Sie wollte sich ihren hart verdienten Abend in der Stadt nicht von ein paar Wehen verderben lassen. Jetzt wurde sie von den Schmerzen beinahe überwältigt. Wir rasten nach Hause, wo Sandy schon auf Abruf bereit war, Patrick zu übernehmen und ein Auge auf Marley zu haben. Jenny wartete im Auto und kämpfte sich mit kurzen, flachen Atemzügen durch die Wehen, während ich ihre Krankenhaustasche holte. Als wir am Krankenhaus ankamen und ein Zimmer zugewiesen bekamen, war Jennys Muttermund bereits sieben Zentimeter weit geöffnet. Nicht einmal eine Stunde später hielt ich unseren kleinen Sohn in den Armen. Jenny zählte seine Finger und Zehen. Seine Augen waren offen und hellwach. Er hatte rote Bäckchen. Sie haben es geschafft, verkündete Dr. Sherman. Er ist perfekt. Connor Richard Grogan, 5,5 Pfund, wurde am 10. Oktober 1993 geboren. Vor Glück verschwendete ich keinen Gedanken daran, dass uns für diese Geburt tatsächlich eine der Luxussuiten zur Verfügung gestanden hätte, wir aber überhaupt keine Zeit gehabt hatten, sie zu genießen. Was nun kam, hätte eigentlich die schönste Zeit unseres Lebens sein sollen und in vieler Hinsicht war es auch so. Wir hatten nun zwei Söhne, ein Kleinkind und ein Neugeborenes, gerade mal 17 Monate auseinander. Sie waren unser Ein und Alles. Dennoch blieb etwas von der Dunkelheit, die Jenny während ihrer erzwungenen Bettruhe ergriffen hatte. Manchmal ging es ihr wochenlang gut und sie war glücklich, über die Herausforderung für zwei kleine Grogans verantwortlich zu sein, die in jeder Hinsicht von ihr abhängig waren. Dann wieder, ohne jede Vorwarnung, war sie plötzlich niedergeschlagen und schlecht gelaunt, wie in einen blauen Nebel eingehüllt, der sich manchmal tagelang nicht verzog. Wir waren beide erschöpft von den vielen schlaflosen Nächten. Patrick meldete sich immer noch mindestens einmal pro Nacht und Connor wachte wesentlich öfter auf und weinte, weil er gestillt oder gewickelt werden wollte. Selten konnten wir länger als zwei Stunden am Stück schlafen. In manchen Nächten schlichen wir wie Zombies schweigend und mit glasigen Augen aneinander vorbei, Jenny zu einem Baby und ich zu dem anderen. Wir waren um Mitternacht auf und um zwei Uhr, dann wieder um halb vier und um fünf Uhr. Wenn die Sonne aufging und einen neuen Tag und damit auch Hoffnung und bleiernde Müdigkeit brachte, liefen wir wieder in unserem Hamsterrad. Von unten kam dann Patricks süße Stimme fröhlich und hellwach. Mama, da da, ufft. Und wir wussten, dass es mit dem Schlaf für diesen Tag vorbei war, ob wir wollten oder nicht. Ich kochte stärkeren Kaffee, kam in zerknitterten Händen und Krawatten mit Babybrei-Flecken zur Arbeit. Eines Morgens ertappte ich die junge, attraktive Redaktionsassistentin dabei, wie sie mich anstarrte. Ich lächelte ihr geschmeichelt zu. Hey, ich mag inzwischen zweifacher Vater sein, aber die Frauen werfen immer noch ein Auge auf mich. Dann fragte sie, wissen Sie, dass Sie ein Abziehbildchen im Haar haben? Zu allem Überfluss machte uns unser kleines Baby große Sorgen. Connor hatte ohnehin Untergewicht und konnte keine Mahlzeit bei sich behalten. Jenny war wild entschlossen, ihn zu einem robusten Kerlchen heranzufüttern, und er schien genau das Gegenteil zu wollen. Sie bot ihm ihre Brust an, und er saugte hungrig daran. Dann spuckte er mit einem gewaltigen Würgen alles wieder aus. Sie stillte ihn wieder. Er trank wieder gierig, und wenig später kam uns wieder alles entgegen. Erbrechen im Schwall wurde zu einem stündlichen Ritual bei uns. Jedes Mal wiederholte sich dieses Spielchen, und jedes Mal wurde Jenny wütender. Die Ärzte diagnostizierten Reflux und schickten uns zu einem Spezialisten, der unseren kleinen Jungen betäubte und ihm eine Magensonde einführte. Connor überstand diese Phase schließlich und nahm normal zu, aber vier lange Monate waren wir außer uns vor Sorge um ihn. Jenny war ein Ausbund von Angst, Stress und Frust. Dazu kam noch der Schlafmangel, weil sie ihn praktisch ununterbrochen stillte und dann hilflos zusehen musste, wie er ihr die Milch wieder entgegenspuckte. Ich fühle mich so unfähig, klagte sie. Eine Mutter sollte ihrem Baby alles geben können, was es braucht. Sie war vollkommen am Ende. Die lächerlichste Kleinigkeit, eine offene Schranktür oder Krümel auf dem Tisch, brachten sie zum Explodieren. Das Gute daran war, dass Jenny ihren Frust niemals an einem der Babys ausließ. Vielmehr kümmerte sie sich mit beinahe zwanghafter Sorgfalt und Geduld um die beiden. Sie gab ihnen alles, was sie hatte. Dafür ließ sie ihren Groll und ihre schlechte Laune an mir und vor allem an Marley aus. Sie hatte überhaupt keine Geduld mehr mit ihm. Er stand ganz oben auf ihrer Abschussliste und konnte ihr einfach nichts recht machen. Jeder kleine Ausrutscher, und davon gab es nach wie vor viele, brachte Jenny einem Ausbruch näher. Doch Marley blieb ungeachtet all dessen bei seinen Verrücktheiten, dummen Streichen und seiner ungezügelten Wildheit. Ich kaufte einen blühenden Strauch und pflanzte ihn zu Ehren von Connors Geburt ein, und Marley grub ihn noch am selben Tag mitsamt Wurzeln aus und machte Kleinholz aus ihm. Ich reparierte endlich die Verandatür, und Marley, der inzwischen so an seine Hundetür gewöhnt war, rannte sie bei nächster Gelegenheit wieder ein. Eines Tages entwischte er uns, und als er schließlich zurückkam, hatte er einen Damenslip im Maul. Ich wollte es gar nicht genauer wissen. Trotz der verschriebenen Beruhigungsmittel, die Jenny ihm immer öfter verpasste, wohl mehr um sich selbst zu beruhigen als ihn, wurde Marleys Angst vor Gewitter jeden Tag schlimmer. Inzwischen versetzte ihn schon der kleinste Regenschauer in Panik. Wenn wir zu Hause waren, drängte er sich nur an uns und sabberte nervös unsere Kleidung voll. Waren wir nicht zu Hause, versuchte er nach wie vor, sich in Sicherheit zu bringen, indem er sich durch Türen, Putz und Linoleum grub. Je mehr ich reparierte, umso mehr machte er kaputt. Ich kam nicht mehr hinterher. Ich hätte wütend werden müssen, aber Jenny war wütend genug für uns beide. Stattdessen fing ich an, ihn zu decken. Wenn ich einen zerkauten Schuh, ein Buch oder Kissen fand, versteckte ich das Beweisstück, ehe sie es finden konnte. Wenn er durch unser kleines, feines Zuhause tobte, unser Elefant im Porzellanladen, räumte ich hinter ihm auf, legte verrutschte Teppiche wieder an ihren Platz, rückte Tischchen gerade und wischte den Sabber ab, den er an die Wände schleuderte. Ich fegte in Windeseile die Holzsplitter in der Garage zusammen, als Marley wieder einmal die Tür zerlegt hatte. Ich blieb abends lange auf, flickte und schmirgelte, und wenn Jenny aufwachte, war das Schlimmste schon behoben. Um Gottes Willen, Marley, bist du lebensmüde? fragte ich ihn eines Abends, als er schwanzwedelnd neben mir stand und mir die Ohren ableckte, während ich auf den Boden kniete und seine letzte Schandtat vertuschte. Du musst damit aufhören! In diese hochexplosive Stimmung kam ich eines Tages nach Hause. Als ich die Haustür öffnete, schlug Jenny gerade mit den Fäusten auf Marley ein. Sie war vollkommen außer sich, heulte und drosch auf seinen Rücken, seine Schultern und seinen Hals ein, als wäre er eine Trommel. Warum? schrie sie ihn an. Warum machst du das? Warum machst du alles kaputt? In diesem Moment sah ich die Bescherung. Ein Sofakissen war aufgerissen, der Stoff zerfetzt und die Füllung herausgerissen. Marley stand mit gesenktem Kopf breitbeinig da, als stämme er sich gegen einen Sturm. Er machte keine Anstalten zu fliehen oder den Schlägen auszuweichen. Er stand nur da und nahm alles hin, ohne zu winseln oder sich zu beklagen. »Hey, hey, hey, hey!« schrie ich und packte sie an den Handgelenken. »Komm schon, hör auf!« Sie schluchzte und rang nach Luft. »Hör auf!«, wiederholte ich. Ich trat zwischen sie und Marley und schob mein Gesicht genau vor ihres. Es war, als würde mich eine Fremde anstarren. Ich erkannte den Ausdruck in ihren Augen nicht wieder. »Schaff ihn hier raus«, sagte sie mit leiser, drohender Stimme. »Schaff ihn hier weg. Sofort!« »Okay, ich geh mit ihm raus, aber du wirst dich jetzt beruhigen«, sagte ich. »Schaff ihn raus und sorge dafür, dass er weg bleibt«, sagte sie mit bebender Stimme. Ich öffnete die Haustür und er stürzte hinaus. Als ich mich noch einmal umdrehte, um seine Leine vom Tisch zu nehmen, sagte Jenny, »Ich meine es ernst. Ich will, dass er verschwindet. Ich will ihn hier nicht mehr haben.« »Ach, komm schon«, versuchte ich, sie zu beruhigen. »Das meinst du doch nicht ernst.« »Oh, doch. Ich habe genug von diesem Hund. Entweder findest du ein neues Zuhause für ihn, oder ich tue es.« Das konnte nicht ihr ernst sein. Sie liebte diesen Hund. Sie vergötterte ihn trotz der langen Liste seiner Untaten. Sie war wütend und bis zum Äußersten gestresst. Sie würde es sich schon anders überlegen. Im Moment war es wohl das Beste, ihr Zeit zu geben, damit sie sich abregen konnte. Ich ging ohne ein weiteres Wort zur Tür hinaus. Im Vorgarten rannte Marley herum, sprang auf und ab und schnappte in die Luft, als wollte er mir seine Leine aus der Hand reißen. Er war wieder ganz der alte Wirrkopf, trotz der Abreibung, die er gerade bekommen hatte. Ich wusste, dass Jenny ihm nicht wehgetan hatte. Ehrlich gesagt musste er bei unseren Raufereien wesentlich härtere Schläge von mir einstecken. Und er raufte sehr gerne mit mir, konnte meistens gar nicht genug davon bekommen. Unempfindlichkeit gegen Schmerzen war ein Merkmal seiner Rasse. Diese Hunde waren unverwüstliche Muskelmaschinen. Als ich einmal in unserer Auffahrt des Auto wusch, sprang er kopfvoran in den Eimer mit Seifenwasser und galoppierte dann blind mit dem Eimer über dem Kopf durch die Vorgärten. Er hielt erst an, als er mit vollem Tempo gegen eine Betonwand krachte. Das schien ihn nicht weiter zu stören. Aber wenn man ihm im Zorn mit der flachen Hand eins aufs Hinterteil gab oder ihn auch nur in strengem Ton ansprach, dann reagierte er tief getroffen. Auch wenn er sich meistens wie ein grober Tollpatsch benahm, so hatte er doch einen äußerst sensiblen Kern. Jenny hatte ihm nicht körperlich wehgetan, nicht im geringsten. Aber sie hatte, zumindest für den Moment, seine Gefühle verletzt. Jenny bedeutete ihm alles. Sie war seine beste Freundin auf der ganzen Welt. Und auf einmal hatte sie sich gegen ihn gewendet. Sie war sein Frauchen und er ihr treuer Gefährte. Wenn sie einen Grund sah, ihn zu schlagen, dann ertrug er es stoisch. Selbst für einen Hund war er nicht besonders schlau, aber er war absolut treu. Jetzt war es an mir, den Schaden zu beheben und die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Als wir draußen auf der Straße waren, nahm ich ihn an die Leine und befahl ihm, Sitz. Er setzte sich hin. Ich rückte ihm sein Halsband zurecht und streichelte ihm kurz über den Kopf, bevor wir losgingen. Er warf den Kopf hoch und sah mich an. Die Zunge hing ihm weit aus dem Maul. Er schien über den Zwischenfall mit Jenny hinweg zu sein und nun hoffte ich dasselbe von ihr. Was soll ich nur mit dir machen, du Riesendummkopf? fragte ich ihn. Er sprang an mir hoch, als hätte er auf Sprungfedern gesessen und fuhr mir mit seiner Zunge über das Gesicht. Marley und ich gingen an diesem Abend sehr lange spazieren und als ich schließlich die Haustür öffnete, war er vollkommen erschöpft und schien bereit, lautlos in einer Ecke zu Boden zu sinken. Jenny fütterte Patrick gerade ein Babygläschen, während sie Connor auf ihrem Schoß wiegte. Sie schien sich beruhigt zu haben und wieder sie selbst zu sein. Ich machte Marley von der Leine los und er stürzte sich auf seine Wasserschüssel und schlabberte fröhlich drauf los, wobei er das Wasser rund um seine Schüssel auf den Boden verteilte. Ich wischte es auf und warf einen vorsichtigen Blick in Jennys Richtung, aber sie schien ungerührt. Vielleicht war der schreckliche Augenblick ja vorbei. Vielleicht hatte sie es sich noch einmal überlegt. Vielleicht kam sie sich wegen ihres Ausbruchs vorhin auch blöd vor und suchte nun nach Worten für eine Entschuldigung. Als ich an ihr vorbeiging, Marley dicht hinter mir, sagte sie mit ruhiger Stimme und ohne mich anzusehen, ich meine es ernst. Ich will, dass er verschwindet. In den folgenden Tagen wiederholte sie dieses Ultimatum oft genug, dass sich es nicht mehr für eine leere Drohung hielt. Sie ließ nicht länger nur Dampf ab und dieses Thema würde sich nicht von selbst erledigen. Ich fühlte mich schrecklich, wie pathetisch das jetzt auch klingen mag. Aber für mich war Marley inzwischen so etwas wie mein männlicher Seelenverwandter, mein engster Verbündeter, mein Freund geworden. Er war der ungezogene, wilde, unnachgiebige, politisch unkorrekte Freigeist, der ich immer hatte sein wollen, wenn ich nur den Mut dazu gehabt hätte. Und ich hatte meine Freude an seinem ungezügelten Temperament. Egal, wie kompliziert das Leben auch war, er erinnerte mich immer wieder an die simplen Freuden des Alltags. Egal, was für Anforderungen man an mich stellte, er zeigte mir immer wieder, dass es sich manchmal lohnte, ungehorsam zu sein. In einer Welt voller Chefs war er sein eigener Herr. Der Gedanke, ihn wegzugeben, riss mir die Seele in zwei. Aber ich hatte nun die Verantwortung für zwei Kinder zu tragen und eine Ehefrau, die wir dringend brauchten. Ich hatte eine schreckliche Wahl zu treffen. Wenn unser Familienfrieden davon abhing, dass Marley abgeschafft wurde, wie konnte ich Jennys Wunsch dann ignorieren? Ich fing an, meine Fühler auszustrecken und diskret unter Freunden und Kollegen nachzufragen, ob jemand vielleicht Interesse an einem liebenswerten, lebhaften, zwei Jahre alten Labrador hätte. Über Umwege erfuhr ich von einem Nachbarn, der erklärter Hundenar war und es nicht fertig brachte, einen Hund in Not im Stich zu lassen. Doch sogar er lehnte ab. Marleys Ruf war ihm leider vorausgeeilt. Jeden Morgen las ich die Anzeigen in der Zeitung durch, als würde ich auf ein Wunder hoffen, wie etwa, suche sehr wilden, völlig unberechenbaren Labrador mit möglichst vielen Phobien. Zerstörerische Qualitäten sind ein Plus. Zahle gut. Stattdessen fand ich einen wachsenden Markt für junge Hunde, die aus irgendeinem Grund weggegeben werden sollten. Meist waren es reinrassige Tiere, für die ihre Besitzer erst wenige Monate zuvor viel Geld ausgegeben hatten. Nun wurden sie für einen Spottpreis angeboten oder sogar umsonst. Beunruhigend viele dieser ungewollten Hunde waren Labradorrüden. Solche Anzeigen fanden sich beinahe jeden Tag in der Zeitung. Sie klangen herzerweichend und lächerlich zugleich. Für mich als Betroffener und Kenner der Szene war es offensichtlich, dass die wahren Gründe für das Weggeben der Hunde verschleiert werden sollten. Die Anzeigen waren voller fröhlicher Euphemismen für Verhaltensweisen, die ich nur zu gut kannte. lebhaft, liebt Menschen, braucht einen großen Garten, braucht viel Bewegung, ausdauernd, temperamentvoll, kräftig, ganz eigene Persönlichkeit. Es kam alles auf dasselbe heraus. Ein Hund, dem seine Besitzer nicht mehr gewachsen waren. Ein Hund, der zur Last geworden war. Ein Hund, den seine Menschen aufgegeben hatten. Ein Teil von mir lachte wissend. Die Anzeigen waren komisch in ihrer Verlogenheit. Wenn ich etwas von mutiger Beschützer las, wusste ich, dass das in Wahrheit gefürchteter Beißer hieß. Beständiger Begleiter bedeutete, hat Angst, alleingelassen zu werden und guter Wachhund hieß nichts anderes als wilder Kläffer. Und wenn ich die Überschrift tolles Angebot las, dann wusste ich, dass sich dahinter nur die verzweifelte Frage verbarg, wie viel muss ich dir bezahlen, damit du mir dieses Vieh endlich vom Hals schaffst. Ein anderer Teil von mir war schrecklich traurig. Ich war kein Mensch, der einfach aufgab. Und ich glaubte nicht, dass Jenny so einfach aufgeben wollte. Wir gehören nicht zu den Menschen, die ihre Probleme einfach in der Anzeigenspalte der Lokalzeitung ablieferten. Marley war zweifelsfrei eine Herausforderung. Er hatte nichts mit den ruhigen Hunden gemein, mit denen wir beide aufgewachsen waren. Er hatte eine ganze Menge schlechte Angewohnheiten, schuldig im Sinne der Anklage. Er hatte auch nicht mehr viel von dem kleinen tollpatschigen Welpen, den wir vor zwei Jahren mit nach Hause gebracht hatten. Aber auf seine eigene verschrobene Weise gab er sein Bestes. Ein Teil unserer Aufgabe als seine Besitzer war es, ihn nach unseren Bedürfnissen zu formen. Aber andererseits war es auch unsere Pflicht, ihn so zu akzeptieren, wie er war. Und nicht nur das. Wir hätten ihn eigentlich um seiner ungebändigten Hundeseele willen lieben müssen. Wir hatten damals ein lebendiges, atmendes Wesen mit nach Hause genommen und kein modisches Accessoire, das man in die Ecke stellen konnte. Er war nun mal unser Hund. Er gehörte zur Familie. Und bei all seinen Launen hatte er uns unsere Zuneigung doch hundertfach zurückgegeben. Eine Liebe, wie die seine, war für kein Geld der Welt zu kaufen. Ich war nicht bereit, ihn wegzugeben. Ich bemühte mich zwar weiterhin halbherzig um einen neuen Platz für ihn, gleichzeitig fing ich aber ernsthaft an, mit ihm zu arbeiten. Meine höchstpersönliche Mission Impossible bestand darin, den guten Ruf dieses Hundes wiederherzustellen und Jenny zu beweisen, dass er es wert war. Gestörte Nachtruhe hin oder her, ich stand von nun an bei Tagesanbruch auf, packte Patrick in den Kinderwagen und ging mit ihm und Marley zum Wasser hinunter, wo ich mit Marley seine Lektionen durchging. Sitz, Platz, bei Fuß, immer wieder. Meine Anstrengungen hatten etwas Verzweifeltes und Marley schien das zu spüren. Hier ging es um mehr. Das hier war wirklich ernst. Falls ihm das nicht ganz klar war, sagte ich es ihm oft genug mit unmissverständlichen Worten. Das ist kein Spiel, Marley. Es geht um alles. Los jetzt! Und dann übten wir alles noch einmal. Und Patrick half uns, indem er in die Hände klatschte und seinem großen hellbraunen Freund zurief, Marley Fuß. Als ich Marley schließlich wieder bei der Hundeschule anmeldete, war er nicht mehr der junge Tunichtgut, mit dem ich damals dort aufgetaucht war. Ja, er war immer noch furchtbar wild. Aber inzwischen wusste er, dass ich der Herr war und er zu folgen hatte. Diesmal zerrte er nicht blindlings zu den anderen Hunden hin oder zumindest nur ganz selten. Er unternahm keine unerlaubten Entdeckungstouren über den Platz und schnüffelte auch an keinen fremden Genitalien herum. Acht Wochen lang arbeiteten wir mit kurzer Leine an Befehlen und er war mit Freude oder vielmehr mit überschäumendem Eifer bei der Sache. In der letzten Stunde rief uns die Trainerin, eine entspannte Frau und damit das genaue Gegenteil von Miss Dominatrix, nach vorne. Okay, sagte sie, zeigt mal, was ihr gelernt habt. Ich befahl Marley, sich hinzusetzen und er ließ sich sofort auf sein Hinterteil fallen. Dann rückte ich sein Halsband zurecht und forderte ihn mit einem kurzen Rucken an der Leine dazu auf, bei Fuß zu gehen. Wir marschierten über den Platz und zurück, Marley dicht an meiner Seite, sodass er mit seiner Schulter mein Hosenbein berührte. Er benahm sich mustergültig. Dann forderte ich ihn wieder zum Sitzen auf, stellte mich vor ihn und deutete mit meinem Finger direkt auf seine Stirn. Bleib, befahl ich mit ruhiger Stimme und ließ mit der anderen Hand die Leine fallen. Dann ging ich einige Schritte zurück. Seine großen braunen Augen waren auf mich gerichtet und warteten auf das kleinste Zeichen von mir, das ihn erlösen würde, aber er blieb sitzen. Ich ging einmal um ihn herum. Er zitterte vor Erregung und versuchte, seinen Kopf ganz herumzudrehen, um mich im Auge zu behalten, aber er rührte sich nicht vom Fleck. Als ich wieder direkt vor ihm stand, schnippte ich nur so zum Spaß mit den Fingern und rief, volle Deckung. Er warf sich zu Boden, als erstürme er gerade Iwo Jima. Die Lehrerin musste lachen, ein gutes Zeichen. Dann drehte ich mich um und entfernte mich etwa zehn Meter. Dabei fühlte ich seine Augen im Nacken. Aber noch immer blieb er an Ort und Stelle. Als ich mich schließlich zu ihm umdrehte, zitterte er heftig. Der Vulkan stand kurz vor dem Ausbruch. Dann stellte ich mich breitbeinig hin und rief, Marley. Ich ließ seinen Namen ein paar Sekunden in der Luft hängen. Hierher! Er ging ab wie eine Rakete und schoss auf mich zu. Ich wappnete mich gegen den Aufprall. Im letzten Moment wich ich ihm mit der Eleganz eines Stierkämpfers aus und er preschte an mir vorbei, kam dann im Kreis zu mir zurück und schubste mich von hinten mit seiner Schnauze an. Guter Hund, Marley, lobte ich ihn begeistert und ging in die Hocke. Guter Hund, guter Hund, Marley! Er tanzte um mich herum, als hätten wir gerade zusammen den Mount Everest bezwungen. Am Ende dieses Unterrichtstages überreichte die Trainerin jedem von uns eine Urkunde. Marley hatte die erste Klasse des Trainingsprogramms bestanden und dabei unter allen Teilnehmern sogar den siebten Platz belegt. Wen interessierte es schon, dass es nur acht Teilnehmer gegeben hatte und Nummer acht ein psychopathischer Pitbull war, der jedem menschlichen Wesen in seiner Umgebung ganz offensichtlich nach dem Leben trachtete. Für mich war das Ganze ein voller Erfolg. Marley, mein unverbesserlicher, unerziehbarer, ungezogener Hund, hatte bestanden. Ich war vor Stolz zu Tränen gerührt. Und vielleicht hätte ich wirklich geheult, wäre Marley nicht an mir hochgesprungen und hätte prompt seine Urkunde gefressen. Auf der Heimfahrt sang ich lauthals »We are the champions«. Marley, der meine Freude und meinen Stolz spürte, leckte mir das Ohr. Ausnahmsweise war mir das ganz egal. Eines Morgens wachte ich auf und meine Frau war wieder da. Meine Jenny, die Frau, die ich liebte und die in diesem zähnenblauen Nebel verschwunden war, war zu mir zurückgekehrt. So plötzlich, wie die Wochenbettdepression sie ergriffen hatte, so plötzlich war sie nun wieder vergangen. Es war, als sei ein böser Geist von Jenny gewichen. Nun war er fort, Gott sei Dank. Sie war stark, sie war optimistisch, sie war eine gute zweifache Mutter und blühte dabei sogar auf. Marley stand wieder in ihrer Gunst, er hatte wieder festen Boden unter den Füßen. Mit einem Baby auf jedem Arm beugte sie sich zu ihm hinunter und küsste ihn. Sie warf Stöckchen für ihn und mischte ihm Bratensauce ins Futter. Sie tanzte mit ihm durchs Zimmer, wenn ein gutes Lied im Radio kam. An manchen Abenden, wenn er zur Ruhe gekommen war, fand ich Jenny zusammen mit ihm auf dem Boden, den Kopf auf seinem Hals. Jenny war zurück. Gott sei Dank, sie war wieder da. Unser Haus hatte zwei Schlafzimmer und wir hatten naiverweise gedacht, dass sich die Jungen das zweite Zimmer teilen könnten. Doch als sie anfingen, sich gegenseitig aufzuwecken, quartierten wir Connor in einen kleinen Raum zwischen Küche und Garage aus. Offiziell war dort mein Arbeitszimmer untergebracht, wo ich Gitarre spielte und Rechnungen bezahlte. Für Außenstehende ließ sich der Zustand aber nicht schönreden. Wir hatten unser Baby im Durchgang einquartiert. Das klang schrecklich. Ein Durchgang liegt gleich neben der Garage und eine Garage wiederum ist beinahe das gleiche wie ein Schuppen. Wir waren uns einig, dass wir ausziehen mussten. Das Leben ist voller Ironie und so kam es, dass wir nach monatelanger Suche ein Haus in genau der Stadt in Südflorida fanden, über die ich mich in meinen Glossen am meisten lustig machte. Die Stadt hieß Boca Raton. Das kommt aus dem Spanischen und bedeutet wörtlich Rattenmaul. Und was für ein Maul. Boca Raton war eine reiche republikanische Bastion, in die in letzter Zeit vor allem Leute aus New Jersey und New York gezogen waren. Das Kapital in der Stadt war also noch jung und die meisten dieser Neureichen wussten nicht recht, wie sie ihr Geld stilvoll ausgeben konnten. Boca Raton war das Land der Luxusschlitten, der roten Sportwägen, pinkfarbenen Stuckhäuschen auf Briefmarken, großen Grundstücken und griechisch umsäulten Anwesen mit Türstehern davor. Die Männer trugen vor wegen kleinen Hosen und italienische Schuhe ohne Socken und verbrachten unendlich viel Zeit damit, wichtig klingende Handygespräche miteinander zu führen. Die Frauen waren so gebräunt wie ihre Lieblings-Gucci-Taschen, ihre glatte Haut wurde von in erschreckenden Platin- und Silbertönen gefärbtem Haar betont. In der Stadt wimmelte es nur so von Schönheitschirurgen und sie hatten die größten Häuser und das strahlendste Lächeln von allen. Für die gut erhaltenen Frauen von Boca war ein Brustimplantat absolut unerlässlich. Die Jüngeren hatten alle ein atemberaubendes Dekolleté. Die Älteren hatten ein atemberaubendes Dekolleté und ein geliftetes Gesicht. Gesäßformung, Nasenoperation, Bauchstraffung und gefärbte Augenbrauen rundeten das kosmetische Aufgebot ab und vermittelten den seltsamen Eindruck, dass die weiblichen Einwohner von Boca eine Armee aus anatomisch perfekten, aufblasbaren Puppen waren. Wie ich es einmal in einem Liedtext ausdrückte, den ich für meine Glosse schrieb, Fettabsaugung und Silikon, das braucht die Frau von Boca Raton. In meiner Kolumne hatte ich mich über den Lebensstil in Boca lustig gemacht, angefangen von dem Namen des Städtchens selbst. Damals lief gerade der Disney-Film Pocahontas und ich begann mit einer fortlaufenden Serie, die sich an die Geschichte der Indianerprinzessin anlehnte und nannte sie Bocahontas. Meine goldbehangende Protagonistin war eine geborene Vorstadtprinzessin und fuhr einen pinkfarbenen BMW. Ihre steinharten, chirurgisch vergrößerten Brüste ragten ins Lenkrad, was ihr erlaubte, freihändig zum Bräunungsstudio zu fahren und dabei gleichzeitig mit ihrem Handy zu telefonieren und ihre festgesprayte Frisur im Rückspiegel zurechtzuzupfen. Bocahontas wohnte in einem pastellfarbenen Designer wie Guam, trainierte jeden Morgen im stammeseigenen Fitnessstudio, aber nur, wenn sie dort einen Parkplatz im Umkreis von fünf Metern fand und verbrachte ihre Nachmittage damit im Pelz und mit einsatzbereiter Kreditkarte in der Hand durch die heiligen Jagdgründe zu stolzieren, die unter dem Namen Einkaufszentrum bekannt waren. Begrabt meine Kreditkarte im Minzener Park, verkündet Bocahontas feierlich in einer meiner Kolumnen in Anspielung auf das schickste Einkaufszentrum der Gegend. In einer anderen Kolumne zog sie gerade ihren hirschledernen Wonderbra an und warb dafür, dass Schönheitsoperationen von der Steuer absetzbar sein sollten. Meine Darstellung war grausam, unliebenswürdig und nur ein klein wenig übertrieben. Die echten Bocahontas von Bocahontas waren die größten Fans meiner Kolumne und versuchten immer herauszufinden, welche von ihnen mich zu meiner Hauptfigur inspiriert hatte, was ich natürlich niemals verraten werde. Ich wurde regelmäßig eingeladen vor unterschiedlichen Vereinen und Versammlungen zu sprechen und jedes Mal stand jemand auf und stellte dieselbe Frage. Warum hassen Sie Bocahontas so sehr? Ich hasste Bocahontas nicht, erklärte ich dann. Ich liebte nur die Farce. Und nirgends auf der Welt wurde einem das in solcher Reinform geboten wie im superpinken Rattenmaul. Es war also nur logisch, dass das Haus, in das Jenny und ich schließlich einzogen, mitten im Herzen dieser Bocahontas lag. Genau zwischen den Ufergrundstücken von East Bocahontan und den versnobbten, alarmgesicherten Anwesen im Westen, die, wie ich den Postleitzahlen fixierten Einwohnern dort gerne vor Augen hielt, nicht mehr zu Palm Beach gehörten. Bist du verrückt? sagte ich zu Jenny. Wir können doch nicht nach Bocahontas ziehen. Die werden mich aus der Stadt abjagen. Die servieren meinen Kopf auf einem Bett aus organisch angebautem Mesklunblattsalaten. Ach Unsinn, du übertreibst schon wieder, sagte sie. Die Sun Sentinel, für die ich arbeitete, war die meistgelesene Zeitung in Bocahontan, weit vor dem Miami Herald, der Palm Beach Post oder der Lokalzeitung Bocahontan News. Meine Artikel wurden in dieser Stadt und ihren westlichen Ausläufern viel gelesen. Und da neben meiner Kolumne immer ein Foto von mir abgedruckt wurde, wurde ich regelmäßig wiedererkannt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich übertrieb. Sie werden mir bei lebendigem Leibe die Haut abziehen und meinen Leichnam dann vor Tiffany's öffentlich zur Schau stellen. Aber wir hatten nun schon monatelang gesucht und dies war das erste Haus, das alle unsere Anforderungen erfüllte. Es passte einfach alles, Größe, Preis und Lage, strategisch günstig zwischen den beiden Büros gelegen, wo ich arbeitete. Die öffentlichen Schulen waren dort genauso gut wie anderswo in Südflorida. Und bei aller Oberflächlichkeit gab es in Bocahontan doch wunderschöne Parkanlagen, einschließlich einiger der unberührtesten Strände der Gegend um Miami und Palm Beach. Mit größten Bedenken stimmte ich schließlich dem Kauf zu. Ich kam mir vor wie ein enttarnter Geheimagent in feindlichem Gebiet. Der Barbar war dabei, die Grenze zu überschreiten. Ein unakzeptabler Bockerlästerer wollte die Bocker-Gartenparty sprengen. Wer konnte es ihnen verdenken, dass sie mich nicht haben wollten? In der ersten Zeit schlich ich mit eingezogenem Kopf durch die Stadt und war überzeugt, dass alle Augen auf mir roten. Meine Ohren glühten, wenn ich mir vorstellte, wie die Leute hinter meinem Rücken über mich lästerten. Als ich in der Kolumne von meinem Umzug nach Bocker berichtet hatte und dabei öfters über meinen eigenen Schatten springen musste, bekam ich einige Briefe, in denen Dinge standen wie »Erst machen Sie unsere Stadt zum Gespött und dann wollen Sie hier leben, Sie schamloser Heuchler!« Und ich musste zugeben, dass Sie irgendwie Recht hatten. Ein begeisterter Bocker-Bewohner, den ich von der Arbeit her kannte, konnte es gar nicht erwarten, mich zur Rede zu stellen. »So, Sie meinen also, dass das geschmacklose Bocker doch nicht so schlecht ist? Was?«, fragte er hämisch. »Die Parkanlagen, die Steuerklasse, die Schulen, die Strände und die Nachbarschaft sind wohl doch nicht so übel, wenn es darum geht, ein Haus zu kaufen. Was?« Ich konnte ihm nichts entgegensetzen. Unser Haus war 1970 gebaut worden und hatte vier Schlafzimmer, doppelt so viel Wohnfläche wie unser erstes Heim und nichts von dessen Charme. Doch es ließ sich etwas daraus machen und allmählich drückten wir ihm unseren Stempel auf. Wir rissen den Flauschteppichboden heraus und legten Eichenparkett im Wohnzimmer. Überall sonst verlegten wir italienische Fliesen. Wir ersetzten die hässlichen Glasschiebetüren durch lackierte Flügeltüren und nach und nach verwandelte ich den kargen Vorgarten in einen tropischen Urwald, der vor Ingwer, Helikonien und Kletterpflanzen nur so strotzte. Sowohl Schmetterlinge als auch Passanten konnten sich kaum daran satt sehen. Die zwei besten Dinge an unserem neuen Haus hatten allerdings nichts mit dem Haus selbst zu tun. Von unserem Wohnzimmerfenster aus konnte man auf eine kleine Parkanlage mit Spielplatz schauen, überdacht von großen Pinien. Die Kinder liebten diesen Ort. Und im Garten hinter dem Haus, gleich hinter der Terrassentür, war ein Swimmingpool in den Boden eingelassen. Wir hatten eigentlich keinen Swimmingpool gewollt. Aus Sorge um unsere beiden kleinen Söhne und Jennys Vorschlag, ihn zuzuschütten, ließ unseren Makler erbleichen. Am Tag unseres Einzugs zogen wir als erstes einen hüfthohen Zaun um den Pool, der einem Hochsicherheitstrakt alle Ehre gemacht hätte. Die Jungs, Patrick war damals gerade drei geworden und Connor war 18 Monate alt, lernten das Wasser mit der Begeisterung von Delfinen lieben. Der Park wurde zu unserem erweiterten Garten und der Pool versüßte uns den Sommer, den wir so liebten. Wir hatten bald begriffen, dass in Florida ein Swimmingpool den entscheidenden Unterschied zwischen den Sommer ertragen und den Sommer genießen ausmacht. Keiner liebte unseren Pool mehr als unser Seehund, der stolze Nachkomme der Retriever, die im Dienste der Fischer die Ozeanwellen an den Küsten Neufundlands bezwungen hatten. Wenn das Zaungatter am Pool offen war, war Marlin nicht mehr zu halten. Er nahm schon im Wohnzimmer Anlauf, sprang mit einem riesigen Satz durch die Terrassentür und hob dann mit einem beherzten Sprung von der Ziegelterrasse ab, um mit einem gigantischen Bauchklatscher im Pool zu landen, der in der Luft wiederhallte und das Wasser zum Überschwappen brachte. Mit Marlin zu schwimmen war ein lebensbedrohliches Abenteuer, ungefähr so, als würde man mit einem Kreuzfahrtschiff baden. Er kam immer mit vollem Tempo auf mich zugeplanscht, seine Pfoten schlugen wild auf das Wasser ein, aber anstatt wie erwartet im letzten Moment auszuweichen, hielt er stets genau auf mich zu und versuchte, auf mich hinaufzuklettern. Wenn er meinen Kopf erreicht hatte, drückte er ihn unter die Wasseroberfläche. »Wo verhältst du mich? Einen Steg vielleicht?«, fragte ich ihn dann und umarmte ihn, damit er wieder zu Atem kommen konnte. Dabei paddelten seine Pfoten immer noch auf Autopilot durch das Wasser, während er mir das Gesicht ableckte. Eines fehlte an unserem neuen Haus. Ein Marley-sicherer Bunker. Die Garage aus Beton in unserem alten Haus war so gut wie unzerstörbar gewesen und sie hatte zwei Fenster gehabt, was die Temperatur auch im heißesten Sommer erträglich gehalten hatte. Unser Haus in Bocca hatte eine große Garage für zwei Autos, aber sie war völlig ungeeignet, um Marley oder irgendein anderes Lebewesen, das nicht bei 50 Grad Celsius überleben konnte, dort unterzubringen. Die Garage hatte keine Fenster und war brütend heiß. Außerdem waren die Wände nicht aus Beton, sondern aus Trockenziegeln, die Marley problemlos pulverisieren konnte, wie er bereits bewiesen hatte. Seine Panikattacken bei Gewitter wurden immer schlimmer, trotz der Beruhigungsmittel. Als wir ihn das erste Mal alleine in unserem neuen Zuhause ließen, sperrten wir ihn zusammen mit einem Betttuch und einer großen Schüssel Wasser in die Waschküche gleich neben der Küche. Als wir wenige Stunden später zurückkamen, hatte er die Tür völlig zerkratzt. Der Schaden war nicht groß, aber wir hatten uns gerade für die nächsten 30 Jahre verschuldet, um dieses Haus zu kaufen und wir wussten, dass dieser Vorfall nichts Gutes bedeuten konnte. Vielleicht muss er sich erst an seine neue Umgebung gewöhnen, schlug ich vor. Es ist nicht die kleinste Wolke am Himmel, stellte Jenny skeptisch fest. Was passiert beim ersten Gewitter? Als wir ihn das nächste Mal alleine ließen, bekamen wir die Antwort. Als wir ein Gewitter herannahen hörten, brachen wir unseren Ausflug ab und eilten nach Hause. Doch es war bereits zu spät. Jenny war ein paar Schritte vor mir und als sie die Tür zur Waschküche öffnete, blieb sie wie angewurzelt stehen und stieß ein entsetztes Oh mein Gott aus. Sie sagte das in einem Ton, als hätte sie gerade eine Leiche entdeckt, die von der Decke baumelte. Und noch einmal Oh mein Gott. Ich spähte über ihre Schulter hinein und es war schlimmer, als ich erwartet hatte. Da stand Marley wild hechelnd, Pfoten und Maul blutig. Überall lag loses Fell von ihm herum, als wären ihm vor Angst die Haare ausgefallen. Er hatte größeren Schaden angerichtet als je zuvor und das sollte etwas heißen. Eine ganze Wand war aufgerissen und bis auf die Sockel abgetragen. Überall lagen Plastik- und Holzspäne und verbogene Nägel herum. Die elektrischen Leitungen waren freigelegt. Boden und Wände waren blutverschmiert. Es sah aus wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Oh mein Gott, sagte Jenny zum dritten Mal. Oh mein Gott, wiederholte ich. Keiner von uns brachte etwas anderes heraus. Als wir einige Sekunden stumm dagestanden und auf die Verwüstung gestarrt hatten, sagte ich schließlich. Okay. Wir schaffen das. Man kann das alles richten. Jenny warf mir einen vernichtenden Blick zu. Sie kannte meine Fähigkeiten. Ich rufe einen Handwerker an und lasse das professionell reparieren, sagte ich. Ich würde niemals versuchen, das hier selbst zu machen. Ich gab Marley eine Beruhigungstablette und fürchtete insgeheim, dass dieser neuerliche, zerstörerische Ausbruch von ihm bei Jenny wieder jenen schrecklichen Zustand auslösen würde, in den sie nach Connors Geburt verfallen war. Doch sie schien diese Phase endgültig überwunden zu haben und nahm das Ganze erstaunlich locker. Ein paar hundert Dollar und alles ist so gut wie neu, zwitscherte sie. Das denke ich auch, stimmte ich ihr zu. Ich gebe ein paar Extra-Lesungen, dann haben wir das Geld wieder drin. Nach wenigen Augenblicken begann sich Marley zu entspannen. Seine Augenlider wurden schwer und seine Augen blutunterlaufen wie immer, wenn das Beruhigungsmittel wirkte. Er sah aus wie ein bekiffter Woodstock-Besucher. Ich hasste es, ihn so zu sehen. Ich hatte es schon immer gehasst und zögerte jedes Mal, ihn ruhig zu stellen. Aber die Tabletten halfen ihm aus seiner Panik heraus, aus dieser tödlichen Bedrohung, die nur in seinem Kopf existierte. Wäre er ein Mensch gewesen, hätte ich ihn als hochgradig psychisch gestört bezeichnet. Er hatte Wahnvorstellungen, litt unter Verfolgungsangst und war überzeugt, dass eine dunkle böse Macht vom Himmel kommen und ihn mitnehmen würde. Nun rollte er sich auf dem kleinen Teppich vor dem Spülbecken in der Küche zusammen und stieß einen tiefen Seufzer aus. Ich kniete mich neben ihn und strich über sein blutverkrustetes Fell. Mann, sagte ich zu ihm, was machen wir bloß mit dir? Ohne den Kopf zu heben, sah er mit seinen blutunterlaufenen bekifften Augen zu mir auf, den traurigsten, bekümmertsten Augen, die ich je gesehen habe, und starrte mich nur an. Es war, als versuchte er mir etwas zu sagen, etwas Wichtiges, das er mir unbedingt erklären musste. Ich weiß, sagte ich, ich weiß, dass du nichts dafür kannst. Am nächsten Tag fuhren Jenny und ich mit den Jungen in eine Zoohandlung und kauften einen riesigen Hundekäfig. Es gab sie in allen denkbaren Größen, und als ich dem Verkäufer Marley beschrieb, führte er uns zu dem größten Exemplar. Er war so groß wie ein Löwenkäfig und hatte schwere Stahlgitterstäbe. Die Tür wurde mit zwei gigantischen Zylinderschlössern verschlossen, und auch der Boden war aus dickem Stahl. Das war unsere Antwort, unser eigenes, tragbares Alcatraz. Connor und Patrick kletterten hinein, und ich schob die Riegel vor und sperrte sie so einen Moment lang ein. Na, was meint ihr? Fragte ich. Hält der unseren Superhund aus? Connor rüttelte am Gitter wie ein langjähriger Sträfling und rief, Fängnis! Marley ist unser Gefangener, schrie Patrick begeistert. Zu Hause stellten wir den Zwinger neben unserer Waschmaschine auf. Das tragbare Alcatraz nahm beinahe die halbe Waschküche ein. Als es vollständig aufgestellt war, rief ich Marley. Ich warf einen Kauknochen hinein, und er sprang fröhlich hinterher. Dann schloss ich die Tür hinter ihm und verriegelte sie. Er stand da und kaute an seiner Beute herum, völlig unbeeindruckt von der neuen Erfahrung, die er bald machen sollte, und die man in Fachkreisen direkte Konfrontation mit der Angst nennt. Das ist von jetzt an dein neues Zuhause, wenn wir nicht da sind, sagte ich fröhlich. Marley hechelte zufrieden, ohne eine Spur von Bekümmernis im Gesicht. Dann legte er sich hin und stieß einen Seufzer aus. Das ist ein gutes Zeichen, sagte ich zu Jenny. Ganz bestimmt. An diesem Abend beschlossen wir, unseren Hundehochsicherheitstrakt auszutesten. Diesmal war gar kein Knochen notwendig, um Marley hineinzulocken. Ich öffnete einfach die Tür, pfiff einmal, und schon kam er, lief hinein und schlug mit dem Schwanz wedelnd gegen die Gitterstäbe. Sei brav, Marley, sagte ich zu ihm. Als wir die Jungs ins Auto setzten, um zum Essen zu fahren, meinte Jenny. Weißt du was? Was denn? fragte ich. Zum ersten Mal, seit wir Marley haben, verlasse ich das Haus ohne ein mulmiges Gefühl im Bauch, sagte sie. Ich wusste bisher gar nicht, wie sehr mich das immer belastet hat, fügte sie hinzu. Ich weiß, was du meinst, erwiderte ich. Es war immer eine Art Glücksspiel. Was macht unser Hund diesmal kaputt? Oder wie viel wird uns dieser Kinobesuch kosten? Ja, es war wie russisches Roulette. Ich glaube, dieser Käfig ist die beste Anschaffung, die wir je gemacht haben, sagte sie. Wir hätten das schon lange tun sollen, meinte ich. Seelenfrieden ist unbezahlbar. Wir waren wunderschön essen und machten anschließend noch einen ausgedehnten Sonnenuntergangsspaziergang am Strand. Die Jungen sprangen in den anrollenden Wellen herum, jagten den Seemöwen nach und warfen Sand ins Wasser. Jenny war ungewöhnlich entspannt. Allein die Gewissheit, dass Marley sicher in Alcatraz saß und weder sich noch etwas anderes gefährden konnte, wirkte wie Balsam auf ihre Seele. Das war wirklich ein sehr schöner Abend, sagte sie, als wir den Weg zu unserem Haus hinauf gingen. Ich wollte gerade zustimmen, als ich aus dem Augenwinkel heraus etwas wahrnahm. Irgendetwas stimmte nicht. Ich drehte den Kopf und starrte auf das Fenster neben der Haustür. Die Jalousien waren geschlossen, wie immer, wenn wir nicht zu Hause waren. Aber im unteren Drittel des Fensters waren die Jalousiestreifen auseinandergebogen und etwas lugte dazwischen hervor. Etwas Schwarzes. Etwas Nasses. Und es presste sich gegen die Scheibe. Was zum... stieß ich hervor. Wie... Marley? Als ich die Haustür öffnete, kam mir unser einhündiges Begrüßungskomitee entgegen. Er wedelte sich seinen Weg durch die Diele und freute sich wie verrückt, dass wir wieder da waren. Wir schwärmten im ganzen Haus aus, um in allen Zimmern und Schränken nach den Spuren von Marleys unbeaufsichtigtem Abenteuer zu suchen. Im Haus war alles in Ordnung. Alles war unberührt. Wir näherten uns der Waschküche. Die Käfigtür stand weit offen, als hätte sich ein heimlicher Komplize ins Haus geschlichen und unseren Sträfling befreit. Ich hockte mich neben den Käfig, um mir die Sache genauer anzusehen. Die zwei Riegel waren zurückgeschoben und, ein eindeutiges Indiz, tropfnass von Speichel. Das sieht nach Eigenarbeit aus, sagte ich. Irgendwie hat sich unser Houdini seinen Weg in die Freiheit geleckt. Ich kann's nicht fassen, meinte Jenny. Dann stieß sie ein sehr unfeines Wort aus. Zum Glück waren unsere Kinder noch außer Hörweite. Wir hatten Marle immer für ziemlich dämlich gehalten. Aber er war schlau genug gewesen, um herauszufinden, wie er mit seiner langen, großen Zunge die Riegel langsam zurückschieben konnte. Er hatte es einmal geschafft und bewies in den nächsten Wochen, dass er diesen Trick so oft wiederholen konnte, wie er wollte. Unser Hochsicherheitstrakt war zu seinem Zweitwohnsitz geworden. Manchmal fanden wir ihn bei unserer Rückkehr friedlich im Käfig schlafend vor. An anderen Tagen erwartete er uns an der Haustür. Marley war kein Freund von aufgezwungenen Regeln. Etwa um diese Zeit lernten wir auch, dass nicht alle Labradors gleich sind. Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Untergruppen dieser Rasse. Die englische und die amerikanische. Die englische Linie ist kleiner und stämmiger als die amerikanische. Mit kompakterem Kopf und einem sanften, freundlichen Wesen. Diese Hunde werden gerne auf Hundeschauen gezeigt. Labradors, die aus der amerikanischen Linie stammen, sind wesentlich größer und kräftiger. Mit geschmeidigem, weniger untersetztem Körperbau. Sie sind für ihre endlose Energie und ihren Mut bekannt und werden vor allem zur Jagd und im Sport eingesetzt. Genau die Qualitäten, die einen amerikanischen Labrador im Gelände so unbezwingbar und überlegen machen, lassen ihn in einer Familie zur Herausforderung werden. Ihre außerordentliche Energie, so die Warnung der Fachliteratur, sollte nicht unterschätzt werden. Oder wie die Broschüre eines Züchters aus Pennsylvania es ausdrückte, wir werden oft gefragt, was der Unterschied zwischen englischen und amerikanischen Labradors sei. Der Unterschied ist so groß, dass der Zuchtverein bereits über eine Aufspaltung der Rasse nachdenkt. Die Unterschiede betreffen den Körperbau genauso wie das Temperament. Wenn Sie nach einem Hund suchen, den Sie im Gelände einsetzen können, dann entscheiden Sie sich für einen amerikanischen Labrador. Sie sind athletisch, groß, schlachsig und dünn, haben aber eine sehr energische, spannungsreiche Persönlichkeit, die Sie nicht unbedingt zu den besten Familienhunden macht. Die englischen Labradors wiederum sind gedrungen und kleiner. Es sind sehr liebenswürdige, ruhige, ausgeglichene Hunde. Mir war schnell klar, aus welcher Linie Marley stammte. Allmählich ergab das alles einen Sinn. Wir hatten uns blindlings für einen Labrador-Typ entschieden, der am liebsten den ganzen Tag durch die Wildnis preschte. Und damit nicht genug? Unsere Wahl war zufällig auch noch auf ein mental instabiles Exemplar gefallen, das gegen jeden Trainingserfolg und jegliche Medikation oder Behandlung immun war. Toll, dachte ich. Endlich wissen wir Bescheid. Nach Connors Geburt dachten alle, wir würden keine weiteren Kinder mehr bekommen. Mit Ausnahme meiner erzkatholischen Eltern, die um Dutzende kleiner Groans beteten. Die meisten aus unserem Bekanntenkreis waren Doppelverdiener mit durchschnittlich einem Kind. Zwei Kinder galten als einigermaßen extravagant und drei Kinder waren schlicht unerhört. Vor allem nach der schwierigen Schwangerschaft mit Conner verstand niemand, warum wir uns diesen Wahnsinn freiwillig noch einmal antun wollten. Doch wir hatten unsere Phase als frisch vermählte Pflanzenkiller schon lange überwunden. Es gefiel uns, Eltern zu sein. Unsere zwei Jungs machten uns mehr Freude, als wir es je für möglich gehalten hätten. Sie prägten jetzt unser Leben. Und auch wenn ein Teil in uns die entspannten Urlaube vermisste, die faulen Samstage, an denen man Romane lesen konnte und die romantischen Abendessen, die sich bis spät in die Nacht ausdehnten, so hatten wir doch auch neue Freuden entdeckt. In verschüttetem Apfelsaft und kleinen Nasenabdrücken am Fenster und in der leisen Musik der nackten Füßchen, die am frühen Morgen den Flur heruntertapsten. Auch an schlechten Tagen gab es eigentlich immer irgendetwas, worüber man lächeln musste. Inzwischen wussten wir, was viele Eltern früher oder später einsehen müssen, nämlich, dass diese wundervollen Tage der frühen Kindheit mit Windelpupos, ersten Zähnen und unverständlichem Geplapper nur ein strahlender kurzer Blitz in der Ödnis eines ansonsten ganz normalen Lebens sind. Wir verdrehten beide die Augen, als uns meine Mutter den altbekannten Ratschlag gab, »Freut euch an ihnen, solange ihr könnt, ehe ihr euch verseht, sind sie groß.« Jetzt, nach nur wenigen Jahren, wurde uns klar, dass sie recht hatte. Ihr Rat war zwar tiefstes Klischee, aber wir sahen inzwischen ein, dass sehr viel Wahrheit darin lag. Die Jungs wuchsen wirklich schnell und jede Woche endete ein weiteres kleines Kapitel, das so nie wieder nachgeholt werden konnte. In der einen Woche lutschte Patrick noch am Daumen, in der nächsten hatte er diese Angewohnheit für immer aufgegeben, in der einen Woche war Conor noch unser Baby in der Wiege, ein paar Tage später sprang er schon auf seinem Kinderbettchen herum, als wäre es ein Trampolin. Patrick konnte anfangs kein L aussprechen. Wenn sich eine Frau zu ihm hinunterbeugte und ihn anlachte, was natürlich oft der Fall war, dann stemmte er seine kleinen Fäuste in die Hüften, schürzte die Lippen und sagte, »Frau Jacht, Patrick Jeeb.« Ich wollte das immer auf Video aufnehmen, aber eines Tages brachte er das L auf einmal perfekt heraus. Und es war zu spät. Monatelang bekamen wir Conor nicht aus seinen Superman-Schlafanzügen heraus. Er rannte immer mit wehendem Umhang durch das Haus und schrie, »Duperman!« Und dann war auch das vorbei. Und ich hatte einen weiteren Videomoment verpasst. Kinder sind wie eine tickende Uhr, der man nicht entkommen kann. Sie führen einem vor, dass die Zeit unerbittlich voranschreitet und das Leben kein unendliches mehr von Minuten, Stunden, Tagen und Jahren ist. Unsere Babys wurden schneller groß, als uns beiden lieb waren. Was vielleicht teilweise erklärt, warum wir ungefähr ein Jahr nach dem Umzug in unser neues Haus in Bocca die ersten Versuche für ein drittes Kind starteten. Ich sagte zu Jenny, »Hey, wir haben jetzt vier Schlafzimmer.« Warum also nicht? Nach zwei Versuchen war es soweit. Keiner von uns beiden hätte zugegeben, dass wir uns ein Mädchen wünschten, aber natürlich war es so. Wir wünschten uns sogar verzweifelt ein Mädchen, entgegen unseren Beteuerungen während der Schwangerschaft, dass drei Jungs einfach toll wären. Als ein Ultraschallbild schließlich unsere Hoffnung zu bestätigen schien, legte Jenny mir ihre Arme um die Schultern und flüsterte, »Ich bin so froh, dass ich dir vielleicht ein kleines Mädchen schenken kann. Ich war auch schrecklich glücklich.« Nicht alle unsere Freunde teilten unsere Vorfreude. Die Standardreaktion auf die freudige Nachricht von Jennys Schwangerschaft war, »War das ein Unfall?« Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass eine dritte Schwangerschaft geplant gewesen sein konnte. Und wenn es kein Unfall gewesen war, dann mussten sie unsere Zurechnungsfähigkeit ernsthaft infrage stellen. Eine Bekannte ging sogar so weit, Jenny dafür zu kritisieren, dass sie sich noch einmal von mir hatte schwängern lassen. Sie fragte in einem Ton, als hätte Jenny gerade ihr gesamtes Hab und Gut einer Sekte in Guyana überschrieben, »Was hast du dir nur dabei gedacht?« Uns war das alles egal. Am 9. Januar 1997 machte Jenny mir ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Ein rosiges Sieben-Pfund-Mädchen. Wir nannten sie Colleen. Jetzt schien unsere Familie vollständig zu sein. Kurz nach Colleen's zweitem Geburtstag löste ich unabsichtlich eine Folge von Ereignissen aus, die schließlich dazu führten, dass wir aus Florida wegzogen. Und ich tat es mit einem einzigen Mausklick. Ich war an diesem Tag früher mit meiner Kolumne fertig geworden und hatte noch eine halbe Stunde totzuschlagen, während ich auf meinen Redakteur wartete. Aus einer Laune heraus öffnete ich die Website einer Zeitschrift, die ich kurz nach unserem Hauskauf in Palm Beach abonniert hatte. Sie hieß »Organic Gardening« und war 1942 von dem exzentrischen J.I. Rodale gegründet worden. Später wurde sie zur Bibel der Zurück-zur-Natur-Bewegung, die in den 60er und 70er Jahren aufkam. Rodale war ein New Yorker Geschäftsmann gewesen, der sich auf elektrische Schalter spezialisiert hatte. Als seine Gesundheit schlechter wurde, suchte er nicht bei der modernen Schulmedizinhilfe, sondern zog aus der Stadt auf einen kleinen Hof außerhalb des beschaulichen Ortes Emeyes in Pennsylvania und begann, sich mit Gartenarbeit zu beschäftigen. Er hegte ein tiefes Misstrauen gegen jede Art von Technologie und war der Meinung, dass die modernen Methoden, die inzwischen überall im Land, in der Landwirtschaft und im Gartenbau angewandt wurden und beinahe alle mit chemischen Pestiziden und Dünger arbeiteten, nicht die Retter der amerikanischen Landwirtschaft waren, wie behauptet wurde. Rodale vertrat die Theorie, dass die Chemikalien allmählich die Erde und ihre Bewohner vergifteten. Also begann er, mit Methoden zu arbeiten, die die Natur nachahmten. Er stellte große Komposthaufen mit verrottenden Pflanzenresten auf. Wenn sie zu dickem, schwarzem Humus geworden waren, benutzte er diesen als Dünger und Blumenerde. Er bedeckte seine Gartenbeete mit einer dicken Schicht Stroh, um Unkraut abzuwehren und die Feuchtigkeit zu erhalten. Er pflanzte Klee und Alfalfa an und pflügte sie dann unter, um dem Boden Nährstoffe zurückzugeben. Anstatt Insektizide anzuwenden, setzte er tausende von Marienkäfern und andere nützliche Insekten aus, die die Schädlinge fraßen. Er war ein Sonderling, aber seine Theorien stellten sich als richtig heraus. Sein Garten blühte auf und seine Gesundheit auch. Und er trompetete seine Erfolge in seiner Zeitschrift in die Welt hinaus. Als ich anfing, Organic Gardening zu lesen, war J.I. Rodale schon lange tot. Ebenso sein Sohn Robert, der das Geschäft seines Vaters, Rodale Press, zu einem millionenschweren Verlagshaus ausgebaut hatte. Die Zeitschrift war nicht besonders gut geschrieben oder redigiert. Der Leser bekam den Eindruck, dass sie von einer Gruppe begeisterter, aber laienhafter Anhänger von J.I.'s Philosophie herausgegeben wurde. Professionelle Gärtner ohne journalistische Ausbildung. Später erfuhr ich, dass genau das der Fall war. Dennoch erschienen mir seine Ansichten über organischen Gartenbau immer plausibler. Als Colleen geboren wurde, war unser Garten bereits eine kleine biologische Oase inmitten eines vorstädtischen Meers aus chemischen Dünger- und Pestizidgärten. Oft blieben Passanten stehen und bewunderten die Blütenpracht, um die ich mich mit wachsender Begeisterung kümmerte. Und sie stellten eigentlich immer dieselbe Frage. Mit was düngen Sie denn, dass das alles so schön blüht? Wenn ich dann antwortete, gar nicht, dann sahen sie mich irritiert an, als wären sie gerade Zeugen eines unaussprechlich unkonventionellen Vorgangs im wohlgeordneten gleichförmigen Boccaretten geworden. An jenem Nachmittag in meinem Büro klickte ich mich durch die Seiten von OrganicGardening.com und fand schließlich ein Link mit dem Titel Karrierechancen. Ich klickte es an, keine Ahnung warum. Ich liebte meine Arbeit als Kolumnenschreiber, den täglichen Kontakt mit den Lesern, die völlige Freiheit der Themenwahl und des Tones, indem ich meine Artikel schrieb. Ich liebte das Redaktionsbüro und die quirligen, geistreichen, neurotischen, idealistischen Leute, die es anzog. Ich liebte es, mich am Puls der Zeit zu fühlen. Bestimmt sehnte ich mich nicht danach, die Zeitung für irgendeine verschlafene Verlagsgesellschaft am Ende der Welt zu verlassen. Dennoch scrollte ich durch die Jobangebote bei Rodale, eher aus Neugier. Aber plötzlich hielt ich inne. Organic Gardening, das Aushängeschild des Verlages, suchte einen neuen, leitenden Redakteur. Mein Herzschlag setzte einen Moment lang aus. Ich hatte oft überlegt, was ein guter Journalist aus dieser Zeitschrift machen könnte. Und nun bot sich mir eine einmalige Chance. Es war verrückt, einfach lächerlich. Eine Karriere als Redakteur von Artikeln über Blumenkohl und Kompost? Warum sollte ich das wollen? Am Abend erzählte ich Jenny von dem Jobangebot und erwartete, dass sie mich für übergeschnappt erklärte, auch nur darüber nachzudenken. Zu meiner Überraschung redete sie mir aber sogar zu, eine Bewerbung hinzuschicken. Die Vorstellung, das heiße, feuchte Klima, die Verkehrsstaus und die hohe Kriminalität von Südflorida hinter sich zu lassen und stattdessen ein einfaches Leben auf dem Land zu führen, gefiel ihr. Sie vermisste die normalen vier Jahreszeiten und die Berge. Sie vermisste fallende Blätter und Narzissen. Sie vermisste Eiszapfen und Apfelseider. Sie wollte, dass unsere Kinder und, so lächerlich das auch klang, unser Hund das Wunder eines Schneesturms erlebten. Marley ist noch nie einem Schneeball hinterhergerannt, sagte sie und strich ihm mit ihrem bloßen Fuß über den Rücken. Ja, das ist natürlich ein schlagendes Argument für einen Jobwechsel, erwiderte ich. Tu's doch einfach, um deine Neugier zu befriedigen, meinte sie. Bart einfach ab, was passiert. Wenn sie dir ein Angebot machen, kannst du es ja immer noch ablehnen. Ich musste zugeben, dass ich mir insgeheim auch wünschte, wieder weiter in den Norden zu ziehen. So sehr ich unsere zwölf Jahre in Florida genossen hatte, so war ich doch ein Nordlicht, das drei Dinge einfach nicht vergessen konnte. Berge, wechselnde Jahreszeiten und weites Land. Auch wenn ich Florida mit seinen milden Wintern, dem scharfen Essen und der eigenartigen Mischung von Menschen inzwischen lieben gelernt hatte, so hatte ich doch nie aufgehört, davon zu träumen, eines Tages in mein eigenes privates Paradies zu flüchten. Das sicher nicht ein briefmarkengroßes Grundstück im Herzen des überkandidelten Boccaraten war, sondern ein richtiges Stück Grund und Boden, wo ich in der Erde herumgraben, mein eigenes Feuerholz schlagen und mit meinem Hund durch die Wälder streifen konnte. Ich schickte eine Überwerbung ab, in der Überzeugung, dass nichts daraus werden würde. Zwei Wochen später klingelte das Telefon. Es war J.I. Rodells Enkelin, Maria Rodell. Ich hatte meinen Brief mit sehr geehrte Damen und Herren überschrieben und war so überrascht, dass ich die Geschäftsführerin des Verlages bei mir meldete, dass ich sie gleich noch einmal nach ihrem Namen fragte. Maria lag die Zeitschrift, die von ihrem Großvater gegründet worden war, am Herzen und sie war fest entschlossen, wieder an den damaligen Erfolg anzuknüpfen. Sie war überzeugt, dass sie dazu einen professionellen Journalisten brauchte und nicht einen weiteren Biogärtner. Und sie wollte weiterreichende und wichtigere Themen wie Umweltprobleme, Genforschung, Massentierhaltung und das aufkeimende Interesse an biologischer Landwirtschaft aufgreifen. Als ich zum Vorstellungsgespräch fuhr, war ich fest entschlossen, den harten Mann zu spielen und mich zu zieren. Aber schon als ich aus dem Flughafen kam und die erste kurvige Landstraße sah, war es um mich geschehen. Und hinter jeder Ecke bot sich ein idyllischeres Bild. Hier ein Farmhaus aus Stein, dort eine überdachte Brücke. Eisige Bäche gurgelten die Felsen hinunter und gepflügtes Ackerland erstreckte sich wie ein goldener Teppich bis zum Horizont. Noch dazu war Frühling und jeder einzelne Baum in Lehigh Valley stand in voller herrlicher Blüte. An einem einsamen Straßenschild hielt ich an und stieg aus meinem Mietwagen. Soweit das Auge reichte, sah ich nur Wälder und Wiesen. Kein Auto, keine Menschen, kein Gebäude. Vom ersten Münztelefon aus, das ich fand, rief ich Jenny an. Es ist einfach unglaublich hier. Zwei Monate später hatten die Möbelpacker unser gesamtes Hab und Gut aus dem Haus in Bocca in einen gigantischen Lastwagen verladen. Wir zogen in ein großes Haus mit großem Grundstück, das auf halber Höhe an einem steilen Hügel gelegen war. Vielleicht war es auch ein kleiner Berg. Die Anwohner schienen sich in diesem Punkt nicht ganz einig zu sein. Zu unserem Besitz gehörte eine Wiese, wo wilde Himbeeren wuchsen, ein Wald, wo ich nach Herzenslust Holz schlagen konnte und ein kleiner Bach mit Quelle, wo Marley und die Jungen bald begeistert im Schlamm spielten. Wir hatten einen Kamin und einen endlos großen Garten und auf dem nächsten Hügel stand eine kleine weiße Kirche, die man im Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen fielen, von unserem Küchenfenster aus sehen konnte. Es war wie im Film. Einschließlich unseres neuen Nachbarn, einem rotbärtigen Bären von einem Mann, der in einem 200 Jahre alten Farmhaus aus Steinen wohnte und sonntags gern auf der Terrasse hinter seinem Haus saß und einfach so zum Spaß mit seinem Gewehr in den Wald schoss. Sehr zu Marleys Entsetzen. An unserem ersten Tag im neuen Heim kam er mit einer Flasche selbstgemachtem Wildkirschlikör und einem Korb mit den größten Blaubeeren, die ich je gesehen habe, vorbei. Er stellte sich als Digger vor. Wie wir aus diesem Spitznamen schlossen, verdiente er seinen Lebensunterhalt als Baggerführer. Wenn wir also irgendein Loch zu graben hätten oder Erde transportiert werden müsste, dann sollten wir ihn nur rufen und er käme mit einer seiner großen Maschinen herüber. Und wenn Ihnen ein Reforz-Auto läuft, dann sagen Sie einfach Bescheid, sagte er mit einem Augenzwinkern. Wir zerlegen es und teilen das Fleisch auf, bevor die Polizei was merkt. Kein Zweifel, wir waren nicht mehr in Bocca. Auf unserem Grundstück gab es Stinktiere, Opossums, Waldmurmeltiere und wilden Efeu, der am Rande unseres Wäldchens wuchs und dort die Bäume hinaufkletterte. Allein dieser Anblick jagte mir schon einen wohligen Schauer über den Rücken. Als ich eines Morgens mit der Kaffeemaschine kämpfte und aus dem Küchenfenster sah, starrte ein prachtvoller Hirsch, ein Achtänder, zurück. Ein andermal watschelte eine wilde Truthahnfamilie durch unseren Garten. Als Marley und ich eines Samstags durch den Wald den Hügel hinunter wanderten, trafen wir auf einen Trapper, der gerade eine Nerzfalle aufstellte. Ein Nerzjäger! Gleich hinter meinem Garten! Was hätten die Bocahontas für diesen Kontakt gegeben? Das Landleben war friedlich und schön und gleichzeitig ein wenig einsam. Die Einwohner von Pennsylvania waren höflich, Fremden gegenüber aber zurückhaltend. Und wir waren Fremde. Nach den Menschenmassen und Autoschlangen in Florida hätte ich mich über diese Einsamkeit freuen sollen. Stattdessen grübelte ich zumindest in den ersten Monaten darüber nach, ob es richtig gewesen war, in eine Gegend zu ziehen, wo offensichtlich sonst niemand leben wollte. Marley dagegen hatte keine solche Bedenken. Bis auf die Schüsse aus Diggers Gewehr passte ihm das Landleben ausgezeichnet. Was wollte ein Hund, der mehr Energie als Verstand hatte, mehr? Er raste über die Wiese, brach durch die Brombeersträucher und planschte durch den Bach. Seine neue Lebensaufgabe war es, eines der zahllosen Kaninchen zu fangen, die meinen Garten als ihre persönliche Salatbar ansahen. Wenn er ein Kaninchen sah, das mein Gemüse mümmelte, preschte er laut bellend mit fliegenden Ohren und trommelnden Pfoten den Hügel hinunter. Er schlich sich dabei ungefähr so unauffällig an wie eine Blaskapelle und kam nie näher als fünf Meter an seine Beute heran, die blitzschnell in den Wald flüchtete. Passend zu seiner Gebrauchsanweisung blieb Marley jedoch weiterhin optimistisch, dass der Erfolg nicht weit war. Er kam zurück, schwanzwedelnd und nicht im Mindesten entmutigt und fünf Minuten später startete er den nächsten Versuch. Glücklicherweise war er bei der Jagd auf Stinktiere genauso erfolglos. Der Herbst kam und mit ihm ein ganz neues Spiel. Angriff auf den Blätterhaufen. In Florida warfen die Bäume ihre Blätter im Herbst nicht ab und Marley war der Überzeugung, dass diese Dinger, die nun durch die Luft segelten, alle nur ihm zugedacht waren. Wenn ich die orangefarbenen und gelben Blätter zu Haufen zusammenhakte, saß Marley geduldig daneben und wartete den richtigen Zeitpunkt ab, um zuzuschlagen. Erst wenn ich einen beeindruckenden Laubhaufen aufgetürmt hatte, schlich er sich geduckt an. Alle paar Schritte verharrte er, eine Vorderpfote in der Luft und nahm Witterung auf wie ein Löwe in der Serengeti, der sich an eine ahnungslose Gazelle heranschleicht. Dann, wenn ich mich gerade befriedigt auf meinen Rechen stützte und mein Werk betrachten wollte, sprang er los und jagte mit großen Sätzen über die Wiese, hob wenige Meter vor seinem Ziel ab und landete mit einem gigantischen Bauchklatscher mitten im Laubhaufen, wo er sich knurrend herumwälzte, um sich schnappte und aus mir unerklärlichen Gründen wild seinem Schwanz hinterherjagte, so lange, bis mein schöner Laubhaufen wieder über die Wiese verteilt war. Dann setzte er sich hin und bewunderte seinerseits sein Werk. Blätterreste hingen in seinem Fell und er sah mich selbstzufrieden an, als hätte er gerade Großes geleistet. Unser erstes Weihnachten in Pennsylvania sollte natürlich weiß sein. Es war nicht einfach gewesen, Patrick und Connor zu überzeugen, dass es sich lohnte, ihr Zuhause und ihre Freunde in Florida zu verlassen. Eines der schlagendsten Argumente war der Schnee gewesen. Nicht irgendein Schnee, sondern tiefer, fluffiger Pulverschnee, wie man ihn von Postkarten kennt. Schnee, der in dicken, weichen Flocken vom Himmel fällt, sich in Haufen auftürmt und genau die richtige Konsistenz zum Schneemann bauen hat. Und Schnee am Weihnachtstag nun, das war das Allerbeste, der heilige Gral der nordischen Wintererfahrung. Wir malten bewusst eine übertrieben romantische Szenerie, wie sie am Weihnachtsmorgen aufwachen und vor dem Fenster eine glänzend weiße Schneelandschaft vorfinden würden, völlig unberührt, abgesehen von den Schlittenspuren, die Santa Claus in der Nacht hinterlassen hatte. In der Woche vor dem großen Tag saßen die drei Stunden lang zusammen vor dem Fenster. Ihre Augen hingen an dem trüben Himmel, als könnten sie ihn so dazu bewegen, sich zu öffnen und seine Schätze freizugeben. »Komm doch, Schnee«, sangen die Kinder. Sie kannten Schnee nicht und auch Jenny und ich hatten seit Jahren keinen mehr gesehen. Wir wünschten uns nichts Sehnlicher, aber die Wolken wollten keinen hergeben. Einige Tage vor Weihnachten drängte sich die ganze Familie im Minivan zusammen und fuhr zu einem Hof zwei Kilometer entfernt, wo wir eine Fichte schnitten und heißen Apfelseider am Lagerfeuer tranken. Es war ein Moment, wie er für Ferien hier im Norden typisch war und wie wir ihn in Florida immer vermisst hatten. Aber etwas fehlte. Wo war der verdammte Schnee? Jenny und ich begannen allmählich zu bereuen, wie übertrieben wir vom ersten Schnee geschwärmt hatten, der ganz sicher kommen würde. Als wir mit dem frisch geschnittenen Baum nach Hause fuhren und der süße Fichtenduft durchs Auto strömte, beschwerten sich die Kinder, dass wir sie angelogen hätten. Am Weihnachtsmorgen lag ein brandneuer Schlitten unter dem Weihnachtsbaum und genug Schneeausrüstung, um eine Exkursion in die Antarktis zu unternehmen. Aber vor unserem Fenster waren nur nackte Äste, gelbe Wiesen und braune Maisfelder zu sehen. Ich machte ein gemütliches Feuer im Kamin und sagte den Kindern, dass sie Geduld haben müssten. Der Schnee ließe sich nicht herbeizwingen. An Silvester war immer noch kein Schnee gefallen. Sogar Marley wirkte nervös. Er schlich herum, starrte aus dem Fenster und winselte leise, als ob er sich auch irgendwie betrogen fühlte. Nach den Ferien gingen die Kinder wieder zur Schule und noch immer lag kein Schnee. Am Frühstückstisch starrten sie mich mürrisch an, ihren Vater, der sie betrogen hatte. Ich versuchte es mit lahmen Ausreden wie, vielleicht brauchen die kleinen Jungs und Mädchen irgendwo anders auf der Welt den Schnee dringender als wir. Ja, klar, Dad, sagte Patrick. Drei Wochen nach Neujahr rettete mich der Schnee schließlich aus meinem Fegefeuer der Schuldgefühle. Er fiel über Nacht, als alle schliefen, und Patrick schlug als erster Alarm. Er kam in der Morgendämmerung in unser Schlafzimmer gerast und riss die Jalousien hoch. Seht mal, er ist da, quietschte er. Jenny und ich setzten uns im Bett auf, um unsere Rechtfertigung zu betrachten. Eine weiße Decke lag über den Hügeln, Feldern, Bäumen und Hausdächern, soweit das Auge reichte. Klar ist er da, antwortete ich lässig. Was habe ich dir gesagt? Der Schnee lag schon fast knietief und es schneite immer noch. Wenig später kamen auch Connor und Colleen daumenlutschend und mit ihren Decken im Schlepptau den Gang entlang getapst. Marley war jetzt auch auf und streckte sich. Sein Schwanz schlug überall an, als er die allgemeine Aufregung spürte. Ich wandte mich an Jenny und sagte, ich glaube, das war's mit Schlafen. Und als sie mir zustimmte, warnte ich mich wieder an die Kinder und rief, okay, ihr Schneehasen, dann werft euch mal in Schale. Die nächste halbe Stunde kämpften wir mit Reißverschlüssen, langen Unterhosen, Gürtelschnallen, Kapuzen und Handschuhen. Als wir endlich fertig waren, sahen unsere Kinder aus wie Mumien und unsere Küche wie der Bereitstellungsraum der Olympischen Winterspiele. Und ein Mitbewerber beim Schneeklauen-Abfahrtslauf in der Klasse der Labrador-Schwergewichte war natürlich Marley. Ich öffnete die Haustür und noch ehe irgendwer hinaustreten konnte, schoss Marley an uns vorbei und riss dabei die gut verpackte Kulin um. In dem Moment, als seine Pfoten das seltsame weiße Zeug berührten, ah, kalt, ah, nass, überlegte er es sich anders und versuchte eine abrupte Kehrtwende. Wie jeder weiß, der schon mal bei Schnee Auto gefahren ist, ist plötzliches Bremsen kombiniert mit engen Kehrtwänden keine gute Idee. Marley kam ins Rutschen und sein Hinterteil scherte aus. Er landete auf der Seite, rappelte sich aber gleich wieder auf, gerade noch rechtzeitig, um einen Purzelbaum die Verandatreppe hinunter zu machen und kopfüber in einem Schneehaufen zu landen. Als er einen Moment später wieder auftauchte, sah er aus wie ein riesiger, gezuckerter Donut. Außer der schwarzen Schnauze und den braunen Augen war er vollkommen weiß gepudert. Der entsetzliche Schneehund. Marley wusste nicht, was er mit diesem fremden Zeug anfangen sollte. Er stieß mit seiner Schnauze hinein und musste dann gewaltig niesen. Er schnappte danach und rieb sein Gesicht darin. Dann, als hätte sich eine riesige Hand vom Himmel herabgesenkt und ihm eine Überdosis Adrenalin verpasst, trat er das Gaspedal voll durch und raste in gewaltigen Sprüngen um den Garten herum. Alle paar Meter überschlug er sich oder tauchte mit der Nase voran in den Schnee. Schnee machte fast so viel Spaß wie der Angriff auf die nachbarliche Mülltonne. Wenn man Marleys Spuren im Schnee verfolgte, konnte man ansatzweise nachvollziehen, wie sein verdrehtes Gehirn arbeitete. Er vollführte spontane Drehungen und Wendungen, wirre Sprünge und Achter, doppelte Rittberger und dreifache Lutzsprünge. Es war, als folgte er einem bizarren Algorithmus, den nur er verstehen konnte. Die Kinder folgten seinem Beispiel und kugelten wild im Schnee herum und bald war jede Falte ihrer Anoraks und Hosen voll Schnee. Jenny brachte Buttertoast und heißen Kakao nach draußen und verkündete, dass heute die Schule ausfiel. Ich wusste, dass ich meinen kleinen Nissan mit Zweiradantrieb bei diesen Verhältnissen niemals die Auffahrt hinaufbuxieren konnte, geschweige denn, die hügeligen Bergstraßen schaffen würde, und erklärte diesen Tag auch für mich offiziell als schneefrei. Im Herbst hatte ich aus Steinen eine kleine Feuerstelle hinten im Garten gebaut. Jetzt fegte ich den Schnee dort weg und machte ein kleines prasselndes Feuer. Die Kinder rutschten johlend mit dem Schlitten den Hügel hinunter, am Lagerfeuer vorbei bis zum Waldrand. Marley jagte ihnen hinterher. Ich sah zu Jenny hinüber und fragte sie, wenn dir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass deine Kinder gleich vor der Haustür Schlitten fahren würden, hättest du ihm geglaubt? Niemals, antwortete sie. Dann bückte sie sich, formte einen Schneeball und warf ihn mir gegen die Brust. Sie hatte Schnee im Haar, gerötete Wangen und ihr Atem bildete eine kleine Wolke. Komm her und küss mich, sagte ich. Später, als sich die Kinder am Lagerfeuer aufwärmten, versuchte ich es mit einer Schlittenpartie. Ich war seit meiner Jugend nicht mehr Schlitten gefahren. Willst du mitfahren? fragte ich Jenny. Tut mir leid, Sportsfreund, du musst allein fahren, sagte sie. Ich zog den Schlitten den Hügel hinauf und legte mich darauf, stützte mich mit den Ellbogen ab und stellte meine Füße auf die Kufen. Dann bewegte ich mich vor und zurück, um Schwung zu holen. Marley hatte nicht oft die Gelegenheit, auf mich herunterzuschauen. Der Augenblick war günstig. Er schlich zu mir herauf und schnobberte über mein Gesicht. Was willst du? fragte ich ihn und das war für ihn Aufforderung genug. Er kletterte zu mir auf den Schlitten, grätschte über mich und ließ sich auf meinen Brustkorb fallen. Geh runter von mir, du Höllenhund, schrie ich, doch es war bereits zu spät. Der Schlitten rutschte schon vorwärts und wir wurden immer schneller. Bon voyage, schrie Jenny uns nach und los ging es. Der Schnee stob hoch, Marley lag auf mir wie ein Mehlsack und schlägte mir begeistert übers Gesicht, als wir den Hang hinunterschlitterten. Mit unserem doppelten Gewicht bekamen wir deutlich mehr Schwung als die Kinder und wir rasten über die Stelle hinaus, an der ihre Spuren endeten. Festhalten, Marley, schrie ich, es geht in den Wald. Wir schossen an einem großen Walnussbaum vorbei, dann zwischen zwei wilden Kirschbäumen hindurch und entgingen wie durch ein Wunder allen Hindernissen, während wir durchs Unterholz brachen. Brombeer ranken zerrten an uns und plötzlich fiel mir ein, dass direkt vor uns die Böschung des Baches lag, der noch nicht zugefroren war. Ich versuchte mit den Füßen zu bremsen, aber sie hingen zwischen den Kufen fest. Die Böschung war steil, beinahe senkrecht und wir schossen genau darauf zu. Ich hatte nur noch Zeit, die Arme um Marley zu schlingen, die Augen zuzukneifen und zu schreien. Unser Schlitten schoss über den Rand hinaus und stürzte unter uns weg. Ich fühlte mich wie eine Comicfigur in jenem klassischen Moment, wenn sie einen Augenblick in der Luft stehen bleibt, um im nächsten katastrophal abzustürzen. Nur, dass ich in diesem Comic an einen wie verrückt sabbernden Labrador festgeschweißt war. Wir klammerten uns aneinander, als wir mit einem sanften Puff am Ufer des Bachs in einer Schneewehe landeten und immer noch halb auf dem Schlitten hängend bis an den Rand des Wassers rutschten. Ich öffnete die Augen und versuchte, meinen Zustand einzuschätzen. Ich konnte Finger und Zehen bewegen und den Kopf drehen. Nichts war gebrochen. Marley war aufgestanden und lief um mich herum, als würde er das Ganze am liebsten gleich noch einmal machen. Stöhnend erhob ich mich und wischte mir den Schnee ab. Ich bin zu alt für sowas, sagte ich zu Marley. In den folgenden Monaten sollte immer klarer werden, dass das auch für ihn galt. Irgendwann gegen Ende unseres ersten Winters in Pennsylvania merkte ich, dass Marley langsam auf die Rente zuging. Er war in diesem Dezember neun geworden und ganz allmählich wurde er ein wenig ruhiger. Zwar hatte er noch immer zuweilen ungezügelte Adrenalinausbrüche, wie am Tag des ersten Schnees, doch sie waren kürzer und seltener geworden. Tagsüber döste er am liebsten vor sich hin und auf unseren Spaziergängen wurde er vor mir müde. Das war in unserer ganzen Beziehung noch niemals der Fall gewesen. Eines Tages die Temperatur war über den Gefrierpunkt gestiegen und Frühlingstauwetter lag in der Luft, wanderte ich mit ihm unseren Hügel hinunter und den nächsten wieder hinauf. Dieser zweite Hügel war noch etwas steiler als unserer. Oben stand die Weiße Kirche. Daneben lag ein alter Friedhof mit den Gräbern von Bürgerkriegsveteranen. Ich ging hier oft entlang und auch Marley hatte diese Strecke noch im letzten Herbst problemlos geschafft, trotz des steilen Anstiegs, bei dem wir beide außer Atem geraten waren. Diesmal jedoch blieb er zurück. Ich lockte ihn den ganzen Weg entlang, rief ihm aufmunternde Worte zu. Aber er glich einem Spielzeug, dessen Batterie langsam zu Ende ging. Marley schaffte es einfach nicht bis auf den Hügel hinauf. Ich machte eine Pause, um ihn ausruhen zu lassen. Etwas, das vorher nie notwendig gewesen war. Du machst mir doch jetzt nicht schlapp, oder? fragte ich ihn und strich ihm mit meinem Handschuh über den Kopf. Er sah zu mir auf. Seine Augen leuchteten und seine Nase war feucht. Er schien sich überhaupt keine Sorgen wegen seiner schlechten Kondition zu machen. Er sah zufrieden, aber erschöpft aus, als ob es im Leben nichts Schöneres gäbe, als an einem kalten Wintertag mit seinem Herrchen an einer Landstraße zu sitzen. Wenn du denkst, dass ich dich jetzt trage, vergiss es, sagte ich zu ihm. Die Sonne schien ihm auf den Pelz und mir fiel auf, wie grau sein hellbraunes Gesicht geworden war. Wegen seines hellen Fels fiel es nicht auf, war aber nicht zu leugnen. Seine ganze Schnauze und zum Teil auch seine Brauen waren nicht mehr Sandfarben, sondern weiß. Ohne, dass wir es gemerkt hatten, war aus unserem ewigen Welpen ein alter Herr geworden. Das hieß nicht, dass er sich besser benahm als früher. Marley hatte noch immer alle seine Marotten. Er war nur ein bisschen langsamer. Er stahl den Kindern noch immer das Essen vom Teller. Er klappte immer noch mit der Nase den Deckel des Abfalleimers in der Küche hoch und stöberte darin herum. Er zog immer noch an der Leine, verschluckte noch immer verschiedenste Gegenstände aus unserem Haushalt. Er trank weiterhin aus der Badewanne und schlabberte herum. Und wenn sich der Himmel verdunkelte und Donner grollte, bekam er immer noch Panik und drehte durch, wenn er allein war. Einmal fanden wir Marley inmitten eines Berges aus Schaumgummi vor und Connors Matratze war bis auf die Federn auseinandergenommen worden. Marley war eben, wie er war, ein wunderliches, aber geliebtes Familienmitglied. Niemals würde er Lassie oder Benji sein. Er würde es nie auf die Hundeschau in Westminster oder auch nur auf die Regionalmesse schaffen. Das wussten wir inzwischen. Wir akzeptierten den Hund, der er war und liebten ihn umso mehr. Du komischer alter Kauz, sagte ich an diesem Wintertag am Straßenrand zu ihm und kraulte ihm den Nacken. Unser Ziel, der Friedhof, war noch immer einen steilen Anstieg weit entfernt, aber, dachte ich, wie so oft im Leben war der Weg das Ziel. Ich ging vor ihm in die Hocke und fuhr ihm mit beiden Händen durchs Fell. Lass uns einfach ein bisschen hier sitzen, sagte ich zu ihm. Als er sich ausgeruht hatte, drehten wir um und wanderten nach Hause. In diesem Frühling beschlossen wir unsere Fähigkeiten als Nutztierhalter auszutesten. Wir besaßen nun ein großes Stück Land und es schien nur logisch, es mit ein oder zwei Tieren zu teilen. Außerdem war ich schließlich Redakteur der Zeitschrift Organic Gardening, die schon seit langem die Einbindung von Tieren und ihrem Mist in eine gesunde, ausgewogene Gartenarbeit predigte. Eine Kuh wäre lustig, schlug Jenny vor. Eine Kuh? fragte ich. Bist du verrückt? Wir haben noch nicht einmal einen Schuppen. Wie sollen wir denn deine Kuh halten? Wo sollen wir sie deiner Meinung nach unterbringen, in der Garage neben dem Minivan? Wie wär's mit Schafen? meinte sie ungerührt. Schafe sind niedlich. Ich warf ihr meinen üblichen das ist doch Unsinn Blick zu. Oder eine Ziege, überlegte sie weiter. Ziegen sind wunderbar. Schließlich einigten wir uns auf Hühner. Für einen Gärtner, der allen chemischen Düngemitteln und Pestiziden abgeschworen hatte, waren Hühner unbedingt sinnvoll. Sie kosteten nicht viel, weder in der Anschaffung noch in der Haltung. Sie brauchten zum Glücklichsein nur einen kleinen Hühnerstall und jeden Morgen ein paar Tassen Körnerfutter. Sie lieferten frische Eier und wenn man sie frei laufen ließ, suchten sie das Grundstück den ganzen Tag akribisch nach Käfern und Würmern ab, verspeisten Zecken, lockerten beim Herumscharren den Boden auf wie kleine Pflugscharen und nebenbei ließen sie Dünger fallen. Jeden Abend kehren sie von allein in ihren Hühnerstall zurück. Was wollten wir mehr? Ein Huhn war der beste Freund des Biogärtners. Hühner waren überaus sinnvoll und zudem bestanden sie auch den Niedlichkeitstest, wie Jenny betonte. Also Hühner. Jenny hatte sich mit Donna, einer anderen Mutter aus der Schule, angefreundet, die auf einem Bauernhof lebte und anbot, uns beim nächsten Mal gerne ein paar Küken abzugeben. Ich erzählte unserem Nachbarn Digger von dem Plan und er stimmte zu, dass ein paar Hühner durchaus sinnvoll wären. Er hatte selbst einen großen Hühnerstall und versorgte sich so mit Eiern und Fleisch. Feathers, Tweety, Fluffy und Shirley zogen in eine Kiste auf der Küchentheke ein, unter einer Glühbirne, damit sie es schön warm hatten. Sie fraßen und machten in die Kiste, fraßen noch mehr und wuchsen mit atemberaubender Geschwindigkeit. Einige Wochen, nachdem wir die Küken bekommen hatten, schreckte ich noch vor Morgendämmerung hoch. Ich setzte mich im Bett auf und lauschte. Von unten kam ein schwacher, kränklicher Ton. Er klang heiser und krächzend, fast wie ein Husten. Da war es wieder Kikiriki. Ein paar Sekunden vergingen, dann kam die leise, aber durchaus energische Antwort Kikiriki. Ich rüttelte Jenny wach und als sie die Augen öffnete, fragte ich, als Donner die Hühner rübergebracht hat, da hast du sie doch gefragt, ob es auch wirklich nur Hennen sind, oder? Du meinst, das kann man sehen? fragte sie zurück und war sofort wieder eingeschlafen. Wie sich herausstellte, hatte Donner gar nicht versucht, das Geschlecht unserer Küken zu bestimmen. Drei unserer Legehennen waren Männchen. Wir hatten unsere Küche unfreiwillig zu einem Waisenhaus für Hähnchen gemacht. Das Besondere an Hähnen ist aber, dass sie niemals akzeptieren werden, die zweite Geige hinter einem anderen Hähnchen zu spielen. Wenn man nun gleich viele Hennen und Hähnchen hat, könnte man meinen, dass sie sich arrangieren und in kleine, glückliche Pärchen aufteilen würden. Doch das stimmt nicht. Die Männchen bekriegen sich gegenseitig in blutigen Kämpfen bis zum bitteren Ende, um zu entscheiden, wer der Anführer ist. Der Gewinner kriegt sie alle. Als sie größer wurden, fingen unsere drei Streithähne an, aufeinander einzupicken und, was das Schlimmste war, wenn man bedenkt, dass sie ja noch in unserer Küche wohnten, weil ich den Hühnerstall im Garten immer noch nicht fertig gebaut hatte, sie krähten sich ihre testosteronübersätigte Seele aus dem Leib. Shirley, unser einziges armes, überstrapaziertes Weibchen, bekam mehr Aufmerksamkeit, als sich irgendein weibliches Wesen wünschen kann. Ich hätte gedacht, das Gekrähe unserer Hähnchen würde Marley in den Wahnsinn treiben. In jungen Jahren hatte ihn schon das zarte Zwitschern einer einzelnen kleinen Nachtigall im Garten so in Rage versetzt, dass er lautkläffend von Fenster zu Fenster jagte und wild auf und absprang. Jetzt dagegen schienen ihn drei krähende Hähne direkt neben seiner Futterschüssel nicht im Mindesten zu stören. Er schien sie überhaupt nicht zu bemerken. Das Krähen wurde jeden Tag lauter und kräftiger und halte morgens um fünf Uhr durch das Haus. Kikeriki! Marley verschlief das ganze Spektakel. Da kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass Marley das Gekrähe vielleicht gar nicht ignorierte. Vielleicht konnte er es nicht hören. Eines Nachmittags ging ich hinter ihm her, als er in der Küche herumschnüffelte und sagte Marley nichts. Ich rief lauter Marley nichts. Ich klatschte in die Hände und schrie Marley da hob er den Kopf als hätte sein Radargerät gerade etwas empfangen. Er stellte die Ohren auf. Ich klatschte noch einmal in die Hände und schrie laut seinen Namen. Diesmal drehte er den Kopf weit genug um mich hinter sich stehen zu sehen. Oh, was machst du denn hier? Er sprang mich an, wedelte mit dem Schwanz und war glücklich und deutlich überrascht mich zu sehen. Er schnoberte meine Beine ab und sah mich mit einem Schafsblick an als wolle er fragen warum schleichst du dich so an mich heran? Offensichtlich wurde mein Hund allmählich taub. Marley hatte schon immer Probleme mit den Ohren gehabt. Wie viele Labradors neigte er zu Ohreninfektionen und wir hatten ein kleines Vermögen für Antibiotika, Salben, Spülungen, Tabletten und Tierarztbesuche ausgegeben. Einmal war er sogar operiert worden um seine Gehörgänge zu verkürzen und das Problem so in den Griff zu bekommen. Doch erst als wir die unüberhörbaren Hähne im Haus hatten kam mir der Gedanke dass diese jahrelangen Beschwerden nun ihren Tribut gefordert hatten und unser Hund allmählich in eine wattige Welt voll entferntem Flüstern abgedriftet war. Das schien ihm allerdings nichts auszumachen. Sein Ruhestand bekam Marley bestens und seine Hörprobleme schienen sein entspanntes Landleben nicht im geringsten zu stören. Er zog sogar noch einen Vorteil daraus, denn schließlich hatte er jetzt für seinen Ungehorsam eine schriftliche Entschuldigung vom Tierarzt. Wie sollte er denn einem Befehl nachkommen, den er gar nicht hören konnte? Ich schwöre, dass dieser Dickkopf seine Taubheit sehr bald zu seinem Vorteil auszunützen lernte. Lies man ein Stück Fleisch in seine Futterschüssel fallen, kam er aus dem Wohnzimmer in die Küche getrabt. Dieses satte Geräusch konnte er noch sehr gut wahrnehmen. Aber wenn man nach ihm rief und er gerade etwas anderes vorhatte, dann wanderte er einfach gemütlich weiter, ohne sich auch nur schuldbewusst umzusehen, wie er es früher getan hätte. Ich glaube, der Hund hält uns zum Narren, sagte ich zu Jenny. Sie stimmte mir zu, dass seine Hörprobleme nur zeitweise aufzutreten schienen. Immer wenn wir in die Hände klatschten und ihn riefen, reagierte er nicht. Wenn wir dagegen Futter in seine Schüssel fallen ließen, kam er angerannt. Er schien für alle Geräusche taub geworden zu sein, außer für das, das ihm am meisten am Herzen lag, oder vielmehr am Bauch, das Geräusch von Fressen. Als ich eines Tages von der Arbeit nach Hause kam, fand ich das Haus leer vor. Jenny war mit den Kindern unterwegs, als ich nach Marley rief, bekam ich keine Antwort. Ich ging in den ersten Stock hinauf, wo er manchmal ein Nickerchen hielt, wenn er allein zu Hause war, doch ich konnte ihn nirgends entdecken. Ich zog mich um und Vorderpfoten und Brust ruhten auf unserem Küchentisch. Als ich hereinkam, schlang er gerade die Reste eines gegrillten Käsesandwiches herunter. Mein erster Impuls war, laut zu schimpfen. Stattdessen beschloss ich dann aber auszuprobieren, wie nah ich an ihn herankommen konnte, bis er mich bemerkte. Ich schlich auf Zehenspitzen näher, bis ich ihn beinahe berühren konnte. Während er kaute, behielt er immer die Tür zur Garage im Auge. Er wusste, dass Jenny und die Kinder bei ihrer Rückkehr dort hereinkommen würden. In dem Moment, wo sich die Tür öffnete, wäre er unter dem Tisch verschwunden und würde vorgeben, zu schlafen. Offenbar war ihm noch nicht der Gedanke gekommen, dass Papa auch nach Hause kommen und sich durch die Haustür hereinschleichen könnte. Ach, Marley, sagte ich in neutralem Ton, was machst du denn da? In aller Ruhe schluckte er den Rest des Sandwiches hinunter. Er hatte mich noch nicht bemerkt. Dabei schlug er locker mit dem Schwanz, ein Zeichen, dass er dachte, er wäre allein und käme ungeschoren mit seinem gelungenen Raubzug davon. Er war sichtlich mit sich zufrieden. Ich räusperte mich geräuschvoll, doch er hörte mich nicht. Ich machte schmatzende Geräusche mit dem Mund. Nichts. Als er ein Sandwich verputzt hatte, stieß er den leeren Teller mit der Schnauze zur Seite und streckte sich, um an die Reste auf einem zweiten Teller heranzukommen. Du bist so ein böser Hund, sagte ich, während er weiterkaute. Ich schnippte zweimal mit den Fingern und er hielt mitten in einer Kaubewegung inne und starrte auf die Hintertür. Was war das? Hat da jemand eine Autotür zugeschlagen? Einen Moment später war er sicher, dass er sich verhört hatte und wandte sich wieder seinem Sandwich zu. In diesem Augenblick streckte ich meine Hand aus und berührte ihn am Hinterteil. Ich hätte auch eine Stange Dynamit zünden können. Der alte Hund sprang beinahe aus seinem Fell. Er prallte rückwärts vom Tisch ab und als er mich sah, ließ er sich sofort auf den Boden fallen und drehte mir in einer ergebenen Geste den Bauch zu. Vergiss es, sagte ich zu ihm, du bist geliefert. Aber ich brachte es einfach nicht fertig, mit ihm zu schimpfen. Er war alt, er war taub. Es war Unsinn, ihn noch erziehen zu wollen. Ich würde ihn nicht mehr ändern. Es hatte großen Spaß gemacht, sich an ihn heranzuschleichen und ich hatte laut lachen müssen, als er herumgefahren war. Als er jetzt zu meinen Füßen lag und um Vergebung bin ich traurig. Vielleicht hatte ich tatsächlich gehofft, dass seine ganze Taubheit nur gespielt war. Ich baute den Hühnerstall fertig. Eine einfache Konstruktion aus Sperrholz mit einer zugbrückenartigen Leiter, die nachts hochgezogen werden konnte, um Eindringlinge fernzuhalten. Donner nahm netterweise zwei unserer Hähne zurück und gab uns stattdessen zwei Hennen. Jetzt hatten wir drei Weibchen und einen mit Testosteron vollgepumpten Hahn, der jede wache Minute mit einem der folgenden Dinge verbrachte. Sex anzetteln, Sex haben oder angeberisch darüber krähen, dass er gerade Sex gehabt hatte. Jenny stellte fest, dass Hähne genau das seien, was Männer wären, wenn man sie ihren Trieben überlassen würde, ohne soziale Konventionen, die ihre niedrigen Instinkte zügeln. Ich musste ihr zustimmen. Ich muss sogar zugeben, dass ich den glücklichen Bastard irgendwie beneidete. Jeden Morgen ließen wir die Hühner in den Garten hinaus und Marley machte ein paar halbherzige Jagdversuche. Er sprang bellend einige Sätze auf sie zu, dann ging ihm die Puste aus und er musste aufgeben. Es war, als würde irgendein genetischer Kot tief in ihm drinnen zu ihm sagen, du bist ein Retriever, das sind Vögel. Meinst du nicht, dass es eine gute Idee wäre, sie zu jagen? Aber er war nicht mit ganzem Herzen dabei. Bald hatten die Hühner gelernt, dass dieses Trampeln der hellbraune Monster keine Bedrohung darstellte, eher ein geringfügiges Ärgernis, und Marley lernte, den Garten mit diesen neuen gefederten Eindringlingen zu teilen. Eines Tages sah ich vom Unkrautjäten auf und beobachtete eine merkwürdige Szene. Marley und die Hühner kamen einträchtig in einer Reihe auf mich zu, die Hühner pickten hier und da. Marley schnüffelte herum. Sie sahen aus wie alte Freunde auf einem Sonntagsspaziergang. Wie kannst du das nur mit deinem Stolz als Jagdhund vereinbaren? schimpfte ich ihn. Marley hob ein Bein an einer Tomatenpflanze, dann beeilte er sich, zu seinen neuen Freunden aufzuschließen. Ein Mensch kann einiges von einem alten Hund lernen. Als die Monate vergingen und seine Unpässlichkeiten zunahmen, brachte Marley uns viel über die unentrinnbare Endlichkeit des Lebens bei. Jenny und ich waren noch relativ jung. Wir hatten kleine Kinder, waren bei guter Gesundheit und unsere Rente lag noch in unvorstellbar weiter Ferne. Wir hätten den Lauf der Zeit ohne weiteres verdrängen und so tun können, als könnten uns die Jahre nichts anhaben. Aber Marley ließ uns dieses Verleugnen der Tatsachen nicht durchgehen. Wir sahen, wie er allmählich alt, grau und taub wurde. Und es hatte keinen Sinn, seine Sterblichkeit zu leugnen. Und damit auch unsere. Das Alter holt uns alle irgendwann ein. Aber bei einem Hund geht es atemberaubend und ernüchternd schnell. In der kurzen Zeitspanne von zwölf Jahren hatte sich Marley von einem quirligen Welpen erst in einen linkischen Jungspund, dann in einen muskulösen ausgewachsenen Hund und nun in einen tattrigen Kreis verwandelt. Ein Hundejahr entspricht etwa sieben Menschenjahren. Das hieß, dass er inzwischen auf die neunzig zuging. Seine einst blendend weißen Zähne waren mit der Zeit zu bräunlichen Stümpfen geworden. Drei seiner vier Fangzähne fehlten, er hatte sich einen nach dem anderen bei seinen Panikattacken abgebrochen, wenn er versuchte, sich den Weg in die Sicherheit freizubeißen. Sein Atem war noch nie ganz frisch gewesen, inzwischen jedoch ließ er einen an eine Mülltonne in der Sonne denken. Auf seine alten Tage hatte Marley zudem noch eine Vorliebe für Hühnermist entdeckt, was die Sache nicht unbedingt besser machte. Zu unserer großen Abscheu schlang er das Zeug hinunter, als sei es Kaviar. Seine Verdauung war auch nicht mehr das, was sie einmal gewesen war, und er stieß so viele Gase aus wie eine Methanfabrik. Wenn er gerade keinen fahren ließ, war er draußen und setzte Haufen. Oder er beschäftigte sich zumindest mit der Planung derselben. Die Suche nach dem perfekten Ort für sein Geschäft war inzwischen zu einer zwanghaften Obsession geworden. Jedes Mal, wenn ich ihn hinaus ließ, suchte er länger und länger herum, wanderte vor und zurück, lief im Kreis, schnüffelte, hielt wieder inne, kratzte am Boden, drehte sich im Kreis, lief ein Stück weiter, immer mit einem lächerlichen Grinsen im Gesicht. Während er so den Boden nach dem Hunderhaufen Paradies absuchte, stand ich draußen, manchmal im Regen, manchmal im Schnee, manchmal in der Dunkelheit, oft barfuß und ab und zu sogar nur in Boxershorts. Am meisten Probleme bereiteten ihm seine Hüften und bald versagten sie ihm gänzlich den Dienst. Arthritis hatte sich in seine Gelenke geschlichen und bereitete ihm Schmerzen. Der gleiche Hund, auf dem ich früher Rodeo reiten konnte, der mit seinen Schultern den ganzen Esszimmertisch hochheben und durch das Zimmer schieben konnte, dieser Hund konnte nun kaum noch aufstehen. Er seufzte vor Schmerz, wenn er sich hinlegte und seufzte wieder, wenn er sich hochkämpfte. Mir war nicht klar, wie schwach seine Hüftgelenke tatsächlich geworden waren, bis ich ihm eines Tages die Seite tätschelte und seine Hinterbeine unter ihm einknickten, als hätte ihn gerade jemand umgerannt. Er brach einfach zusammen. Es war schrecklich mit anzusehen. Es bereitete ihm immer größere Schwierigkeiten, die Treppe in den ersten Stock hinauf zu kommen. Doch es fiel ihm im Traum nicht ein, alleine unten zu schlafen. Auch nicht, als wir seinen Korb unten an die Treppe gestellt hatten. Marley liebte Gesellschaft. Er wollte immer dabei sein. Er liebte es, den Kopf auf unsere Matratze zu legen und uns ins Gesicht zu hecheln, während wir schliefen. Er liebte es, seinen Kopf durch den Duschvorhang zu stecken, wenn wir badeten, um einen Schluck zu trinken, und er wollte damit jetzt nicht aufhören. Nachdem eine Treppe nun solche Schwierigkeiten für ihn bedeutete, dachte ich, dass Marley jedes hinauf- und hinuntersteigen vermeiden würde. Aber so war es nicht. Er folgte mir auf dem Fuße, wenn ich hinunterging, um ein Buch zu holen oder auch nur um das Licht auszuschalten. Er schlitterte hinter mir die Stufen hinunter und musste wenige Sekunden später schon wieder den quälenden Aufstieg beginnen. Jenny und ich gewöhnten uns an, uns an ihm vorbeizuschleichen, wenn er es abends hinauf geschafft hatte, damit er nicht in die Versuchung kam wieder hinter uns herzukommen. Wir dachten, dass wir uns jetzt, wo er nicht mehr gut hörte und tiefer und länger schlief als jemals zuvor, ganz einfach an ihm vorbeischleichen konnten. Aber er schien es immer zu merken, wenn wir uns davon gestohlen hatten. Ich lag beispielsweise im Bett und las, während er neben dem Bett auf dem Boden schlief und laut schnarchte. Vorsichtig schob ich Zimmer. An der Tür drehte ich mich noch einmal um, um sicher zu gehen, dass ich ihn nicht gestört hatte. Doch ich war nur wenige Minuten unten, da hörte ich schon seine schweren Tapser auf der Treppe auf der Suche nach mir. Er war vielleicht taub und halb blind, aber sein Radar schien noch vollkommen in Ordnung zu sein. Eines Abends im Frühling 2002 ging ich mit Marley für einen kurzen Spaziergang hinaus in den Garten. Es war eine kühle windige Nacht. Angestachelt von der kalten Luft rannte ich los und Marley dem es wohl genauso ging galoppierte neben mir her wie in alten Zeiten. Ich rief ihm sogar noch zu Schau Marley du hast immer noch etwas vom Welpen in dir. Wir trabten zusammen zur Haustür zurück und er hechelte glücklich mit hell wachen Augen. An der Verandatreppe versuchte er dann verspielt die zwei Stufen hinauf zu springen doch als er sich abstoßen wollte versagten ihm seine Hüften den Dienst und plötzlich fand er sich in einer höchst misslichen Lage wieder die Vorderpfoten oben auf dem Treppen Absatz der Bauch auf den Stufen und sein Hinterteil auf dem Weg. So blieb er einen Augenblick liegen und sah mich an als wüsste er gar nicht wie er in eine so peinliche Situation hatte geraten können. Ich pfiff und schlug mir mit den Händen auf die Oberschenkel um ihn zu locken und er ruderte verzweifelt mit den Vorderpfoten um vorwärts zu kommen aber vergeblich. Er konnte sein Hinterteil nicht mehr hochstemmen. Komm Marley rief ich. Aber er konnte einfach nicht. Schließlich packte ich ihn unter den Schultern und drehte ihn zur Seite, damit er alle vier Pfoten auf den Boden bekam. Nach mehreren Fehlversuchen gelang es ihm schließlich sich hinzustellen. Er machte ein paar Schritte zurück und betrachtete dann aufmerksam die Stufen. Und dann lief er hinauf und ins Haus. Von diesem Tag an hatte er kein Selbstvertrauen mehr beim Treppen steigen. Er traute sich nicht mehr an diese beiden kleinen Stufen heran, ohne unten Theater zu machen. Kein Zweifel, es war bitter, alt zu werden. Und es war unwürdig. Marley erinnerte mich daran, dass das Leben kurz war. Er erinnerte mich an seine flüchtigen Freuden und verpassten Gelegenheiten und daran, dass jeder von uns nur einen einzigen Schuss hat, ohne zweite Chance. Am einen Tag schwimmst du noch weit ins Meer hinaus und bist überzeugt, dass du heute eine Seemöhe befangen wirst. Und am nächsten kannst du dich gerade noch zu deiner Wasserschüssel hinunter beugen, um zu trinken. Wie der amerikanische Freiheitskämpfer Patrick Henry und wie jeder andere auch, hatte ich nur ein einziges Leben. Ich landete immer öfter bei derselben Frage, wie in aller Welt Zeitschrift verbringen. Es war nicht so, dass mir mein neuer Job keine Befriedigung verschaffte. Ich war stolz darauf, was ich aus der Zeitschrift gemacht hatte. Aber ich vermisste die Tageszeitung schrecklich. Ich vermisste die Leute, die sie lasen und die Leute, die sie schrieben. Ich vermisste es, direkt am Tagesgeschehen zu sein und das Gefühl, dass ich auf meine eigene bescheidene Weise eingreifen konnte. Ich vermisste den Adrenalinschub, wenn man unter Zeitdruck auf eine Deadline hinarbeitete und die Befriedigung, wenn ich am nächsten Morgen in meiner Mailbox eine Menge E-Mails mit Bezug auf meine Kolumne vorfand. Aber am meisten vermisste ich es, Geschichten zu erzählen. Ich fragte mich, wie ich einen Job, der so perfekt zu mir passte, hatte aufgeben können, um in den trüben Wassern einer Zeitschriftenredaktion zu fischen, wo mir ein mageres Budget zur Verfügung stand, wo ich auf Werbeanzeigen angewiesen war, wo ich mir über die Neubesetzung von Stellen den Kopf zerbrechen und die wenig ehrenhaften Redaktionsarbeiten hinter den Kulissen erledigen musste. Als ein früherer Kollege von mir nebenbei fallen ließ, dass der Philadelphia Enquirer einen Kolumnisten suchte, ließ ich mir das nicht zweimal sagen. Kolumnistenjobs sind sehr schwer zu bekommen, auch bei kleineren Zeitungen. Wenn eine solche Stelle tatsächlich einmal frei wird, dann ist sie meist schon intern vergeben, sozusagen als anerkennende Geste für verdiente Kollegen, die sich als Reporter bewährt haben. Der Enquirer war ein angesehenes Blatt, das im Laufe der Jahre 17 Pulitzer Preise gewonnen hatte und inzwischen zu den großen Zeitungen des Landes gehörte. Ich war ein Fan dieser Zeitung und nun luden mich die Herausgeber des Enquirer zu einem Vorstellungsgespräch ein. Ich würde für diesen Job nicht einmal umziehen müssen. Das Büro, in dem ich arbeiten würde, war gerade mal 45 Minuten vom Autobahnknoten Pennsylvania entfernt. Eine zumutbare Strecke. Ich glaube eigentlich nicht an Wunder, aber es schien alles beinahe zu perfekt, um wahr zu sein, wie eine göttliche Fügung. Im November 2002 tauschte ich meine Gärtnerklamotten gegen einen Presseausweis des Philadelphia Enquirer ein. Wahrscheinlich war das der glücklichste Tag in meinem Leben. Ich war wieder da, wo ich hingehörte, als Kolumnist in einer Zeitungsredaktion. Als die Sommerferien da waren, packte Jenny die Kinder in den Minivan und fuhr mit ihnen für eine Woche nach Boston zu ihrer Schwester. Das war meine Chance, nach der Arbeit noch in der Gegend herumzufahren und die Städtchen und Orte zu erkunden, über die ich nun in meinen Kolumnen schrieb. Zusammen mit meinem weiten Heimweg würde ich zehn bis zwölf Stunden außer Haus sein. Es stand außer Frage, dass Marley nicht so lange allein bleiben konnte, nicht einmal halb so lange. Wir beschlossen daher, ihn in der örtlichen Hundepension einzumieten, wo er jeden Sommer während unseres Urlaubs wohnte. Die Hundepension war an eine große Tierklinik angegliedert, die professionelle tierärztliche Hilfe anbot, wenn auch nicht den persönlichsten Service. Jedes Mal, wenn wir dorthin kamen, trafen wir einen anderen Arzt, der nichts von Marley wusste, außer den Fakten, die in seiner Karte standen. Oft erfuhren wir noch nicht einmal die Namen der Ärzte. Marley geht Hundehotel, kreischte Colleen und Marley spitzte die Ohren, als ob ihm Wir machten Witze über das Freizeitangebot, das ihm dort geboten würde, von neun bis zehn Uhr Löcher buddeln, anschließend eine Stunde Kissen zerfetzen, von elf Uhr bis Mittag Abfall durchwühlen und so weiter. Ich lieferte ihn am Sonntagabend dort ab und hinterließ meine Handynummer am Empfang. Am darauffolgenden Dienstag war ich gerade in der Nähe der Independence Hall, in der Innenstadt von Philadelphia, als mein Handy klingelte. Bleiben Sie bitte dran, Dr. So und So möchte mit Ihnen sprechen, sagte die Dame von der Hundepension. Es war wieder eine Tierärztin, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Wenige Sekunden später war sie am Apparat. Wir haben einen Notfall mit Marley, sagte sie. Mir rutschte das Herz in die Hose. Ein Notfall? Die Ärztin erklärte, dass Marleys Magen von Futter, Wasser und Luft angeschwollen war und sich dann überdehnt, um sich selbst gedreht hatte. Dabei war sein Mageninhalt eingeklemmt worden. Als die Gase und der übrige Inhalt nirgendwohin entweichen konnten, war sein Bauch schmerzvoll angeschwollen. Man nannte diesen lebensbedrohlichen Zustand einen Torsio Ventriculi, eine Magendrehung. In den meisten Fällen war eine Operation notwendig, erklärte sie, und wenn man den Hund nicht behandelte, könnte er innerhalb weniger Stunden sterben. Sie sagte, sie habe eine Sonde durch seine Speiseröhre eingeführt und so einen Großteil der Gase abgeleitet, die sich in seinem Magen gebildet hatten. Die Schwellung war daraufhin zurückgegangen. Bei dieser Gelegenheit hatte sie den Magen zurückgedreht oder wie sie es nannte entdreht. Marley war noch in Narkose und schlief friedlich. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? fragte ich vorsichtig. Aber nur vorübergehend, erklärte die Ärztin. Wir haben die unmittelbare Krise abgewendet, aber wenn sich der Magen einmal so gedreht hat, dann tut er es meistens wieder. Wie meistens? fragte ich. Ich würde schätzen, seine Chancen stehen 1 zu 100, dass sich sein Magen nicht noch einmal dreht, sagte sie. 1 zu 100? Um Gottes Willen. Er hat bessere Chancen, in Harvard aufgenommen zu werden. 1 zu 100, nicht mehr? Es tut mir leid, sagte sie. Sein Zustand ist sehr ernst. Wenn sich sein Magen wieder drehte, und sie sagte ja, dass das sicher passieren würde, dann hatten wir zwei Möglichkeiten. Die erste war, ihn operieren zu lassen. Die Ärztin sagte, sie würde Male aufschneiden und seinen Magen an der Wand der Bauchhöhle befestigen, damit er sich nicht wieder drehen konnte. Die Operation kostet ungefähr 2000 Dollar, fügte sie hinzu. Ich schluckte. Und es handelt sich hier um einen sehr schweren Eingriff. Für einen Hund in seinem Alter wird das nicht einfach. Marley würde sich lange davon erholen müssen, wenn er die Operation überhaupt überstand. Manchmal überlebten ältere Hunde einen so schweren Eingriff nicht, erklärte sie. Wenn er vier oder fünf Jahre alt wäre, dann würde ich auf jeden Fall für eine Operation plädieren, sagte sie. Aber in seinem Alter müssen sie sich wirklich überlegen, ob sie ihm das noch antun wollen. nicht, wenn wir es vermeiden können, antwortete ich. Was ist die zweite Möglichkeit? Die zweite Möglichkeit ist, und dabei zögerte sie nur unmerklich, ihn einzuschläfern. Oh, sagte ich. Es fiel mir schwer, das alles richtig einzuordnen. Noch vor fünf Minuten war ich zur Freiheitsglocke gewandert und hatte gedacht, Marley würde sich frohen Mutes in der Hundepension entspannen. Jetzt musste ich entscheiden, ob er leben oder sterben sollte. Ich hatte noch nie etwas von dieser Magenkomplikation gehört. Später erfuhr ich, dass eine Magendrehung bei bestimmten Rassen recht häufig vorkommt, vor allem bei solchen mit breitem Brustkorb wie bei Marley. Hunde, die ihr Futter in wenigen Bissen hinunterschlangen, wieder wie Marley, hatten ebenfalls ein erhöhtes Risiko. Manche Hundebesitzer behaupten, es gäbe einen Zusammenhang zwischen dem Stress, dem ein Hund in einer Hundepension ausgesetzt ist, und den Blähungen. Aber später hörte ich, wie ein Professor der Tiermedizin erklärte, seine Forschungen hätten keinen Anhaltspunkt für solche Theorien erbracht. Die Tierärztin am Telefon bestätigte zwar, dass Marleys Aufregung mit all den anderen Hunden den Vorfall ausgelöst haben könnte. Wie immer hatte er sein Futter hinuntergeschlungen und dabei heftig gehechelt und gesabbert, aufgehetzt von den vielen anderen Hunden um ihn herum. Sie nahm an, dass Marley dabei so viel Luft und Sabber geschluckt hatte, dass sich sein Magen entlang der Längsachse ausgedehnt und so eine Magendrehung begünstigt hatte. Könnten wir nicht einfach abwarten, wie es ihm geht? fragte ich. Vielleicht dreht sich sein Magen ja nicht noch einmal. Das tun wir gerade, antwortete sie. Abwarten und beobachten. Sie wiederholte die 1 zu 100 Chance und fügte hinzu, wenn sich sein Magen wiederdreht, brauche ich eine schnelle Entscheidung von ihnen. Ich kann ihn nicht leiden lassen. Ich muss mit meiner Frau darüber sprechen, sagte ich. Ich rufe sie zurück. Ich erreichte Jenny auf dem Handy, als sie gerade mit den Kindern auf einem überfüllten Ausflugsschiff in Boston Harbor unterwegs war. Im Hintergrund hörte ich den Schiffsmotor brummen und die Stimme des Touristenführers durch die Lautsprecher dröhnen. Die Verbindung war schlecht. Keiner von uns konnte den anderen richtig verstehen. Ich schrie in mein Handy, damit sie mich verstehen konnte. Aber bei ihr kamen nur Satzfetzen an. Marley, Notfall, Magen, Operation, Einschläfern. Dann war es still am anderen Ende der Leitung. Hallo, rief ich. Bist du noch dran? Ja, antwortete Jenny. Dann war sie wieder still. Wir hatten beide gewusst, dass dieser Tag einmal kommen würde. Wir hatten nur nicht damit gerechnet, dass es heute sein würde. Nicht, wenn sie und die Kinder unterwegs waren und sich noch nicht einmal von Marley verabschieden konnten. Nicht, wenn ich 90 Minuten entfernt in Philadelphia unterwegs war und geschäftliche Verpflichtungen hatte. Am Ende unseres Gespräches oder vielmehr am Ende unseres bedeutungsvollen Schweigens war klar, dass wir hatte recht. Marley baute in jeder Hinsicht ab. Es wäre grausam, ihm eine schwere Operation anzutun, um zu versuchen, das Unvermeidbare hinauszuschieben. Außerdem konnten wir die immensen Kosten nicht einfach ignorieren. Es schien unanständig beinahe unmoralisch, so viel Geld für einen alten Hund auszugeben, der ohnehin nicht mehr lange leben würde. Wenn gleichzeitig jeden Tag unerwünschte Hunde eingeschläfert wurden, weil sie kein Zuhause fanden, oder Kinder auf der ganzen Welt nicht ausreichend medizinisch versorgt werden konnten, weil die finanziellen Mittel fehlten. Ich rief die Tierärztin zurück und teilte ihr unsere Entscheidung mit. Lassen Sie uns in einer Stunde noch einmal telefonieren, sagte sie. Eine Stunde später klang Dr. Hopkinson ein wenig optimistischer. Marleys Zustand war stabil, er schlief noch immer mit einer Infusion am Vorderbein. Sie gab ihm nun schon fünf Prozent Chancen. Am nächsten Morgen klang sie fröhlicher. Er hatte eine gute Nacht, sagte sie. Als ich mittags wieder anrief, hatte sie die Infusion entfernt und ihm eine Mischung aus Reis und Fleisch vorgesetzt. Er ist völlig ausgehungert, erklärte sie. Bei meinem nächsten Anruf war er schon auf den Beinen. Gute Nachrichten, sagte die Ärztin. Einer unserer Tierarzthelfer war gerade mit ihm draußen und er hat sein kleines und großes Geschäft gemacht. Ich jubelte ins Telefon, als hätte er gerade den ersten Platz auf einer Hundeschau gemacht. Dann fügte sie hinzu, er fühlt sich wohl besser, er hat mir gerade einen dicken nassen Kuss gegeben. Ja, das war unser Marley. Ich hätte das gestern nicht für möglich gehalten, sagte die Ärztin, aber ich denke, sie können ihn morgen mit nach Hause nehmen. Und genau das tat ich am nächsten Abend nach der Arbeit. Er sah furchtbar aus, schwach und abgemagert, seine Augen waren trüb und verklebt. Er sah aus, als hätte er eine Reise in den Tod und zurück gemacht. Und irgendwie stimmte das ja auch. Ich muss ebenfalls ein wenig blass ausgesehen haben, nachdem ich die 800 Dollar Rechnung bezahlt hatte. Als ich mich bei der Ärztin für ihre Hilfe bedankte, meinte sie, alle hier lieben Marley, meinen 1 zu 100 Wunderhund und sagte zu ihm, komm, wir bringen dich nach Hause, wo du hingehörst. Er stand einfach da und betrachtete traurig den Rücksitz, denn er wusste genau, dass er sich genauso gut die Besteigung des Olympus hätte vornehmen können. Er versuchte noch nicht einmal hinauf zu springen. Ich rief einen Mitarbeiter der Hundepension und er half mir, Marley behutsam ins Auto zu heben. Dann fuhr ich ihn nach Hause, zusammen mit einer Kiste voll Medizin und strengen Anweisungen. Marley durfte nie wieder eine große Portion Hundefutter auf einmal hinunterschlingen oder unbegrenzte Mengen Wasser in sich hineinschlürfen. Die Zeiten, in denen er in der Badewanne mit der Schnauze U-Boot gespielt hatte, waren vorbei. Von nun an musste er täglich vier kleine Mahlzeiten bekommen und durfte nur eine begrenzte Menge Wasser trinken, pro Mahlzeit nicht mehr als eine halbe Tasse. Die Ärztin hoffte, dass sein Magen auf diese Weise stabil bleiben und sich nicht wieder aufblähen und drehen würde. Marley durfte auch nie mehr in einer großen Hundepension mit vielen bellenden Hunden um ihn herum untergebracht werden. Ich war überzeugt, dass das der auslösende Faktor für seine kurze Bekanntschaft mit dem Tod gewesen war. Und Dr. Hopkinson stimmte mir zu. In den nächsten Wochen erholte sich Marley zusehends. Er hatte wieder dieses spitzbübische Glitzern in den Augen. Seine Schnauze war wieder kalt und feucht und er bekam wieder etwas Fleisch auf die Knochen. Man sah ihm nicht mehr an, was er durchgemacht hatte. Er war damit zufrieden, seine Tage zu verdösen, am liebsten vor der Glastür im Wohnzimmer, wo die Sonne hereinfiel und sein Fell wärmte. Wegen seiner neuen Diät, die kleine Mahlzeiten vorschrieb, war er andauernd hungrig und bettelte und klaute noch viel unverfrorener Essen als je zuvor. Eines Abends erwischte ich ihn allein in der Küche, als er mit den Vorderpfoten auf dem Küchentisch stand und Reiskrisps von einem Servierteller stahl. Keine Ahnung, wie er mit seinen kaputten Hüften dort hinaufgekommen war, Gebrechen hin oder her, wenn der Wille rief, dann gehorchte Marleys Körper. Ein Teil von uns hoffte, dass er immer so weitermachen könnte. Trotz all seiner Gebrechen war er immer noch derselbe fröhliche, unbeschwerte Hund. Jeden Morgen nach seinem Frühstück trabte er ins Wohnzimmer, um das Sofa als riesiges Taschentuch Zweck zu entfremden. Er lief daran entlang, rieb sich die Schnauze am Bezug ab und warf die Dann drehte er um und wiederholte das Ganze mit der anderen Seite. Anschließend ließ er sich auf den Boden fallen, rollte auf den Rücken und schubberte sich kräftig das Rückenfell. Er liebte es auch, auf dem Boden zu liegen und hingebungsvoll den Teppich abzulecken, als hätte jemand eine leckere Soße darüber geschüttet. Außerdem gehörte es zu seiner täglichen Routine, den Postboten anzubellen, den Hühnern einen Besuch abzustatten, den Behälter mit dem Vogelfutter anzustarren und die Wasserhähne an der Badewanne zu überprüfen, ob nicht doch ein Tropfen für ihn abfiel. Mehrmals am Tag klappte er den Deckel des Mülleimers in der Küche hoch, um nachzusehen, welche Schätze dort auf ihn warteten. Er führte wieder täglich den Marley-Mambo auf, trampelte durchs Haus, schlug mit dem Schwanz gegen Möbel und Wände und wie früher stemmte ich ihm jeden Tag das Maul auf, um daraus alle möglichen Zeugnisse unseres täglichen Lebens zu entfernen, Kartoffelschalen und Muffinpapierchen, gebrauchte Taschentücher und Zahnseide. Auch auf seine alten Tage änderten sich manche Dinge nicht. Als der 11. September 2003 näher rückte, fuhr ich in die kleine Stadt Shanksville, jenem unseligen Vormittag vor zwei Jahren der Flug United Flight 93 über einem Feld abgestürzt war, nachdem die Passagiere sich tapfer zur Wehr gesetzt hatten. Die Kidnapper, die das Flugzeug in ihre Gewalt gebracht hatten, hatten angeblich geplant, nach Washington D.C. zu fliegen und dort das Flugzeug ins Weiße Haus oder das Kapitol stürzen zu lassen. Die Passagiere, die das Cockpit stürmten, retteten höchstwahrscheinlich zahllose Leben am Boden. Anlässlich des zweiten Jahrestages dieses Überfalls hatten mich meine Redakteure an den Schauplatz des Geschehens geschickt, wo ich der Tragödie nachspüren und ihre Nachwirkungen auf die amerikanische Seele untersuchen sollte. Ich verbrachte einen ganzen Tag an diesem Ort und verweilte an der Gedenkstätte, die man dort errichtet hatte. Ich sprach mit den vielen Besuchern, ihren Respekt zu erweisen, interviewte Anwohner, die sich an die schreckliche Explosion erinnerten und unterhielt mich mit einer Frau, die ihre Tochter bei einem Autounfall verloren hatte und hier an diesem Ort Trost in der allgemeinen Trauer zu finden hoffte. Ich dokumentierte die vielen Gedenkschriften und Erinnerungen auf dem Parkplatz, aber ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich schreiben sollte. Was konnte ich zu dieser schrecklichen Tragödie sagen, was noch nicht gesagt worden war. Ich ging zum Abendessen in die Stadt und sah meine Aufzeichnungen durch. Eine Kolumne zu schreiben ist wie einen Turm aus Holzklötzchen zu bauen. Jede Information, jedes Zitat und jeder eingefangene Augenblick ist so ein Holzklötzchen. Zuerst baut man eine breite Basis, die stark genug ist, um eine Aussage zu stützen und dann arbeitet man sich langsam hinauf zur Spitze. Mein Notizbuch war voll von soliden Bausteinen, aber mir fehlte noch der Mörtel, der alles zusammenhielt. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit den Versatzstücken anfangen sollte. Nach dem Essen machte ich mich auf den Weg zurück in mein Hotel, um einen Schreibversuch zu starten. Auf halbem Weg kehrte ich einer plötzlichen Eingebung folgend um und fuhr zurück zu der Gedenkstätte mehrere Kilometer außerhalb der Stadt. Als ich dort ankam, verschwand die Sonne gerade hinter den Hügeln und die letzten Besucher fuhren davon. Ich saß lange dort, allein, während die Sonne unterging und die Nacht hereinbrach. Von den Hügeln kam ein starker Wind und ich zog meine Jacke enger um mich. Über mir schlug ein riesiges Sternenbanner gegen einen Fahnenmast. Seine Farben glühten in den letzten glimmenden Sonnenstrahlen. Und plötzlich zog mich dieser ehrwürdige Ort in seinen Bann. Und mir wurde die Größe und Bedeutung dessen klar, was hier über diesem einsamen Feld in der Luft geschehen war. Ich sah zu der Stelle hinüber, wo das Flugzeug aufgeschlagen hatte. Dann blickte ich zu der Flagge hinauf und Tränen brannten mir in den Augen. Zum ersten Mal in meinem Leben nahm ich mir die Zeit, die Streifen zu zählen. Sieben rote und sechs weiße. Dann zählte ich die Sterne. Fünfzig Sterne auf blauem Untergrund. Die amerikanische Flagge hatte für uns an Bedeutung gewonnen. Sie stand wieder für Heldenmut und Opferbereitschaft. Ich wusste, was ich schreiben musste. Ich schob meine Hände tief in die Jackentaschen und ging zum Rand des gekiesten Platzes. Dort starrte ich in die Dunkelheit. Ich war hin und her gerissen. Einerseits war ich stolz auf meine Landsleute, ganz normale Leute, die im entscheidenden Moment über sich hinausgewachsen waren, weil sie wussten, dass es ihr letzter Moment war. Andererseits fühlte ich Demut, weil ich von den furchtbaren Ereignissen an jenem Tag verschont geblieben und noch am Leben war und einfach mein glückliches Leben als Ehemann, Vater und Autor weiterführen konnte. Hier in der Dunkelheit der Nacht konnte ich die Begrenztheit des Lebens beinahe spüren und ich fühlte, wie wertvoll dieses Leben war. Wir nehmen es als selbstverständlich hin, aber es ist zerbrechlich, gefährdet, unsicher und es kann jeden Moment ohne Vorwarnung zu Ende sein. Mir wurde klar, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber viel zu oft in Vergessenheit gerät, dass jeder Tag, jede Stunde und jede Minute bewusst gelebt und geschätzt werden muss. Und ich spürte noch etwas anderes, eine tiefe Verwunderung über die unbegreifliche Größe des menschlichen Herzens, dass eine Tragödie solchen Ausmaßes verkraften kann und zugleich noch Raum findet, die kleinen Sorgen und Ängste zu fühlen, die Teil von jedem Leben sind. In meinem Fall war das die Sorge um meinen alten Hund. Ich schämte mich ein wenig, dass ich sogar hier, am Ort einer so furchtbaren menschlichen Tragödie, den scharfen Schmerz seines bevorstehenden Verlustes spüren konnte. Marleys Tage waren gezählt, das war klar. Jeden Tag konnte ein weiterer Zusammenbruch erfolgen und wenn es soweit war, dann würde ich nicht länger vor dem Unvermeidbaren davonlaufen. Jeder schwere medizinische Eingriff wäre in seinem Alter grausam gewesen, etwas, das Jenny und ich wohl mehr für uns selbst als für Marley getan hätten. Wir liebten diesen verrückten alten Hund trotz allem oder gerade wegen allem. Aber ich wusste, dass wir ihn bald gehen lassen mussten. Ich kehrte zu meinem Auto zurück und fuhr zum Hotel. Als ich meine Kolumne am nächsten Tag per E-Mail weggeschickt hatte, rief ich Jenny an. Sie sagte, ich möchte nur, dass du weißt, dass Marley dich wirklich sehr vermisst. Marley? fragte ich. Und wie steht es mit euch anderen? Natürlich fehlst du uns auch, du Blödmann, aber was ich meine ist, dass Marley dich wirklich vermisst. Er macht uns alle wahnsinnig. In der Nacht zuvor hatte Marley immer wieder das ganze Haus nach mir abgesucht, hatte jedes Zimmer durchstöbert, hatte hinter den Türen und in den Wandschränken nach mir gesucht. Mit Mühe hatte er sich in den ersten Stock hinaufgekämpft und als er mich auch dort nicht fand, war er wieder hinuntergeschlichen und hatte seine Suche dort fortgesetzt. Er war ganz außer sich, sagte Jenny. Anstatt sich wie immer neben unser Bett schlafen zu legen, hatte Marley sich oben an der Treppe niedergelassen, von wo er alle Schlafzimmer und die Haustür im Blick hatte, falls ich erstens aus meinem Versteck herauskam oder zweitens während der Nacht nach Hause kam, weil ich mich heimlich fortgeschlichen hatte, ohne ihm Bescheid zu sagen. Dort lag er noch, als Jenny am nächsten Morgen hinunterging, um Frühstück zu machen. Erst ein paar Stunden später fiel ihr auf, dass er sich noch nicht gezeigt hatte, was sehr ungewöhnlich für ihn war. Sonst war Marley immer als Erster unten, rannte uns voraus und schlug mit dem Schwanz gegen die Haustür, damit wir ihn hinausließen. Schließlich fand sie ihn ruhig schlafend neben meinem Bett auf dem Fußboden. Und dann sah sie auch den Grund dafür. Als sie aufgestanden war, hatte sie aus Versehen ihre Kopfkissen auf meine Seite des Bettes geschoben. Dort bildeten sie unter der Decke einen großen Haufen, genau an der Stelle, wo ich sonst immer schlief. Bei seinen schlechten Augen sah ihm verziehen, dass er einen Berg Federn mit seinem Herrchen verwechselte. Er war überzeugt, dass du da liegst, sagte Jenny. Kein Zweifel, er dachte wirklich, dass du im Bett liegst und ausschläfst. Wir mussten beide lachen. Dann sagte Jenny, er ist ein schrecklich treuer Hund. Das stimmte. Unser Hund war ein Ausbund von Hingabe. In diesem Jahr kam der Winter früh und als die Tage kürzer wurden und der Wind durch die gefrorenen Äste heulte, machten wir es uns in unserem behaglichen Haus gemütlich. Ich hackte genug Feuerholz für einen ganzen Winter und stapelte es neben der Hintertür auf. Jenny kochte deftige Suppen und backte Brot und die Kinder saßen wieder am Fenster und warteten auf den Schnee. Ich erwartete den ersten Schneefall mit einer gewissen Unruhe, denn ich fragte mich, ob Marley einen weiteren harten Winter überstehen würde. Der letzte hatte ihm schon genug zu schaffen gemacht und sein Zustand hatte sich seitdem dramatisch verschlechtert. Ich hatte keine Ahnung, wie er mit vereisten Wegen, rutschigen Treppenstufen und verschneiten Landschaften zurechtkommen würde. Langsam wurde mir klar, warum wanderten. An einem stürmischen Sonntagabend im Dezember, als die Kinder mit ihren Hausaufgaben fertig waren und auf ihren Musikinstrumenten geübt hatten, machte Jenny Popcorn und kündete einen Heimkinoabend an. Die Kinder stürmten los, um einen Film auszusuchen und ich pfiff nach Marley, um ihn hinauszulassen, während ich ein paar Ahornscheite vom Holzstoß holte. Während ich das Holz in den Korb schichtete, suchte er auf dem gefrorenen Gras herum und hielt das Gesicht in den Wind. Er schnüffelte mit seiner nassen Schnauze in die eisige Luft, als würde er den nahenden Winter wittern. Ich klatschte in die Hände und winkte mit den Armen, um ihn auf mich aufmerksam zu machen und er folgte mir ins Haus. An den Verandastufen zögerte er kurz, nahm dann all die Kinder legten den Film ein. Die Flammen züngelten hoch und schickten ihre Hitze durch das Zimmer, was Marley wie immer dazu veranlasste, den besten Platz direkt vor dem Kamin für sich zu beanspruchen. Ich ließ mich neben ihm auf dem Boden nieder und legte meinen Kopf auf ein Kissen. Ich starrte mehr ins Feuer, als den Film zu verfolgen. Marley wollte seinen warmen Platz nicht aufgeben, aber er konnte der Gelegenheit nicht widerstehen. Sein Lieblingsmensch lag flach auf dem Boden, vollkommen wehrlos. Wer war jetzt das Alphatier? Sein Schwanz begann auf den Boden zu klopfen. Dann robbte er auf mich zu. Er wankte auf dem Bauch von einer Seite zur anderen die Hinterbeine lang ausgestreckt und als er mich erreicht hatte, drückte er mir seinen Kopf in die Rippen. In dem Moment, als ich die Hand ausstreckte, um ihn zu kraulen, war alles vorbei. Er stemmte sich hoch und schüttelte sich wild, dabei ging ein schauerlosen Fels auf mich nieder. Er starrte auf mich herunter. Seine schlabbernden Läfzen hingen dicht über meinem Gesicht. Als ich anfing zu lachen, nahm er das als Startzeichen und noch ehe ich wusste, wie mir geschah, hatte er sich mit den Vorderpfoten breitbeinig über mich gestellt und sank dann in freiem Fall mit Karacho auf mir zusammen. Uff, schrie ich unter seinem Gewicht, frontaler Labrador Angriff. Die Kinder quietschten vor Vergnügen. Marley konnte sein Glück kaum fassen. Ich versuchte gar nicht erst, ihn abzuschütteln. Er rekelte sich, sabberte, leckte mir das Gesicht und schnuberte an meinem Hals. Ich konnte unter seinem Gewicht kaum atmen und nach ein paar Minuten schob ich ihn halb von mir herunter, wo er fast den ganzen Film lang liegen blieb. Kopf, Schulter und Vorderpfote auf meiner Brust, der Rest von ihm gegen meine Seite gedrückt. Ich behielt es für mich, aber ich merkte, wie ich mich an diesem Moment klammerte, weil ich wusste, dass es nicht mehr viele davon geben würde. Marley war in der Dämmerung eines langen ereignisreichen Lebens angekommen. Wenn ich später daran zurückdachte, erkannte ich diesen Abend vor dem Kamin als das, was er war, unser Abschiedsfest. Ich streichelte Marleys Kopf, bis er einschlief, und auch dann hörte ich nicht damit auf. Vier Tage später packten wir unseren Minivan für einen Familienausflug nach Florida ins Disneyland. Es war das erste Mal, dass die Kinder an Weihnachten nicht zu Hause sein würden, und sie waren ganz aus dem Häuschen vor Aufregung. Wir wollten am nächsten Morgen früh losfahren, deswegen brachte Jenny Marley abends in die Tierarztpraxis, wo er eine Woche lang unter ständiger ärztlicher Aufsicht bleiben konnte, und wo er seine Ruhe vor anderen Hunden hatte. Die Ärzte und Helfer erinnerten Königssuite her. Sie versprachen sich besonders gut, um ihn zu kümmern. Als wir an diesem Abend die letzten Koffer packten, fiel Jenny und mir auf, wie seltsam es war, keinen Hund um sich zu haben, kein Riesentier, das einem ständig vor die Füße lief, uns wie unser Schatten folgte und versuchte, jedes Mal mit uns aus der Tür zu schleichen, wenn wir einen Koffer ins Auto trugen. Es war auf gewisse Weise befreiend, doch das Haus wirkte irgendwie verlassen und leer, auch wenn die Kinder darin herumsprangen. Am nächsten Morgen setzten wir uns bei Sonnenaufgang in den Mini-Van und fuhren los Richtung Süden. In unserem Bekanntenkreis ist es eine Art Sport, sich über diese ganze Disney-Geschichte lustig zu machen. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich schon gesagt habe, für das gleiche Geld könnten wir mit der ganzen Familie nach Paris fahren. Aber wir amüsierten uns prächtig, auch ich als nörgelnder Vater. Von den üblichen Fallstrecken einer solchen Unternehmung, Übelkeiten, müdigkeitsbedingte Trotzanfälle, verlorene Eintrittskarten, verlorene Kinder, Raufereien unter Geschwistern, blieben wir weitgehend verschont. Es wurde ein toller Familienurlaub und wir Bahnfahrten, Mahlzeiten, Schwimmrunden, einfach jeden Moment noch einmal Revue passieren zu lassen. Als wir die halbe Strecke durch Maryland geschafft und nur noch vier Stunden Fahrt vor uns hatten, klingelte mein Handy. Es war eine Tierarzthelferin der Tierarztpraxis. Marley wäre ganz lethargisch, sagte sie, und seine Hüften wären schwächer als sonst. Es schien ihm nicht gut zu gehen. Sie sagte, der Tierarzt würde um unsere Zustimmung bitten, Marley Cortison geben zu dürfen. Natürlich, sagte ich. Sie sollten alles tun, damit es ihm gut ging. Wir würden unseren Hund am nächsten Tag abholen. Als Jenny Marley am nächsten Tag, dem 29. Dezember abholte, sah er müde und ein wenig abgekämpft aus, aber nicht wirklich krank. Wie man mir am Telefon gesagt hatte, waren seine Hüften sichtbar schwächer geworden. Der Tierarzt erklärte Jenny, was für Medikamente wir ihm geben sollten, dann half ihr ein Tierarzthelfer, Marley in den Minivan zu heben. Doch während der halbstündigen Heimfahrt wirkte er die ganze Zeit und versuchte zähen Schleim herauszubringen. Als Jenny ihn zu Hause in den Vorgarten ließ, legte er sich einfach auf den gefrorenen Boden und konnte oder wollte sich nicht rühren. Verängstigt rief sie mich auf der Arbeit an. Ich bekomme ihn nicht mehr ins Haus, rief sie aufgeregt. Er liegt da draußen in der Kälte und will nicht aufstehen. Ich fuhr sofort los und als ich eine Dreiviertelstunde später zu Hause ankam, hatte sie es doch geschafft, ihn auf die Pfoten zu stellen und ins Haus zurück zu buxieren. Ich fand ihn im Esszimmer auf dem Boden ausgestreckt, eindeutig krank und nicht er selbst. Dreizehn Jahre lang war ich nicht ein einziges Mal nach Hause gekommen, ohne dass er aufgesprungen war, sich gestreckt und geschüttelt und mich dann hechelnd und schwanzwedelnd begrüßt hatte, als wäre ich gerade aus dem hundertjährigen Krieg heimgekehrt. Nicht an diesem Tag. Er folgte mir mit den Augen, als ich ins Zimmer kam, aber er bewegte nicht einmal den Kopf. Ich kniete mich neben ihn und streichelte seine Schnauze. Keine Reaktion. Er versuchte nicht, mein Handgelenk zu fassen. Er wollte nicht spielen. Er hob nicht einmal den Kopf. Sein Blick schien abwesend und sein Schwanz lag schlaff auf dem Boden. Jenny hatte schon zwei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter der Tierklinik hinterlassen und wartete auf den Rückruf des Tierarztes. Doch das Ganze wuchs sich allmählich zu einem Notfall aus. Ich rief ein drittes Mal an. Nach einigen Minuten stand Marley langsam und mit zitternden Beinen auf und versuchte abermals zu würgen, aber es kam nichts heraus. Da fiel mir sein Bauch auf. Er sah dicker aus als sonst und fühlte sich hart an. Mein Mut sank. Ich wusste, was das bedeutete. Ich rief wieder beim Tierarzt an und beschrieb diesmal Marleys geschwollenen Bauch. Die Empfangsdame bat mich, einen Augenblick zu warten. Dann sagte sie, der Doktor sagt, sie sollen ihn sofort herbringen. Jenny und ich brauchten nichts zueinander zu sagen. Wir wussten beide, dass der Augenblick gekommen war. Wir riefen die Kinder zusammen und erklärten ihnen, dass Marley ins Krankenhaus musste und die Ärzte dort versuchen würden, ihm zu helfen, dass er aber sehr krank war. Als ich Kinder sich um Marley zusammendrängten, der auf dem Boden lag, und sich verabschiedeten. Es war offensichtlich, dass es ihm schlecht ging. Jeder konnte ihn streicheln und noch ein paar letzte Momente mit ihm verbringen. Die Kinder blieben verbissen optimistisch, dass dieser Hund, der schon immer ein Teil ihres Lebens gewesen war, bald wieder da sein würde, so gut wie neu. Gute Besserung, Marley, sagte Colleen mit ihrem Auto. Sie umarmte ihn noch einmal kurz, dann versprach ich, mich sofort zu melden, wenn ich etwas Neues wusste und fuhr mit Marley davon. Er lag hinten im Auto auf dem Boden, den Kopf auf die Mittelkonsole gestützt. Ich hielt das Lenkrad mit der einen Hand und streckte die andere nach hinten, sodass ich ihn am Kopf und an den Schultern streicheln konnte. Ach, Marley, sagte Parkplatz der Tierklinik half ich ihm aus dem Auto. Dann blieb er kurz stehen, um an einem Baum zu schnüffeln, wo andere Hunde ihre Markierung gesetzt hatten. Obwohl es ihm so schlecht ging, war er immer noch neugierig. Ich ließ ihm Zeit, denn ich wusste, dass es vielleicht sein letzter Besuch an der frischen Luft war, die er so liebte. Dann zog ich vorsichtig an der Leine und führte ihn in die Empfangshalle der Klinik. Gleich hinter der Eingangstür beschloss er, dass er nun weit genug gelaufen war und ließ sich vorsichtig auf dem Fliesenboden nieder. Als es den Tierarzthelfern und mir nicht gelang, ihn wieder auf die Beine zu stellen, brachten sie eine Trage und hoben ihn darauf. Dann verschwanden sie mit ihm im Untersuchungszimmer. Tierärztin, die ich noch nie gesehen hatte, in die Eingangshalle und führte mich in ein Behandlungszimmer. Dort legte sie einige Röntgenbilder auf einen Bildbetrachter. Sie zeigte mir, dass Marleys Magen auf die doppelte Größe angeschwollen war. Sie deutete außerdem auf eine weiße Linie auf dem Bild. Das wäre ein Zeichen einer Magendrehung. Genau wie beim letzten Mal würde sie ihn narkotisieren und eine Sonde in seinen Magen einführen, um das Gas abzuleiten, das die Blähung ausgelöst hatte. Dann würde sie mit dem Schlauch die Rückwand des Magens ertasten. Es wird nicht einfach, aber ich versuche, den Magen mit dem Schlauch wieder in seine richtige Stellung zu massieren. Wieder standen die Chancen 1 zu 100, dieselbe Prognose, die mir Dr. Hopkinson im Sommer gegeben hatte. Es hatte einmal funktioniert, es konnte wieder funktionieren. Im Stillen war ich immer noch optimistisch. Okay, sagte ich, versuchen Sie es. Nach einer halben Stunde tauchte sie mit grimmigem Gesicht wieder auf. Sie hatte es dreimal versucht, aber sie konnte die Sonde nicht in den Magen einführen. Sie hatte ihm noch mehr Narkosemittel gegeben, in der Hoffnung, dass sich seine Bauchmuskeln dadurch entspannen würden. Als das alles nichts nützte, hatte sie in einem letzten verzweifelten Versuch einen Trokar zum Entgasen gelegt. Doch auch das war nicht geglückt. An diesem Punkt können wir nur noch operieren, sagte sie. Sie hielt inne, als wolle sie abschätzen, ob ich bereit war, über das Unvermeidliche zu sprechen. Dann fuhr sie fort. Oder es wäre vielleicht die humanste Lösung, ihn einzuschläfern. Jenny und ich hatten diese schwere Entscheidung eigentlich schon vor fünf Monaten getroffen. hatte meinen Entschluss, Marley nicht weiter leiden zu lassen, nur noch bestärkt. Aber jetzt, hier im Wartezimmer, als ich erneut vor der Entscheidung stand, war ich wie erstarrt. Die Ärztin spürte meine Verzweiflung und erklärte mir die Komplikationen, die bei einer Operation bei einem Hund in Marleys Alter auftreten konnten. Außerdem machten ihr Blutspuren Sorgen, die aus dem Katheter ausgetreten waren, was auf ein Problem in der Magenwand hindeutete. Wer weiß, was wir finden würden, wenn wir hineinschauen, sagte sie. Ich sagte ihr, dass ich kurz hinausgehen wollte, um meine Frau anzurufen. Auf dem Parkplatz erklärte ich Jenny dann am Handy, dass sie vergeblich alles versucht hatten, mit Ausnahme einer Operation. Wir schwiegen eine kleine Ewigkeit am Telefon, dann sagte Jenny, ich liebe dich John. Ich dich auch Jenny, sagte ich. Ich ging wieder hinein und fragte die Ärztin, ob ich ein paar Minuten mit Marley allein sein dürfte. Sie warnte mich, dass er unter starken Betäubungsmitteln stand. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, sagte sie. Ich fand ihn bewusstlos auf einer Trage auf dem Boden. Am Vorderlauf hatte er eine Infusion. Vorsichtig kniete ich mich hin und strich ihm mit den Fingern durch das Fell, so wie er es besonders gerne mochte. Ich streichelte ihm über den Rücken, nahm seine Schlappohren einzeln in die Hand, diese verrückten Ohren, die ihm in all den Jahren so viele Probleme bereitet und uns ein kleines Vermögen gekostet hatten und spürte ihr Gewicht. Ich schob seine Läfzen zurück und betrachtete seine schlechten abgenutzten Zähne. Ich nahm eine Vorderpfote in meiner Hand. Dann lehnte ich meine Stirn gegen seine und blieb lange so sitzen, als könnte ich eine Botschaft durch unsere beiden Schädel von meinem Gehirn in seines schicken. Ich wollte ihm noch ein paar Dinge sagen. Du weißt doch, was wir alles über dich gesagt haben, oder? flüsterte ich. Was für eine Last du bist und so weiter. Glaub kein Wort. Glaub es keine Sekunde lang, Marley. Er sollte das wissen und noch etwas anderes. Es gab etwas, was ich ihm noch nie gesagt hatte. Niemand hat es ihm je gesagt. Ich wollte, dass er es hörte, bevor er ging. Marley, sagte ich, du bist ein ganz toller Hund. Ich fand die Ärztin wartend am Empfangstresen. Ich bin soweit, sagte ich. meine Stimme zitterte, was mich wirklich wunderte, denn ich hatte gedacht, ich hätte mich schon vor Monaten für diesen Moment gerüstet. Ich spürte, dass ich zusammenbrechen würde, wenn ich auch nur ein einziges Wort sagte. Deswegen nickte ich nur, als sie mir einige Formulare reichte und unterschrieb schweigend. Als die Formalitäten erledigt waren, folgte ich ihr wieder zu Marley, der immer noch in Narkose lag. Ich kniete noch einmal vor ihm nieder und nahm seinen Kopf in die Hände, während die Ärztin eine Spritze vorbereitete und an den Infusionsschlauch setzte. Alles okay? fragte sie. Ich nickte, dann drückte sie den Kolben herunter. Seine Lefzen zitterten ganz leicht. Sie hörte sein Herz ab und sagte, dass ich sein Herz schlag deutlich verlangsamt habe, aber noch nicht ausgesetzt hatte. Er war ein großer Hund. Sie bereitete eine zweite Spritze vor und drückte die Flüssigkeit in den Infusionsschlauch. Dann hörte sie wieder sein Herz ab. Er ist tot, sagte sie. Sie ließ mich mit ihm allein und ich hob vorsichtig eines seiner Sie hatte recht. Marley war nicht mehr da. Ich ging zum Empfangstresen hinaus und bezahlte die Rechnung. Die Ärztin bot mir eine Sammeleinäscherung für 75 Dollar oder eine Einzeleinäscherung, bei der man eine Urne mit der Asche zurückbekam für 170 Dollar an. Ich lehnte ab. Ich würde ihn mit nach Hause nehmen. Nach ein paar Minuten schob sie zusammen mit einem Helfer einen Wagen aus dem Sprechzimmer, auf dem ein großer schwarzer Sack lag. Sie half mir den Sack auf den Rücksitz des Autos zu buxieren, dann schüttelte sie mir die Hand und sagte, dass es ihr sehr leid täte. Sie hätte ihr Bestes getan. Es war Zeit für ihn, erwiderte ich. Dann dankte ich ihr und fuhr davon. Im Auto auf dem Heimweg begann ich zu weinen. Das passierte mir eigentlich nie, nicht einmal auf Beerdigungen. Nach ein paar Minuten hatte ich mich wieder gefasst. Als ich in unsere Auffahrt einbog, waren meine Tränen versiegt. Ich ließ Marley im Wagen und ging hinein, wo Jenny noch auf war und auf mich wartete. Die Kinder waren schon alle im Bett. Wir würden es ihnen morgen sagen. Wir fielen uns in die Arme und fingen beide an zu schluchzen. Ich versuchte es, ihr zu beschreiben, ihr zu sagen, dass er schon tief geschlafen hatte, als das Ende kam, dass es weder Panik noch Schock noch Schmerz gegeben hatte. Doch ich fand keine Worte. So wiegten wir uns nur gegenseitig in den Armen. Später gingen wir hinaus und hoben den schweren Sack aus dem Auto und auf einen Schubkarren, den ich für die Nacht in die Garage fuhr. In den ersten Tagen, nachdem wir Marley im Garten begraben hatten, waren wir alle sehr still. Das Tier, das jahrelang ein so erfreuliches Gesprächsthema gewesen war, war zum Tabuthema geworden. Wir versuchten, zu einem normalen Leben zurückzukehren und wenn wir von Marley sprachen, machte es das nur noch schwerer. Vor allem Colleen konnte es nicht ertragen, seinen Namen zu hören oder ein Foto von ihm zu sehen. Dann stiegen ihr die Tränen in die Augen, sie ballte die Fäuste und sagte wütend, ich will nicht über ihn reden. Ich nahm meinen üblichen Tagesplan wieder auf, fuhr zur Arbeit, schrieb meine Kolumnen und fuhr wieder nach Hause. 13 Jahre lang hatte mich Marley an der Tür begrüßt, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam. Jetzt abends durch die Tür zu kommen, war das Allerschlimmste. Das Haus schien still und leer. Irgendwie war es kein richtiges Zuhause mehr. Ich wollte eine Abschiedskolumne für Marley schreiben, doch ich hatte Angst, dass es ein überschwängliches, rührseliges Zeugnis meines Selbstmitleids werden und ich mich damit nur erniedrigen würde. Daher blieb ich bei Themen, die mir weniger nahe gingen. Trotzdem nahm ich mir fortan immer ein Diktiergerät mit, damit ich die Gedanken, die mir zu Marley kamen, gleich aufzeichnen konnte. Ich wollte ihn so darstellen, wie er wirklich gewesen war und nicht als perfekte Wiedergeburt von Lassie oder Rintentin. Aber da bestand natürlich keine Gefahr. Marley war ein komischer, überlebensgroßer Klotz am Bein gewesen, der das mit dem Befehlen und Gehorchen nie so ganz durchschaut hatte. Ganz ehrlich, vielleicht war er sogar der ungezogenste Hund der Welt gewesen. Und trotzdem hatte er von Anfang an intuitiv begriffen, was es hieß, der beste Freund des Menschen zu sein. In der Woche nach seinem Tod ging ich öfter den Hügel hinunter und verweilte eine Zeit lang an seinem Grab. Ich schämte mich beinahe, wie tief ich um diesen Hund trauerte, mehr als um so manchen Menschen, den ich gekannt hatte. Heimlich holte ich Marleys Kettenhalsband aus dem Auto, wo es seit unserer letzten Fahrt in die Tierklinik gelegen hatte und legte es in meine Kommode unter die Socken, damit ich es jeden Tag berühren konnte. Die ganze Woche über spürte ich einen unbestimmten Schmerz in mir. Es war ein körperlicher Schmerz, ungefähr so wie eine Magenverstimmung. Ich war antriebslos und unmotiviert, brachte noch nicht einmal die Energie auf, meinen Hobbys nachzugehen, Gitarre spielen, Holzarbeiten, lesen. Ich stand völlig neben mir und wusste nichts mit mir anzufangen. Schließlich ging ich abends einfach früher schlafen, um neun oder halb zehn. An Silvester waren wir auf eine Party bei unseren Nachbarn eingeladen. Beim Abendessen saßen Sarah und Dave Pendle neben mir am Tisch. Wir waren gut befreundet und redeten lange über Hunde, Liebe und Verlust. Dave und Sarah hatten ihre geliebte Nelly einen australischen Hütehund vor fünf Jahren einschläfern lassen müssen. Nach all der Zeit berührte die beiden der Tod dieses Hundes noch immer tief. Ihre Augen verschleierten sich, wenn sie über Nelly redeten. Als ich am Montag wieder zur Arbeit kam, wusste ich, was ich schreiben wollte. Zuerst schrieb ich darüber, wie ich in der Morgendämmerung mit einer Schaufel den Hügel hinunter gewandert war und wie seltsam es gewesen war, ohne Marley draußen zu sein. Schließlich hatte er es sich dreizehn Jahre lang zur Aufgabe gemacht, mich auf jedem Ausflug zu begleiten. Und auf einmal war ich allein, schrieb ich, und hob ein Grab für ihn aus. Ich überlegte lange, wie ich Marley beschreiben sollte, und schließlich schrieb ich, niemand hat ihn jemals als tollen Hund bezeichnet, oder auch nur als guten Hund. Er war so wild wie ein Kobold und so stark wie ein Stier. Er krachte mit einer Begeisterung durchs Leben, die oft einer Naturgewalt gleich kam. Weiter schrieb ich, Marley war ein Couch-Zerstörer, ein Sabberkönig, ein Abfalleimer durch Wühler. Was seine Intelligenz angeht, so lassen sie mich nur so viel sagen, er jagte bis ans Ende seiner Tage seinem Schwanz nach und war überzeugt, dass er dabei etwas ganz Großem auf auf Spur war, dass ihm als erstem Hund der Welt gelingen würde. Aber natürlich hatte er noch ganz andere Qualitäten gehabt. Und so beschrieb ich seine Intuition, sein Einfühlungsvermögen, seine Liebe zu Kindern, sein gutes Herz. Eigentlich wollte ich vor allen Dingen ausdrücken, wie sehr dieses Tier unsere Seele berührt und uns die wichtigsten Lektionen über das Leben gelehrt hatte. Ein Mensch kann viel von einem Hund lernen, auch von so einem Verrückten wie unserem, schrieb ich. Marley lehrte mich jeden Tag mit ungezügelter Ausgelassenheit und Freude zu leben. Er lehrte mich, den Augenblick zu genießen und meinem Herzen zu folgen. Er lehrte mich, mich an den einfachen Dingen zu freuen. Ein Waldspaziergang, frisch gefallener Schnee, ein Nickerchen am Fenster, wenn die Wintersonne hereinscheint. Und als er alt und gebrechlich wurde, lehrte er mich Optimismus im Angesicht von Widrigkeiten. Am meisten lehrte er mich aber über Freundschaft, Selbstlosigkeit und vor allem über unumstößliche Treue. Dieser erstaunliche Gedanke, Marley als Mentor, kam mir erst jetzt, nach seinem Tod, so richtig zu Bewusstsein. Ein Lehrer und Vorbild. War es möglich, dass ein Hund, nicht irgendein Hund, sondern speziell ein so dummer, unverbesserlicher Hund wie unserer, Menschen auf die Dinge hinwies, die wirklich zählten im Leben? Ich glaube schon. Treue, Mut, Hingabe, Einfachheit, Freude. Und genauso die Dinge, die nicht wichtig waren. Ein Hund hat keinen Sinn für teure Autos, große Häuser oder Designerklamotten. Statussymbole bedeuten ihm nichts. Ein nasser Stock genügt völlig. Ein Hund beurteilt andere nicht nach ihrer Hautfarbe, ihrem Glauben oder ihrer Herkunft, sondern danach, wer sie im Innersten sind. Einem Hund ist es egal, ob man reich oder arm ist, gebildet oder ein Analphabet, klug oder dumm. Schenk ihm dein Herz und er schenkt dir seines. Es war wirklich ganz einfach und doch hatten wir Menschen, die wir doch so viel klüger und kultivierter sind, immer schon Schwierigkeiten damit, zu erkennen, was wirklich wichtig ist und was nicht. Als ich diese Abschiedskolumne für Marley schrieb, wurde mir klar, dass alles vor unserer Nase lag, wenn wir nur die Augen aufmachten. Manchmal schaffte es eben nur ein Hund mit Mundgeruch schlechten Manieren und reinen Absichten, einem die Augen zu öffnen. Ich schloss meinen Text ab, schickte ihn an meinen Redakteur und fuhr nach Hause. Irgendwie fühlte ich mich erleichtert, beinahe heiter, als sei eine Bürde von mir genommen, von der ich nicht einmal gewusst hatte. Aus den Tagen wurden Wochen und der Winter schmolz zum Frühling. Narzissen brachen durch die Erde und blühten an Marleys Grab und hübsche weiße Kirschblüten rieselten darauf herab. Allmählich gewöhnten wir uns an unser Leben ohne Hund. An manchen Tagen dachte ich gar nicht an ihn, bis ein kleiner Hinweis, ein Haar auf meinem Pullover, das Klirren seines Kettenhalsbandes, wenn ich in die Sockenschublade griff, ihn mir plötzlich wieder vergegenwärtigte. Mit der Zeit wurden die Erinnerungen schöner und weniger schmerzlich. Er spielte in einigen der glücklichsten Kapitel unseres Lebens die Hauptrolle. Kapitel, die von junger Liebe und neuen Anfängen erzählten, von ersten beruflichen Erfolgen und kleinen Babys, von berauschenden Erfolgen und schweren Enttäuschungen von Entdeckergeist und Freiheit und Selbstverwirklichung. Er trat in unser Leben, als wir gerade dabei waren, herauszufinden, was wir damit eigentlich anfangen wollten. Er kam zu uns, als wir gerade anpackten, was jedem Pärchen irgendwann bevorsteht, nämlich zwei verschiedene Vergangenheiten zu einer gemeinsamen Zukunft zu verweben. Er wurde Teil unserer Verschmelzung, ein fein gesponnener, unauftrennbarer Faden in unserem gemeinsamen Leben. Und genau wie wir ihn zu unserem Familienhund gemacht hatten, half er mit, aus uns ein Paar, Eltern, Tierliebhaber und erwachsene Menschen zu machen. Trotz allem, trotz aller Enttäuschungen und unerfüllten Erwartungen hatte Marley uns ein Geschenk gemacht, das unbezahlbar und umsonst zugleich war. Er lehrte uns die Kunst der unbedingten Liebe. Wie man sie gibt und wie man sie annimmt, wo das möglich ist, ergibt sich vieles von selbst. Als ich eines Morgens im Spätsommer zum Frühstück herunterkam, reichte mir Jenny einen Teil der Zeitung. Er war so gefaltet, dass einem eine der hinteren Seiten gleich ins Auge fiel. Du wirst es nicht glauben, sagte Jenny. Einmal pro Woche stellte unsere Lokalzeitung einen Hund aus dem Tierheim vor, der ein neues Zuhause suchte. Zu der Anzeige gehörte immer ein Foto des Hundes, sein Name und eine kurze Beschreibung in der ersten Person, als würde sich das Tier selbst vorstellen und dabei natürlich seine Schokoladenseiten betonen. Auf diese Weise versuchten die Leute vom Tierheim ihre Schützlinge so liebenswert wie möglich darzustellen. Wir amüsierten uns immer über Hundeporträts, nicht zuletzt, weil dahinter der Versuch stand, ungeliebte Tiere, die schon mindestens einmal Pech gehabt hatten, möglichst gut wegkommen zu lassen. An diesem Tag starrte mich von dem Foto ein Gesicht an, das ich sofort wiedererkannte. Unser Marley. Oder zumindest ein Hund, der sein eineiiger Zwilling hätte sein können, ein großer hellbrauner Labrador-Rüde mit kantigem Kopf, schrägen Augenbrauen und halb aufgestellten Schlappohren. Er startete direkt in die Kamera und von seinem Blick ging eine zitternde Intensität aus. Mir war klar, dass er sofort nach dem Klick den Fotografen umgerannt und die Kamera gefressen hatte. Unter dem Foto stand sein Name Lucky. Ich las seine Vorstellung laut vor. Lucky hatte Folgendes über sich zu sagen. Voll auf Draht, ich würde in ein ruhiges Zuhause passen, wo ich lernen kann, meine Energie zu zügeln. Ich hatte es bisher nicht einfach im Leben, deswegen muss meine neue Familie Geduld mit mir haben und mir behutsam Hundemanieren beibringen. Mein Gott, rief ich aus, er ist es, er lebt. Wiedergeburt, sagte Jenny. Es war unheimlich, wie sehr Lucky Marley ähnelte und wie sehr die Beschreibung auf Marley passte. Voll auf Draht, Probleme, die Energie zu zügeln, Hundemanieren beibringen, Geduld erforderlich. Wir wussten genau, was hinter diesen Floskeln steckte, denn wir hatten sie ja selbst verwendet. Unser seelisch unausgeglichener Hund war zurück, jung und kräftig und wilder als je zuvor. Wir standen beide einfach nur da und starrten stumm auf die Zeitung. Ich denke, wir könnten ihn uns ja mal anschauen, meinte ich schließlich. Nur so zum Spaß, fügte Jenny hinzu, genau, nur aus Neugier. Anschauen kostet ja nichts, nein, überhaupt nichts, bestätigte ich. Tja, sagte Jenny, warum also nicht? Was haben wir zu verlieren?